Die PJ Masks Hey PJ Robo, coole Moves Oh, du kannst den Katzenflitzer nicht fahren, das ist schon mein Job Du probierst neue Sachen am Hauptspeicher aus, stimmt's? Kein Problem, Kleiner, das lernst du noch Cooles Chamäleon, du hast mein Funkgerät in einen Videoprojektor umgewandelt Äh, wir haben schon was, womit wir kommunizieren Ganz genau, over Ja, aber guter Versuch, weiter so Hey, schaut, da ist Nachtlinja Was haben die vor? Finden wir's raus, zum Katzenflitzer Äh, PJ Robo? Los, kommt, wir nehmen den Eulengleiter Ich kann sie nicht sehen, kannst du Piz den oberen Funkgerät holen? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ihr werdet besser. Konzentration, Ninja Linus. Hey! Hört auf, was immer ihr macht. Was immer wir machen? Das ist die alte Kunst der Ninja Finger. Wir arbeiten an unseren Ninja Kräften. Damit können wir jedes Gebäude levitieren lassen und stehlen, welches wir wollen. Und ich will das hier. Levi was? Levitieren, das bedeutet anheben. Er wird das Gebäude anheben und es mitnehmen. Gekander Gekku, das sind üble Neuigkeiten. Das ist kinderleist. Deine dummen Ninja-Finger haben keine Chance gegen unsere PJ-Kräfte Nachtninja. Super Katzen-Tempo. Super PJs. Super Einwächsende. Was ist das? Picharubo. Wow. Oh. Oh. Er bewegt sich wie ein Panta. Schneller als seine Schnecke. Catboy, Gecko, was ist hier los? Unglaublich. Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie. Ihr anderen, holt euch die Gebäude. Die ganze Stadt. PJ Robo hat angerufen. Er hat irgendwas am Hauptrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den habe ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren. Wegen etwas, das PJ Robo getan hat. Oh je. Vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Merv zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Ja! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat. Er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Er hat immer versucht zu helfen. Wollte den ganzen Platz erfahren und... Er hat auch versucht, den Funkeler zu verbessern. Gar kein mehr, Gekko. Es hat nicht geklappt. Wir hätten ihm helfen sollen. Er wollte nur Teil der Mission sein. Aber PJ Robo, es ist nicht seine Schuld. Ja, wir kriegen auch nicht immer alles hin. Ja! Ja, wir kriegen auch nicht immer alles hin. Ja! Ja! Die Tür! Schnell! PJ Robo! PJ Robo! Hallo! Seine Batterie ist fast leer. Er hat seine Energie verwendet, um die Tür zu öffnen. Er hat sich selbst geopfert, um uns zu retten. So wie ein echter PJ Mask. PJ Robo! Bei meinen Katzenschnurr haben. Was ist das? Das ist ein Kristall, den ich vorhin gesehen habe. Okay, keine Sorge. Ich schaffe das. Pass auf! Was es auch ist, es scheint mit unseren Kräften zu tun zu haben. Ich schaffe es doch nicht. Versuchen wir es zusammen. Wir kriegen das hin. Wir sind immer noch die PJ Masks. Wir alle. Es passiert was. In meinen Armen kribbelt es. In meinen auch, Gekko. Je stärker ich drücke, desto heftiger wird es. Nichts aufgeben! Was ist das für ein Kristall? Ich fühle mich irgendwie fantastisch. Ich, ich mich auch. Hey, PJ Robo, du hast dich heute bewiesen. Ja! Ja! PJ Masks, wie wäre es, wenn wir Nachtninja zeigen, wer hier der Wolf ist? Ja! Ja! Was? Ich habe Superkatzenstreifen. Juhu! Was? Ja! Aha! Supergeckoschilde! Ich bin unversiegbar! Ich bin unversiegbar! Ich bin unversiegbar! Super einsehend, wie cool! Ah! Ah! Was ist da passiert? Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gecko! Und sie sind fantastisch! Und das alles dank PJ Robo! Nächstes Mal kriege ich euch PJ mit! Ja! Haha! PJ Robo, vorbei ist jetzt mit der Gecko! 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 Ja! 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 Was ist los, Kumpel? Luna Girl. Ich wusste es. Zum Katzen-Klip-Dach. Wow. So sieht alles in der Ernst. Das ist allein mein Erntemond. Was soll das heißen, dein Erntemond? Seht euch nur meinen Mondmagneten an. Der Erntemond hat ihm eine super Ladung verpasst. Endlich kann ich zum Mond fliegen und mein Königreich in Anspruch nehmen mit all seinen wunderbaren Schäten. Königreich? Schätze? Wovon redest du da überhaupt? Natürlich vom mächtigsten Schatz aller Zeiten. Und das, meine Lieben, ist der Erntemond-Kristall. Sobald ich den in die Finger kriege, kommt niemand mehr gegen mich und meine Kräfte an. Ja, klar. Was? Ihr glaubt mir wohl nicht. Aber wenn ihr mich das nächste Mal seht, wird dieses Stopp ganz allein mir gehören. Bis dann, PJ-Plagegeister. Ha, ha, ha! Ha, ha! Die tut doch nur so. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Hat einer von euch sie das schon mal machen sehen? Das können wir nicht riskieren. Am besten wir folgen ihr. Warte, meinst du auf den Mond? Wir haben keine andere Wahl. Wir fliegen mit dem Hauptquartier im Raumschiff-Modus. Ja, ich wollte schon immer mal ins Weltall. Los zum Hauptquartier. Ihr wollt das also wirklich machen? Also wirklich? Wirklich? Hör zu. Wenn der Mondkristall tatsächlich echt ist, müssen wir verhindern, dass der Lunagirl in die Hände fällt. 30 Sekunden bis zum Start. Also, PJ-Robo, du weißt, was zu tun ist. Hey, hey, hey! Hey, hey! Auf eure Stationen! Oulette, Gecko, alles klar? Klar! Alles klar! Na gut. PJ-Robo in drei, zwei, eins, Start frei! Okay, PJ-Robo, beginne mit der Transformation. Und los! Und los! Nächster Halt, der Mond. Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann. Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was ist, wenn Luna gar nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschätzt zurück. Das können wir nicht riskieren, Gecko. Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig. Das wird klasse. Wer weiß, was da draußen ist. Das ist ja das Problem. Gut. Gecko, hast du den Kurs eingegeben? Gecko? Hä? Oh, ja, Kurs eingegeben. Wir sind bereit. Wenn ich erst mal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen. Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal die PJ Masks. Oh, da ist ein Tot im Fallraumschiff. Hab. Was? Oh nein, vergesst es. Das ist mein Auftritt und den werdet ihr mir nicht verderben. Nehmt. Was soll das heißen? Da nähert sich was. Luna Girl versucht uns vom Kurs abzubringen. Wir müssen diesen Kugeln ausweiten. Eulett, das ist dein Ding. Mit Vergnügen. Festhalten. Ich sehe sie ja. Aber sie sind einfach zu schnell. Festhalten. Tut mir leid. Der Letzten konnte ich nicht ausweichen. Ist nicht deine Schuld. PJ Robo, ist das Schiff in Ordnung? Einen Schaden? Wie schlimm ist das? Ich meine, wir können das doch reparieren, oder? Wir kommen doch wieder nach Hause. Jungs, ich muss das Raumschiff landen. Haltet euch fest. Ich glaube, das wird gleich ein bisschen holprig. Ah! Das wäre geschafft. Gute Landung, Eulett. Schadensmeldung? Ja. Endlich bin ich angekommen. Also, wo ist dieser Mondkristall? Was macht sie da? Sieht irgendwie nicht gut aus. Los, folgen wir ihr. Vielleicht sollte ich lieber hierbleiben und PJ Robo bei der Reparatur helfen. Danke, Gecko, aber es ist besser, wenn wir alle gehen. Wir wissen nicht, was Luna Girl dieses Mal vorhat. Alles okay? Na ja, nicht wirklich, weißt du, es ist... Ich war noch nie von zu Hause weg. Und habe Angst, dass wir hier festsitzen. Ich vermisse mein Zuhause. Kann ich gut verstehen. Mir ging so, als ich das erste Mal bei Freunden übernachtet habe. War deine erste Übernachtung auf dem Mond? Trillionen Kilometer weg von zu Hause? Nein. Ich sag dir was. Wieso bleibst du nicht hier und bewahrst das Schiff, während PJ Robo es repariert? Sehr gute Idee. Okay, du hast jetzt das Kommando. viel Glück zu den PJ Gelände Bikes. Viel Glück, Leute. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Aktiviere PJ Gelände Bikes. Zeit für Oma auf Helmkommunikation. Aktiviere die Helmkamera. Oh, er hat ein Gekko. Hörst du mich? Ich hör dich. Hey, ich kann alles sehen, was ihr seht. Cool. Halt für uns die Augen auf den Gekko. Oh, genau. Da ist sie. Los, hinterher. Ah, ist das meine? Ach, Moment, habe ich mal fliegelig erwartet? Endlich. Nicht so schnell, Luna Girl. Super Katzen-Tempo. Wo ist denn jetzt los? Hey! Ein fliegelig! Tut mir leid, Peter-Plagegeister. Eure Kräfte funktionieren hier oben nicht wie auf der Erde. Und jetzt, entschuldigt mich. Ich bin nämlich gerade an etwas Großem dran. Ha, 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 das heißt nichts Gutes. Mal sehen, was der Kristall noch so kann. Ha! Ah, ha, 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 was ist da draußen los? Alles klar bei euch? Ted Boy? Eulett? Pssst. canceled. Nng. Jäkko! Hast du anémon? Oh, nein! Catboy! All right! Gekko! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die Blues? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen, zu bekannsten, geht auch besten. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! Das Wettrennen auf den Rätselberg. Kommt schon, die Schriftrolle vom Rätselberg. Sie ist dort drüben. Äh, was ist noch mal eine Schriftrolle? Ein antikes Stück Papier. Die Leute vom Museum haben es vor kurzem im Kellergewölbe entdeckt. Der Legende nach gibt es oben auf dem Rätselberg einen goldenen Ring. Wer immer ihn auch trägt, erhält die Macht der ultimativen Ninjalichkeit. Ninja was? Das heißt, man wird zum mächtigsten Ninja aller Zeiten. Sie ist fern. Seht nur, Seile. Nachtninja. Er will den Berg finden. Und den Ring. Wir müssen ihn aufhalten. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Heheheh! Heheheh! Anaya will zu! Oilette! Ja! Greg will zu! Gekko! Ja! Connor will zu! Catboy! Die PJ Nets! Doch Ninja darf nicht zum Rätselberg gelangen. Gibt es eine Spur, PJ-Robo? Da! Ninja Linus hinter dem Museum! Er sagt, er will unbedingt mitkommen. Er kann die Schrift entschlüsseln. Hey, das ist keine üble Idee. PJ-Robo, komm mit! Zu den PJ-Gelände-Bikes! Versprich mir, dass du gut auf dich aufpasst. Also, laut der antiken Schriftrolle erscheint der Berg, wenn ich das Portal öffne. Richtig? Und das Portal soll angeblich hier sein, richtig? Richtig? Oh! Wenn du so clever bist, dann öffne du es! Huh? Wo? Raaaa! Raaaaa! Rrrrraa! Rrrrraa! Rrrra-rra-rraa-rraa-rraa-rraa-rraa-rraa-rua-rraa-rraa! Seht ihr auch, was ich sehe? Dachtet ihr, ihr kommt zum Rätsel weg? Träumt ruhig weiter. Ausschließlich dieser Ninja hier bekommt den Ring der Ninjaligkeit. Bis dann, man sieht sich irgendwann. Wir müssen da rein und den Ring als Erste finden. Wenn er ihn ansteckt, ist er unverwundbar. Wie sollen wir da durch? Ich weiß nicht viel über magische Portale. Aber das hier sieht geschlossen aus. Super gemacht, PJ-Robo. Gut, dass du da bist. Los, komm! Katzenohr. Ist der kein Fischer in die Richtung? Nein. Folgen wir ihm. Wartet, wenn der Ring aus dem Gipfel ist, fliege ich einfach hoch und hole ihn. Ein Kinderspiel. Plan B? Das war Plan B. Zurück zu Plan A. Folgen wir den Ninjans. Es ist fast so, als wäre der Schlamm vermischt mit... Nacht Ninja entkommt uns. Wir lassen die Geländebikes hier. Gehen wir. Oh, ich kann den Waldrand direkt vor uns sehen. Eine Abkürzung? Gut, wenn du dir so sicher bist, dann geh doch vor. Wer weiß, was für Kräfte ein Nacht Ninja bekommt, wenn er als erster den Ring hat. Du kannst drauf wetten, dass ich ihn als erster kriege. Und wenn ich ihn habe, glaube ich nicht, dass ihr Pyjama-Plagegeister noch eine Chance gegen mich habt. Und bis dahin, beschießt sie! Supergäts und Schilde! Gibt es noch einen anderen Weg? Hier muss es jede Menge Geheimdurchgänge geben. Du bleibst hier und schickst sie in die falsche Richtung. Schau mich nicht so an. Wir kommen zurück und holen dich. Höchstwahrscheinlich. Wo sind sie lang? Also dann hinaus. Catboy, warte! Ruhige Catboy auf den Weg zum Gipfel. Der Ring der Ninjalichkeit wird ihm gehören. Habe ich dich sagen hören, du würdest den Ring bekommen, Catboy? Ja. Dankeschön! Oh, die sind wirklich klebrig. Catboy, Vorsicht! Danke. Dankeschön. Oh, ich klebe fest. Oh! Halt durch! Ich komme! PJ Robo, du kommst mit mir. Wir sind direkt hinter euch. Sesam, öffne dich! Gut, dann machst du dich nützlich. Wow, das ist unglaublich. Der Ring muss hinter den Toren sein. Er darf nicht als erster dort ankommen. Komm schon! Aus dem Weg! Da ist ein Ninja-Rambach nötig. Jetzt ist Schluss, Nacht-Ninja. Ich habe die Schriftrolle anständig gestohlen. Wenn der Ring der ultimativen Ninja-Lichkeit da drin ist, gehört er mir. Ninjas übereinander! Oh, ja, sehr cool. Wenn man ein Meister-Ninja ist. Und kein blöder Superheld. Wenn jemand den Ring der Ninja-Lichkeit bekommt, dann wir. Er gehört in die Hände eines Helden. Der Ring gehört mir. Super-Katzensprung! Was? Der Ring, er muss da drin sein. Hey, ich habe ihn zuerst gesehen. Oh, das sieht nicht gut aus. Trochenzungen-Klotscher! Was ist los? Und wo ist Catboy? Wir müssen da rein! Ich komme! Aber ich bin so nah dran! Ich habe dich! Oh, klasse! Was jetzt? Halt dich einfach fest? Catboy? Man, bin ich froh, euch zu sehen, Leute. Wie wäre es mit Hilfe? Super-Gekko-Ruskel! Super-Gekko-Ruskel! Also gab es einen leichteren Weg hinein? Ach, wieso hast du mir das nicht gesagt? PJ! Rosteimer hat dir geholfen? Was? Mein Ring! Dann nächstes Mal. Dobo! Vorsicht! Verschwinden wir von hier! Los, 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 los! Los, 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 los! Oh, los, los! Das wirst du nicht tun! Du kannst mit uns Katzen streiten! Ihr habt mich vielleicht dieses Mal vom Ring der ultimativen Ninjalichkeit ferngehalten! Aber es ist noch nicht vorbei, Pyjama-Plagegeister! Kommt schon, Ninja-Linus! Wie cool war das denn? Und es hieß, es wäre nur eine Legende! Wer weiß, was da oben noch alles ist? Geheime Mächte? Mächtige Geheimnisse? Naja, wir werden sicher zur Schnelle sein, wenn Nachtninja seine Finger wieder im Spiel hat. Pyjama-Ruskel ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Katz-Ruskel ruft laut Hurra! Na, wenn alle im Bett sind! Pyjama-Ruskel-Pyjama-Helden Pyjama-Ruskel-Pyjama-Helden Pyjama-Ruskel-Pyjama-Ruskel-Pyjama-Ruskel-Pyjama-Helden Das würde aber doch die ganze Vorfreude verderben! Freude und Warten passen nicht in einen Satz, finde ich! Okay, Kinder! Ich sammle nun eure Eier ein und verstecke sie für die morgige Suche. Oh, kann ich das eigentlich jetzt schon essen? Keine gute Idee, Greg! Schokolade ist was Besonderes! Zu viel auf einmal kann schlecht für dich sein! Wisst ihr, was schlecht für mich ist? Diese ganze Warterei. Ja! Du schummelst. Nein, tue ich nicht. Ich suche... Ich suche nur den schnellsten Weg von dem... ...Versteck in meinem Bauch. Fotenspuren? Welfi ist auf der Jagd. Sie sind hinter meinem Eiherr. Ich meine hinter allen Eiern. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu. Amaya wird zu. Ja! 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 Ich wusste es! Belfi-Alarm! RIP! Heuler! Und Kevin! Leute, wieso habt ihr mich nicht vorgewarnt? Keine Zeit! Wir müssen Schoko-Eier klauen! Lasst uns los schniffeln! Ja! Na! Ja! 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 Wenn wir uns beeilen, sind wir vielleicht dort bevor... Oh nein! Ein Schokoladenei! Uhu! Hurra! Ein Schokoladenei! Hurra! Geschlecht verschlecht. Zögerst du es? Zweck im Nu! Leute, können wir nicht einfach teilen? Durch drei? Wir sind erst mal beschäftigt. Währenddessen suchen wir den Rest der Eier und verstecken sie vor dem Wölkbeef. Turmo-Eiersuche! Auf die Plätze! Fertig! Jahu! Aha! Juhu! 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 Oh, ja! Erwonnen ist gewonnen. Äh, Heula, das sieht nicht aus wie ein Ei. Es sieht aus wie eine ... ... rohe Zwiebel. Hahaha. Fälberfager. Catboy ruft, er trifft. Wir sind die Gewinner. Klasse, alle gefunden. Jede einzelne. Süße, äußerst hässliche. Leckerei. Ei, mh ... Nur einen kleinen Bissen. Eko, nicht! Schokolade-Eier. Entschuldigt. Ich konnte einfach nicht warten. Schnell, Catboy, wir lenken sie ab. Und ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule und bewache sie. Bewachen, nicht verschlingen, verstanden? Warte bis morgen früh, es wird sich lohnen. Ich verspreche zu dienen und zu beschützen. Ein Tiergewinn! Die Wettervorhersage? Schokoladenwind. So ein Wetter gefällt mir. Riesen-Alter! Juhu! 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 Bleibt einfach, wo ihr seid und ihr seid in Sicherheit. Ich passe auf euch alle auf. Auf jedes einzelne, leckere, schokoladige, samtige von euch. Halt dich zurück, Gekko. Du hast es versprochen. Bewachen, nicht verschlingen. Warte bis morgen früh. Warte bis morgen früh. Juhu! 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 Leute, schaut. Da sind diese Pyjamakids. Was wollen die denn hier? Das Ganze war nur eine Wellfyfalle. Und ihr Fellhirne seid drauf reingefallen. Nein, du bist noch reingefallen. Juhu! Das ist falsch. Mission Nein. Erfüllt. Nur noch ein bisschen. Deko, du hast es versprochen. Was? Oh nein, Leute, das tut mir so leid. Was ist nun mit mir passiert? Schokoladen-Jackpot. Zeit für eine nächtliche Schokoladen-Party. Du weißt doch, dass zu viel Schokolade nicht gut für dich ist. PJ Masks! Lasst uns rein! Sind ganz allein und... lassen euch nicht ins Haus herein. Dann macht euch jetzt bereit für den Wölfierudelangriff. Jibjib! Juhu! 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 Ich bin jetzt weg! Juhu! 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 Es ist nicht zu schaffen. Doch, wir husten und wir prusten. Wir werden die Schule zusammenpusten. Habt ihr neulich so ein Buch gegessen? Lasst uns husten und prusten. Was soll das? Es funktioniert nicht. Natürlich funktioniert es nicht, du Fellhirn. Du hast es dir nur ausgedacht. Ipp, Ipp, Ipp! Leute! Ipp, Ipp! Ipp, Ipp, Ipp! Uuuuuh! Fantastisch! Ultraschallheuler? Nicht cool für die Schule. Das ist alles meine Schuld. Ich muss die Bölfis aufhalten. Schon okay, Gekko. Wir schaffen das. Uuuuuh! Katze und Eule gegen das Geheule. Uuuuuh! Uuuuuh! Zeit für noch einen Mitternachtssnack. Nein, aber Zeit für ein Mitternachtssnack. Uuuuuh! Uuuuh! 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 Abendessen! Uuuuh! 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 Meins! 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 Uuuuh! 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 Mir geht's gut. Das nenne ich mal einen Mitternachtssnack. Gekko, du hast es geschafft. Um die Eier der anderen zu retten, hast du deins hergegeben. PJ Masks ruft laut Hurra! Vomai ist jetzt mit der Gefahr! Catboy! Oulette! Gekko! Los geht's! Sind sie los in der Nacht? Denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske. Wer sind die bloß? PJ Masks! Jammer hin! Verbrechen! Zu bekämpfen! Geht du feste! Na wenn alle im Bett sind! PJ Masks! Pyjama Helden! PJ Masks! Pyjama Helden! PJ Masks! Pyjama Helden! PJ Masks! Pyjama Helden! Halloween Gaunert 1 2! Alles läuft genau nach Plan! Halloween gehört uns Schurken! So wie es sein soll! Hey! Das ist auch noch die Gäste! Los! Ein Arm! Schringer Leopard! Die bösen Schurken arbeiten zusammen! Das sind gleich drei Albträume in einem! Bitte komm PJ Robo! Du musst uns helfen! Die Idee! Er will die Motten hinters Licht führen! Macht euch bereit! PJ Robo ist ein echt helles Köpfchen! Aber sie lassen uns immer noch nicht los! Ich habe eine Idee! Auf mal ein Zeichen! Eins, zwei, drei! Hitzeln! Danke, Eulette! Und danke auch an PJ Robo! Wie? Ah! 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 Wobei als hundeverkleidete Kinder haben sich unsere Süßigkeiten geschnappt. Das war es wohl mit Halloween! Wer heult jetzt? Captain Cameron hilft dir! Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen. Oh! Captain Cameron! Ja! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen. Cameron glaubt nur, er wäre ein Held. Tja, wenn wir die Nachtschurpen nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein. Wir müssen uns konzentrieren. Katzenohr! Die Wölfis. Klingt, als wären sie irgendwo im Park. Los, kommt! Spürt die Superkraft des Halloween-Wolfmonds. Jipp, jipp, jahuuu! Los, komm jetzt. Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden. Schon erledigt, Leute. Ich habe sie in ein super geheimes Versteck gelegt. Cool. Und wo ist es? Ich, ähm, es ist so geheim, dass ich vergessen habe, wo es ist. Komm schon, Bild nach, Kevin. Wisst ihr, ich habe extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern. Jetzt muss er mir nur wieder einfallen. Hm, Tüten klingt wie Brüten. Also sind die Süßigkeiten sicher... In meinem Nest. Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen. Rip, Heuler! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser. Einen Knochen. Gut, dass wir noch unseren Super-Welfies gesehen haben. Ich wusste, die Straßentöter würden es vermasseln. Hey, Leute. Die muss spuren für die hierher. Die PJ Masks? Aber die habe ich doch abgehängt. Mein raffinierter Halloween-Plan geht den Bach runter. Ach, jetzt reg dich nicht gleich auf. Wir brauchen einen Angriffsplan. Bleib einfach hier. Die Pyjama-Plagegeister werden ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden. Siehst du? Das ist gar nicht so schwer. Hey, Welfies. Habt ihr was verloren? Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand ein Leckerbissen. Hot Dogs sind meine Lieblingsleckerbissen. Das ist es. Oh, Süßigkeiten. Süßigkeiten. Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs. Aber das ist doch kein Reim. Und wo bewahrst du deine Hot Dogs normalerweise auf? In der Hütte. Rudelrauferei. Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super Kassentempo. Wow. Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Ja. Klasse. Aha. Ich hab euch auf frischer Tarte erzappt. Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns. Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit. Autsch. Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen. Und er hatte tatsächlich die Nerven euch als Superhelden zu verkleiden. Seth, wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du wirst dich nicht verretten, Gekko. Aber er, er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun. Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut. Das ist so unfair. Ah, so viele Tüten voller Süßigkeiten. Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten. Oder auch nicht. Flatterne Federn. Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen. Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen. Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Du kannst erschöpfen. Das sind nur Kostüme. Du bist Käpt'n K-K-K-Kammeron. Hör auf zu Stammeln und her mit den Süßigkeiten. Bleib stehen. Flingt mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen. Sag bloß, du bist ein neuer Superheld. Ja, ich bin Käpt'n Cameron. Interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls. Keine Orthogramme, ich bin auf Mission. Wow, warst du schon auf dem Mond? Noch nicht. War viel los heute Nacht? Bin ich mich jetzt entschuldigt? Ich muss schnell von hier verdurften. Wusch, wusch, wusch. Tschü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü-kü. Er ist kein Held. Schnapp die Süßigkeit. Ich bin endlich worden. Ich entpache den interplanetarischen Sturm. Wow. Jetzt! Oh, ein Flügelweg! Aua. Boah. Hab ich das etwa getan? Dieses Kostüm werde ich nie wieder ausziehen. Verschwinden, wir fahren hier. Los, los, los. Bevor er uns in den Weltraum schießt. Dann muss wohl ein echter Held aushelfen. Ninja Linus, worauf wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten? Ah! 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 Hey, los, hinterher! Hä? Wie? Was? Wohin? Alles klar. Meine Superkräfte haben sie wirklich weggefegt. Mitsamt den Süßigkeiten? Oh nein! Ähm, wo gehen wir jetzt lang? Oh, hin auf! Wie es aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation. Unter der Erde? Komm schon, jetzt sprengen wir die Party. Wer hat diesen Ort als unser Versteck ausgesucht? Es ist feucht hier. Und dunkel. Und gruselig. Wer war das? Das ist nur dein Echo. Ah! Unsere Wolfskräfte werden ohne das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer. Es gibt keinen Halloween-Wolfsmond. Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles. Heißt das, wir sind keine Super-Wolfies? Schluss mit diesem Gejammere. Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern. Also, teilen wir die Süßigkeiten auf. Nicht zu fassen, dass sie das durchziehen kann. Was machen sie jetzt? Wir sind in Unterzahl. Wir haben es geschafft, die Pyjama-Klagegeister im Kreis laufen zu lassen. Und das dank meines brillanten Plans. Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee. Was ist das mit uns? Und mal einen super genialen Hotdog rein. Oh, Süßigkeiten. Oh, Süßigkeiten. Das freut sich nicht. Wow, den Ruhm einzustreichen ist ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit. Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir. Mir war es vorhin auch wichtiger, wer den Ruhm einstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten. Aber was, wenn wir das gegen sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark, aber ein kleiner Trick könnte sie auseinander bringen. Das klingt nach einem super Plan. Voila! Den für mich und zwei für jeden von euch. Fair und gerecht. Wo hast du zählen gelernt? Oh Mann! Lecker! Weder fair noch gerecht. Leute! Nein, das ist ein Geist! So was wie Geister gibt es nicht. Es ist Luna Girl. Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen. Will ich nicht. Aber da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr. Blödsinn! Meine Ninja-Tricks sind die besten. Also sollte ich das meiste bekommen. Aber wir haben die Beutel geklaut und verschweckt. Wir sollten das meiste bekommen. Und wie wär's mit? Gar nichts! Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben. Der Alldachsen-Bubi! Haltet ihn auf! Zuerst müsst ihr mich aufhalten! Super-Katzen-Streifen! Was? Super-Katzen-Katzen-Bubi! Ha! Jetzt bekomme ich mehr! Super-Kleko-Schild! Kommt schon! Das ist unsere Chance, uns alles zu holen! Ja! Super-Ein-Feder! Ja! Ha! Ihr PJs könnt euch echt den Spaß verderben! Total! Macht Spaß! Ihr könnt meine Süßigkeiten haben! Fröhliches Halloween! Ha! 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 Wir werden es wohl niemals lernen! Hallo! Es ist der Weltraum, Junge! Er ist zurück, um uns zu holen! Ich bin Captain Cameron! Ich habe euch umzingelt! Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus! Ha! Ha! Mia! Befortmesser die Befehle des Captains! Ich sagte, kommt raus! Wow! Was war ja leicht! Ihr hättet mich sehen sollen! Ich habe sie verjagt! Was würdet ihr ohne einen super mutigen Helden tun, der euch rettet? Captain Cameron! Das habe ich gemacht, Captain! Super! Gut, dass ein Held zur Stelle war! Oder vielmehr drei! Dann ist es dir egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren? Nee! Aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun! Und jetzt zu den Süßigkeiten! Ich bin Captain! PJ Masks! Ein... Catboy! Eilat! Gekko! Locket! Sie ziehen los in der Nacht! Denn da sind sie ganz groß! Sie tragen Maske! Wer sind die bloß? PJ Masks! Pujama Helden! PJ Masks! Pujama Helden! Mal brechen! Zu bekämpfen! Geht um das Bellen! Nicht, wenn alle im Bett sind! PJ Masks! PJ Masks! PJ Masks! PJ Masks! PJ Masks! PJ Masks! Eulett und der verschwundene Zug! Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Warum bist du denn so aufgeregt, Herr Meier? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat! Den fliegenden Achterbahnzug! Ich hab gestern die Testfahrt gesehen! Der war so schnell! Das wird sich wie Fliegen anfühlen! Weißt du was? Ich steh auch schnell! So! So! Wow! Alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren! Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist! Na los, wir müssen sie auch testen! Hey! Was? Wir waren zuerst hier! Stell dich hinten an! Ähm... Amaya? Meine Damen und Herren! Liebe Kinder! Der fliegende Achterbahnzug ist jetzt... ...verschwunden! Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein! Hm... Ich hab mich schon so aufs Fliegen gefreut! Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Äh... Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt's zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis! Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal! Sieht aus, als wären dann noch mehr Gleise gewesen! Und jetzt sind sie weg! Gleise, die verschwinden? Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz froh! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, ...gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Ja! Greg wird zu! Gekko! Ja! Connor wird zu! Catboy! Amaya wird zu! Eulett! Die PJ Masks! Na los, na los, na los! Zum Eulengleitet! Hey, warte Eulett! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen! In Ordnung! Guter Punkt! Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs! Schon gut! Dann zum... Katzenflitzer! Ich mach es dann mal! Sie ist echt ungeduldig, Mann! Komm schon, Jungs! Lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts! Warte Eulett! Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir den entfolgen? Ja! Und los, na los! War das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gekko! Ist hier wie wild rumgesaust! Vielleicht ist es... Jung, vergesst Romeo! Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren! Wir müssen rausfinden, wer ihn fährt! Los, los, los! Ähm... Okay! Hey! Hm... Keine Spuren mehr! Und wie finden wir jetzt den Zug? Eulen Augen! Ich sehe etwas weiter da vorne! Etwas... Schnelles! Da ist er! Der Zug! Siehst du, ich sagte dir erst schnell! Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt! Romeo? Na hallo! Die Pyjama-Helm! Du bist doch grad mit deinem Labor gefahren! Das war nicht ich! Niemand fährt mein Labor! Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht! Zum Glück habe ich diesen superschnellen Zug, um es zurückzuholen! Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach! Dank meiner Erfindung! Dem Turboschienenleger! Der legt Schienen überall hin! Wow! Der ist voll cool! Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt! Aber Romeo! Du brauchst diesen Zug nicht! Wir können dein Labor für dich einfallen! Ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor hab? Auf keinen Fall! Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schocke der Welt! Aha! Habe ich dich gefunden, Labor! Ha! Auf Wiedersehen, Pyjabal! Dieser Zug ist für euch abgefahren! Huah! Ha! 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 Ich hab dich fast schon erreicht, hohe Ungezogenes Labor! Ha! 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 Ich war fast schon Vogelfutter. Danke, Catboy. Oh, keine Eile. Wir werden es schaffen. Hey, streichen wir uns langsam an ihn ran. So ganz, ganz, ganz sachte. Warum sachte? Lasst uns einfach los. Boom! Eulett! Alles okay. Diese Pyjama-Helden sind doch wohl nicht auf meinem Zug, oder? Ich gehe lieber auf Nummer 6. Entschuldigt, Jung. Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir auf seinem Dach sind. Schon okay. Neue Idee. Wir jagen Romeo gleichzeitig. Er kann uns nicht alle drei aufhalten. Okay, auf drei. Wir springen und rennen. Eins, zwei... Eulett! Nein, warte! Wow! Oh, warum, warum, warum habe ich nicht auf Catboy und Gekko gehört? Romeo hat fast sein Labor erreicht. Alles nur, weil ich so in Eile war. Eulett! Geht's dir gut? Ja. Tut mir leid. Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt. Und es hat nicht funktioniert. Schon gut. Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Zug zu fahren. Jetzt ist erstmal der Hormut-Arm dran. Super-Gekko-Muskel! Dafür habe ich jetzt einen Plan. Und damit er klappt, werde ich diesmal warten. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden. Aber nicht mehr lange. Schnell, was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer. Und wir werden es gemeinsam tun. Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste. Gekko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers. Verstand, Eulett! Dann bin ich an der Reihe. Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenlegern, sodass der Zug anhält. Ohne Schienen kann der Zug Romios Labor niemals einholen. Toller Plan, Eulett. Ich glaube, das klappt. Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt. Blut, PJ-Helts! Ups! Nicht vergessen, Eulett. Keine Eile. Du bist dran, Catboy. Ich werde... Ihr wisst schon, warten. Okay, mein Turboschienenleger. Mehr Schienen, mehr Schienen! Superkatzensprung! Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Locker und lässig. Das war Futter-Eulett. Was? Hör auf, du Plagegeist. Zu spät, Romeo. Gekko, los, blockier den Turboschienenlegern. Ja! Super einigen Triff! Halt ihn euch alle an mir fest! Ich schaff das! Super-Gekko-Moschie! Siehst du, Romeo, wir konnten eben doch dein Labor stoppen. Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja! Ich habe vielleicht meinen Zug verloren, aber dich habe ich noch, mein geliebtes Labor. Und jetzt bringen wir den Zug zurück. Das wird alle auf dem Jänner glücklich machen. Nächstes Mal, wenn sie geklebtes Labor hält. Hä? Er hat sich nicht mal für die Hilfe bedankt. Mach dir keinen Kopf, Gekko. Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet. PJ Masks ruft laut Hurra! Frau Podemos, Tic, 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 Tic. Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske an, wer sind die Los? PJ Masks, Pyjama Helm, PJ Masks, Pyjama Helm. Verbrechen zu bekrämpfen, geht doch bestellen. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama Helm, PJ Masks, Pyjama Helm, PJ Masks. Gekko rettet Weihnachten. Oh, Connor. Morgen ist Weihnachten und es hat immer noch nicht geschneit. Aber auch ohne Schnee werden wir eine schöne Zeit haben. Wow, ich kann das nicht. Was ist denn los, Greg? Morgen ist Weihnachten. Freust du dich gar nicht? Nicht übers Eislaufen. Das habe ich noch nie gemacht und ich kriege das auch nicht hin. Wir helfen dir. Na los, versuch's. Eislaufen gehört wie der Baum an Weihnachten dazu. Ja, wie die Lichter und der Weihnachtsschmuck. Welche Lichter und welcher Weihnachtsschmuck? Oh nein, wo ist das alles hin? Wo ist der ganze Baumschmuck? Und das Lametta. Sogar der Stern ist verschwunden. Es war alles so wunderschön. Und es war so viel. Das kann doch nicht alles weg sein. Jemand muss es letzte Nacht geklaut haben. Aber wie kam dieser jemand da oben ran? Das ist echt hoch. Das werden wir rausfinden. Dafür brauchen wir keine Schlittschuhe. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Connor wird zu. Capboy! Hermaja wird zu. Eulett! Ja! Greg will zu. Deco! Die PJ Masks! Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat, ist echt weit hochgekommen. Und das müssen wir auch. Also los, zum Eulengleiter! 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 Oh! Das darf doch nicht wahr sein. Dann wird niemand etwas zum Auspocken haben. Luna, Gerd, gib die Geschenke zurück. Sie gehören dir nicht. Vergessen Sie, ihr Brabis. Das sind meine. Meine. Mir ist nur für Milch. 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 Hey, schnappen wir uns ihr Mondboot, dann kommt sie nicht mal in die Schornsteine ran. Gute Idee, Gekko. Legen wir los. Ich springe sie auf den Boden zurück. Ein Flügel. Magny. Eulett, Vorsicht. Oh, schnell, Gekko. Fliegt das Mondboot von Luna kalt weg. Aber ich bin doch noch nie mit einem Mondboot geflogen. Das kann ich sicher nicht. Auf Wiedersehen, Kerstchen. Ich miau mich vom Acker. Oh. Gekko, geht's dir gut? Ja. Ich wusste, dass ich das Mondboot nicht fliegen kann. Tut mir leid. Schon okay. Verfolgen wir sie. Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können. Eulett, du fliegst ihr hinterher und wir folgen dir vom Boden aus. Los geht's, los geht's. Komm schon, Luna Girl. Was? Warum nimmst du die Geschenke nicht wieder zurück? Weil ich das nicht will. Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es. Hey, das gehört mir, Schwarzenhirn. Nein, 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 nein. PJ Mask, ich brauch nur ein Gesicht, um sie nach unten zu ziehen. Super Katzenstrom. Hä? Schon wieder die maulende Mieze. Na dann, wollen wir doch mal sehen, ob Katzen immer auf ihren Pfoten landen. Wow. Hey, boy. Matten. Husch, husch. Nein. Ich komme. Gecko, spring aufs Mondboot und bring es weg von hier. Nochmal geil mit fliegen. Aber ich kann das nicht. Nur Mut, Gecko. Du kannst es bestimmt. Versuch es einfach nochmal. Oh, schlitterte Schlange. Das ist ja noch schwerer als Eislaufen. Ich schock das niemals. Gecko. Alles okay? Neue Sachen kann ich nicht gut. Macht nichts. Keine Sorge. Eulette und ich kümmern uns drum. Holen wir Luna Girl ein. Los. Das war's, Luna Girl. Zeit aufzuhören. Zeit für euch aufzuhören. Nein. Lass deine Feder. Eulette. Oh, habe ich deine Federchen zerflaggert, Eulette? Entschuldige. Super, Katzen. Sprung. Gecko, Hilfe. Unter von meinem Mondball. Eulette, was machen wir jetzt? Mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen. Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen. Du musst wieder rauf aufs Mondbord und Catboy helfen. Nochmal? Aber ich kann es nicht steuern. Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst. Du musst es wirklich versuchen. Das fangst du. Oh, Mist. Catboy. Du hast recht, Eulette. Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super, gel guter Tarnung. Wo ist die einfältige Eiwechse hinverschwunden? Nein, woher kommst du denn? Hey, danke. Das ist meiner. Rötet euch, Gecko. Du schaffst es. Gecko, ich verliere den Halt. Zieh mich hoch. Aber wenn ich mich vorbeuge, verniere ich das Gleitgewicht. Wartig bin ich in Sicherheit versprochen. Ich muss einfach draufbleiben und versuchen, das Teil zu fliegen. Gecko, Achtung. Das ist irgendwie cool. Aber schwierig. Ich muss drinbleiben. Pass auf, die Wand. Ringelndes Rektil. Wir sind zu hoch. Keine Panik, wir stützen sonst ab. Genau, ganz ruhig. Ich bringe es jetzt runter. Langsam. Toll gemacht. Ich wusste, dass du es schaffst. Siehst du, du musst es einfach nur versuchen. Ja. Morden. Lass mich los, ihr Pyjama-Plagegeister. Es ist vorbei, Luna-Girl. Ja. Wir haben den Mondpunkt. Jetzt kannst du keine Geschenke mehr klauen. Oh, das ist nicht wert. Für mich gibt es nie ein richtiges Weihnachten. Da feiere ich immer nur mit mir selbst. Was? Heißt das, dass du an Weihnachten ganz allein bist? Aber das ist ja echt traurig. Hey. Warum verbringst du den Weihnachtsabend nicht mit uns? Mit euch? Ja, wir müssten die Geschenke und die Schmucksachen sowieso wieder zurückbringen. Hilf doch mit. Dann sind wir alle zusammen an Weihnachten. Was meinst du? Okay. Na gut. Dann spring rauf. Wir retten jetzt Weihnachten. Yeah. Ja. Dann sind wir alle zusammen. Und nun das letzte Geschenk. Ganz toll. Und du wirst echt richtig gut im Mondboard fliegen, Gekko. Danke. Jetzt, wo ich es drauf habe, mag ich es. Du hast uns sehr geholfen. Also kriegst du dein Board und deinen Magneten zurück. Okay. Okay. Aber nun müsst ihr wohl gehen und damit ist Weihnachten jetzt vorbei für mich. Keine Bange, wir sind noch nicht weg. Wir haben noch etwas zu erledigen. Boah, ist das echt herrlich, Luna Girl? Kann schon sein. Aber jetzt ist Weihnachten für mich wirklich vorbei. Und ich habe kein einziges Geschenk bekommen. Und ich habe kein einziges Geschenk bekommen. So weh, du hast du das. Schlittschuhe! Aber ich war noch nie zuvor Eislaufen. Schon okay. Ich auch nicht. Aber wir schaffen das schon. Na los, versuchen wir es. PJ Masks, ruft laut Hurra. Weihnachten ist gerettet. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Ja. Ja. Hey, was passiert hier? Endlich Schneid! Weihnachtsschneid! Kommt dann die Flucke mit der Zunge! Äh, äh! Katwoll! Oletz! Gekko, los geht's! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske ein, wer sind die Lugos? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekreffen, ihr Superstar, na wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! Gekko und die Eisstarts Was ist das? Eis? Aber es ist doch Hochsommer. Eissatzen? Uah! Uah! Das war unglaublich! Hier ist rundum alles vereist. Alle rutschen und fallen hin. Aber nur bis zum Ende der Straße und dann hört das auf. Was ist da los? Heute Nacht finden wir's heraus. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu nehmen. Ja! Connor wird zu. Kipoy! Amaya, versuch! All right! Ja! Crank, versuch! Gekko! Das Gekko-Mobil kann in allem haften. Es wäre ideal für das Eis. Wie wäre es mit dem Gekko-Mobil? Nehmen wir den Eulengleiter. Wir sehen uns das Ganze von oben an. Guter Einfall, Eulett. Aber ich dachte, das Gekko-Mobil könnte... Na gut. Wahrscheinlich haben sie recht. Komm schon, Gekko. Zeit für unseren Einsatz. Es ist noch schlimmer geworden. Die halbe Stadt ist eingefroren. Sogar Hunde und Katzen haben sich angefreundet, um sich warm zu halten. Was war das? Eulenaugen. Seht mal da drüben. Romeo ist verborgen. Wui, das macht richtig Spaß. Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Was ist das? Da vorne dran. Das sieht aus wie eine Eismaschine. Verfolge ihn, Eulett. Aha. Ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr Pyjama-Fugster auftaucht. Was trägst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich. Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten. Weiter geht's. Gleich habe ich dich. Jetzt, wenn nur um meine schöne Fahrt geht, Romeo, dann schiebe ich mit meinen Supergeko-Muskeln in Labor auf seinen Rollen herum. Es geht nicht nur um Spaß haben, auch wenn es Spaß macht. Während ihr Tankdovis hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft an mich. Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ach, ist das steil. Flatternde Federn, ich packe nicht durch. Wir müssen landen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist. Oh, es ist wirklich rutschig. Danke, Gecko. Hey, vielleicht könnte ich Romeo verfolgen. Weil meine Füße richtig gut haben. Warte, Gecko. Ich habe einen Plan, der sicher funktioniert. Aber mit meinem Klebeplan könnten wir... Ich brauche dafür eure Hilfe. Zurück zum Olinleiter. Hm, dann muss mein Plan eben warten. Zuerst brauchen wir deine eulen Augen, um Romeo zu finden. Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gecko nicht entdecken kann. Eulen Augen! Da ist er! Wow! Wow! Okay, Gecko, ich schleiche mich von unten ins Labor. Du krabbelst von oben rein. Dann übernehmen wir die Kontrolle, bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind. Super Katzensprung! Wow! 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 Das war wohl nur der Wind. Katboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr und klettert hinauf mit seinen Super... Mit seinen Super... Ach, wow! Niemand mehr sieht, Katboy! Ja! 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 Warum hast du so lange gebraucht? Ja! 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 K-K-K-K-Kalt! Ich kann mich nicht bewegen! Lass mich hier raus, Romeo! Eulets! Ich glaube, ich kann Romeo aufhalten. Schau! Jetzt nicht, Gecko! Komm zurück! Katboy! Wie können wir helfen? Sorgt euch nicht um mich! Romeo haut ab! Schnell! Haltet ihn auf! Da könnt ihr nicht mithalten, ha? Für Dama-Helden! Och, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Katboy ein Super-Eisblock! Wir beide brauchen einen Plan, Gecko! Und zwar schnell! Ich hatte gerade vor dir zu sagen, dass ich... Hey! Ich weiß, was wir machen, aber ich brauche deine Hilfe! Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Oh, ein Flügel! Ach, das ist besser! Okay, ich binde das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten! Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine! Los, Gecko! Warte! Warte! Du versuchst, ein Genie wie mich zu überlisten, Spatzenhirn? Hä? Super-Eulen-Musken! Oh nein, ich habe gar keine Superkraft! Gecko, wo bist du? Heulen steckt in Schwierigkeit! Oh! Flatternde... Frustige Federn. Zwei kleine Eisplatten sitzen auf Asphalt. Zwei kleine Eisplatten ist so bitter kalt. Gekko, ich habe einen Plan. Warte, ich habe einen besseren Plan. Schlitternde Schlange. Hätte ich doch nur auf meinem Plan bestanden. Und meine eigene Superkräfte besucht. Höchstwahl, dein Held zu sein. Super Eidechsengriff. Es ist Zeit für meinen Plan. Ihr helft, indem ihr so viel wie möglich von Romyos Eisachterbahn kaputt macht. Bereit für Eisballflipper? Hey, Gekos Plan könnte funktionieren. Na los, lass uns Eis zerschmettern. Diese Eisplatten könnten zerstören, meine wundervolle Bahn. Jetzt kann ich nur noch in einer Rüftung. Ha, ich werde Romyos zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt. Super Eidechsengriff. Hallo Romyos. Hallo Romyos. Mit meinem Super Eidechsengriff bin ich besser auf dem Eis als du. Quatsch. Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen. Von mir. Also ist es unmöglich, dass Mini-Hörnige-Muttersöhnchen es besiegen. Das wollen wir erst mal sehen. Los Gekko. Mich kriegst du nie. Super Gekko-Muttersöhnung. Super Gekko-Muttersöhnung. Ja. Zeit für eure Enteisung, Peter Mests. Oh ja. Juhu. Unter Arbeit, Gekko. Der Plan war katzenstark. Ja. Es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben. Nein, das ist meine Schuld. Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen. Wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist. Ihr brandigen Böjana-Held. Ihr müsst mir immer mal entspannt werden. Seht mal, dann kriege ich euch. PJ Masks. Also es ist immer noch viel Eis da. Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Heute ist es nicht verreist. Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren. Aber es wäre doch viel besser, wenn wir... Eigentlich habe ich einen Plan. Gehen wir doch zum Wasserpark. Tolle Idee. Lasst uns gehen. Ups, da habe ich wohl ein bisschen Eis übersehen. Das ist ja. Kettbewerb. Arnett. Gekko. Los geht's. Sie ziehen los in der Nacht. Denn da fühlt sie ganz groß. Sie tragen Maske. Wer sind die bloß? PJ Masks. Pyjama-Helden. PJ Masks. Pyjama-Helden. Verbrechen. Zu bekämpfen. Geht auf das Sein. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks. Pyjama-Helden. PJ Masks. Pyjama-Helden. Geht auf das Sein. Geht auf das Sein. Kettbewerb. Catboy mal vier. Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Super-Tarnung. Schleich mich an und schnapp sie mir. Dann darfst du sie mir zu. Ich gebe sie an Catboy weiter und... Ich habe eine bessere Idee. Ich schnapp sie mir jetzt gleich. Super-Katzen-Tempo. Was? Catboy! Na, gefällt's dir da oben mit der Katze? Lass ihn runter, Robo-Zack. Super-Gecko-Muskel. Ihr seid auf dem falschen Dämpfer. Wie wär's denn damit? Lass das diesmal alles gemeinsam machen. Ich fliege zuerst Gecko weg und dann... Warte, die wär's mit einem Super-Katzen-Sprung. Super-Gecko-Tarnung. Warte, was machst du da? Lass das! Oh! Es ist praktisch, kommt los, Kind! Nein! Das werdet ihr mir noch büßen! PJ Masks! Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist's jetzt mit der Gewehr! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden, ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboterfreund? Die PJ Masks war mal wieder ganz groß, wie immer. Aber es war schon wieder ziemlich knapp. Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen. Tut mir leid, ich wollte nur, dass wir gewinnen. Und wir haben gewonnen, oder? Und, was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball, ah, oder noch besser, wir spielen Fußball. Seht euch das mal an! Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen. Aber wie, die Maschine ist doch im Hauptquartier. Wir sehen mal nach. PJ Masks, jetzt nichts mehr los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerker zu legen. Amaya wird zu! Reulett! Ja! Ja! Regg, will zu! Deckel! Ja! Connor, will zu! Katboy! PJ Masks! Katzenohren Ich höre Romeo Wie bist du an die Ring gekommen? Die ist im Hauptquartier Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, habe ich von ihr ein Duplikat angefertigt Und hier ist es Eine Verviel-Vervielfältigungsmaschine? Vervielfältigte Roboter? Gar keiner, Gecko, wir müssen ihm die Maschine wegnehmen Ich habe eine Idee Ich fliege runter und nehme sie, Romeo, weg Dann gebe ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst die Gecko Ich ziehe das blinkende Ding raus und schalte es aus Macht euch bereit für meine Super-Gecko-Muskel Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt Warte Zeit für noch mehr Roboter Und dann waren es wir Katzenbrüller Wie nett von euch meine Roboter-Armee zu vergrößern Roboter-Armee? Ganz recht Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage Und wenn wir uns weigern Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt Okay, zurück zu unserem Plan Achtung, Fellbälle Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super, Eulen Augen Da Gebt sie wieder her, du Snack an der Strockel Der Failball-Knopf klemmt, er feuert weiter Alles gut, nichts passiert Ja, mir geht's auch gut Bei meinen Katzenschnurrhaaren Hackboy, du wurdest vervielfältigt Ich weiß Ich weiß es auch Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso Die Roboter, schaut's! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine Sie soll euch verfehlfachen, nicht den PJ Masks Fürst mir die Maschine zu, dann ziehe ich das Gänzende Ding aus Ich kann nicht, es sind zu viele Roboter Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe Ja, ja, ja Ringelndes Reptiert Jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon Wir werden diese Roboter holen Wihee, wuhu Nein Ja, das war's, Roboter Nicht so schnell Wir, Shins, haben deine Kopien ganz eigene Pläne Was macht ihr da? Ihr müsst ihn wegrollen lassen Ich habe eine bessere Idee Ich drehe den hier, bis ihn ganz schwindelig wird Ich färg den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat Und ich laufe mit meinem, soweit ich kann Das ist ein super Training Tschüss Vorsicht! Roboter, mach diese PJ Masks in die Luft Wir müssen diese Maschine zurückholen Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch Ich habe noch eine Idee Und mit diesen Catboys kann ich schicken Mit den Baumstürmen werden wir Romeo einpferchen Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später Schnell! Oh, nein! Ihr Pyjama-Plagegeister! Die Roboter! Bauen wir stattdessen eine Roboter-Falle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen Ich baue ein Roboter-Katapult Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern Wartet, stopp! Wir brauchen diese Baumstämme Ich brauche sie Stopp! Haltet euch an den Plan, bitte! Ziehen wir meinen Plan durch? Mein Plan! Wartet ab, bis ihr meinen Katapult seht Das ist unfassbar! Was ist bloß, sind sie gefahren? Die ziehen hier dringendurch Genau wie du Ich kann es noch hinkriegen Ich hole die Maschine Keine Sorge Catboy legt Tatze an und schnappt sich den Vervielfältiger Roboter! Schnapp die Plagegeister! Du hast meinen Plan zerstört Hey! Und du meinen! Passt auf! Boah, ist das schwer! Eine Catboy-Kopie-Meister Eine Catboy-Kopie-Meister Das ist eine Katastrophe! Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team, schon vergessen? Tut mir leid, ich hab's vergessen Und meine Kopien erst recht Entschuldigung! Höchste Zeit, ein Hund zu sein Super-Katzen-Tap Wenn wir beide Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen Irgendeine Ahnung, nee, Team Ich hab eine tolle Idee Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen Lasst die Catboys los und schnappt sie euch Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumscham-Erfindungen Hier kommt der Rest Alle auf eure Position Kommt schon, Roboter Was wird ihr Pyjama-Ablagegeister im Schäde? Und jetzt der letzte Super-Katzen-Tempo Schnappt ihr die Katze, Roboter? Nein, bitte, nein! Geh runter von mir! Wir haben's geschafft Jetzt streng deine Gekko-Muskeln an Aber wenn nicht, das blinkende Ding raus Hier verschwindet ihr Wir verschwinden nicht Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy Das nenne ich ein Team Tu es, Gekko Super-Gekko-System Ja! Ja! Ich kriege schon noch Pyjama-Ablagegeister Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden Aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg PJ Masks ruft laut Hurra Vorbei ist jetzt mit der Gefahr Ja! Catboy! All right! Gecko! Los geht's! Sind sie los in der Nacht? Denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske. Wer sind die los? BJ Masks, Pyjama Helden. BJ Masks, Pyjama Helden. Verbrechen zu bekämpfen. Geht du fest? Na, wenn alle im Bett sind. BJ Masks, Pyjama Helden. BJ Masks, Pyjama Helden. BJ Masks! Kona ist der Gewinner des Super-Kid-Pokals. Kona! Kona! Gekos Spezialstein Warum gehen wir noch mal ins Museum? Die Magnetsteinausstellung haben wir doch gestern erst gesehen. Ja, schon, aber ich hab dort meinen Spezialstein liegen gelassen. Ich war traurig, wenn er weg ist. Keine Sorge, Greg. Ich hab Fotos gemacht, weißt du noch? Vielleicht sehen wir ihn. Da ist er! Ich hab ihn für dieses Foto kurz weggelegt. Und dann hab ich ihn dort vergessen. Sag, was ist denn so besonders an deinem Spezialstein? War er ein Geschenk oder sowas? Ja, ich hab ihn von meinem Onkel bekommen. Das ist ein super-seitener Stein vom Mond. Der ist so cool. Und ich trage ihn seitdem ständig bei mir. Dann gehen wir ihn doch holen. Oh! Wow! Wie kommt das denn alles her? Alles ist riesig und echt richtig schwer. Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Es ist sowieso geschlossen. Denn alle magnetischen Steine aus der Ausstellung wurden gestern Nacht gestohlen. Oh nein! Das heißt dann, dass mein Spezialstein auch gestohlen wurde. Wer würde einen Haufen magnetischer Steine klauen wollen? Vielleicht jemand, der bereits einen Magneten hat? Einen Mondmagneten wie Lunagirl. Natürlich! PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Eulett! Ja! Greg will zu. Degi! Ja! Connor will zu. Pet Boy! E.T.J. Miss! Kommt schon! Je eher wir nun eine Girl finden, desto eher habe ich meinen Spezialstein wieder. Zum Eulengleiter! Oh, was ist da los, Eulett? So wie es aussieht, erzeugt ein Magnetfeld erhebliche Störungen. Ich fliege uns da lieber raus. Nein! Wenn der Mondmagnet das verursacht, führte er uns zu meinem Spezialstein. Wir müssen alle Steine finden, Deggo. Gib dein bestes Eulett. Mach ich, aber haltet euch fest, denn hier werden gleich viele Federn gerupft. Wow! Ein Zug in ihrem Mondmagnetstrahl? Sie hat noch nie zuvor etwas so schweres hochgehoben. Sehen wir uns doch mal an, wie Luna Girl das sieht. Oh, toll! Mein Ultramagnet ist jetzt mega super stark. Stark genug, um alles zu kriegen, was ich haben will. Eulen Augen! So ist es also. Luna Girl hat die magnetischen Steine verwendet, um ihren Magneten turbostark zu machen. Aber hat sie auch meinen Stein? Ich glaube schon. Ich schnapp mir jetzt den Mondmagneten. Eulenkorn, ausfahren! Warte, tu das nicht! Mein Spezialstein könnte kaputt gehen. Super Eilechsengriff! Gekko, dein Stein ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit. Komm wieder rein! Ich bin sicher mit meinem Super Eilechsengriff. Ich hole mir den Mondmagneten im Fabellfliegen. Na gut, Gekko. Aber dazu schalte ich den Lautlosflugmodus ein. So können wir uns an Luna Girl anschleichen. Oh, Luna Girl, du hast etwas aus mir gehört. Hm? Wie ist es, sie kriegen wir bisher? Montenergie, schnapp dir die Pyjama-Blage, Geister! Oh! 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 Gekko, du hast uns auffliegen lassen. Es tut mir leid. Ich war so wütend, dass Luna Girl mir meinen Stein geklaut hat. Gekko, dein Stein ist nur ein Ding. Die Mission ist viel wichtiger. Wir müssen alle Steine wiederfinden. Schon vergessen? Und diesen Turbo-Grennen-Magneten stupfen bevor... Gekko! Ha! Ihr Nulten habt keine Chance gegen meinen Ultramagneten. Nehmt das! Super-Gekko-Tarnung! Oh! Yay! Gekko, wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe! Gekko? Ha! Wichtig! Ah! Machen! Weg da! Gekko, alles in Ordnung? Ja. Du musst diese magnetischen Steine zurückgeben. Gib mir wenigstens meinen wieder. Das ist der Weiße da. Um dann nicht mehr alles zu bekommen, was ich haben will? Niemals! Er ist wirklich was Besonderes. Ha! Was Besonderes? Was soll an dem denn so besonders sein? Er ist es eben. Bitte, er stammt direkt vom Mond. Vom Mond? Hm, ich hab eine Idee. Was? Wie meinst du das? Ganz einfach, Katzenklo-Bubi. Wozu brauche ich die anderen Dinge, wenn ich mir den Mond vom Himmel holen kann? Ganz für mich allein. Danke, Eidechsenfuß. Nein! Warte, das geht nicht. Das ist dumm und sehr gefährlich. Mir doch egal. Ich will meinen Mond haben. Es tut mir leid, Leute. Ich wollte sie nicht auf diese Idee bringen. Es ist mir so rausgerutscht. Ist schon gut, Gekko. Aber jetzt müssen wir sie aufhalten. Im Eulengleiter zu fliegen ist zu riskant. Sie kann ihn mit ihrem Turbomagneten angreifen. Keine Sorge, ich hab einen PJ-Plan. Aber du musst dabei mitmachen, Gekko. Und darfst nicht deinen Spezialstein suchen. Ich bin dabei, Catboy. Okay. Wir sind zu dritt und müssen uns um drei Dinge kümmern. Luna Girl, ihren Magneten und ihre Motten. Und so werden wir es machen. Das ist es. Das ist das Allerbeste. Nur für mich allein. Mondenergie? Hol mir den Mond. Ja. Mit meinem Ultramagneten wirst du mir gehören. Nur mir. Nicht, wenn die PJ Masks eingreifen. Mein Mondstein. Motten? Schafft mir dieses Federvieh vom Hals. Nicht so schnell, Motten. Ich hab die, Motten. Und Eulette beschäftigt so lange Luna Girl. Schnapp dir den Magneten, Gekko. Mein Stein. Aber Gekko, das ist nur ein Stein. Der Magnet. Hol dir den Magneten. Oh, er ist doch so nah. Komm, Mondbart, los. Oh. 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 Diese dumme Eidechse liebt ihren Stein wirklich sehr. Aber das ist nur ein Stückchen vom Mond. Ich will aber den ganzen. Ihr habt mir dabei geholfen. Und das alles nur wegen eines Steins. Du hältst mich jetzt nicht mehr auf Eidechsenfuß. Mondi, Beggy. Hol den Fuß. Ringelndes Reptil. Es ist wahr. Ich hab die ganze Mission verdorben. Nur wegen eines Stings. Höchste Zeit, ein Head zu sein. Husch. 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 Huch. Danke, Gekko. Aber was machen wir jetzt? Ich weiß, wie wir sie stoppen können. Ich muss nur meinen Spezialstein hochwerfen. Hey. Hey. Was ist da los? Der Mondmarkt, den sollte doch am Mond kleben bleiben. Oh, das tut er auch. An meinem Stückchen Mond. An meinem Spezialstein. Großartige Idee, Gekko. Nicht sehr lange, Brüder Gremlin. Euren Flügel weg. Schnell. Während sie beschäftigt ist, holen wir uns die andere Magnetsteine wieder. Ja. Super Katzensprung. Ich hab ihn. Aufhören, ihr Stein-Ebel. Nein, die gehören mir. Mir allein. Wir haben alle Steine. Mein Magnet ist jetzt nicht mehr stark genug, um den Mond zu klauen, Luna Girl. Ha. Aber noch stark genug, um das hier zu machen. Und ich bin stark genug für das hier. Super-Gil-Koroskel. Ah. Und weg mit dir, Luna Girl. Na, das werden wir gewünschen. Gut, der Mond bleibt dort, wo er hingehört. Und ohne diese Steine hat ihr Mondmagnet nicht mehr die Kraft, ihn nochmal zu bewegen. Es war wirklich tapfer von dir, dann einen Spezialstein zu opfern. Geht's dir auch gut? Ja. Aber wir haben immer noch ganz schön viel aufzuräumen. Es liegen ein ganzer Zug und eine Rakete vor dem Museum. Das machen wir gemeinsam. DJ Masks ruft laut Hurra. Wobei ist jetzt mit der Gefahr. Wieso gehen wir wieder ins Museum? Damit wir dir einen neuen Stein aus dem Geschenkeladen besorgen können. Er wird nicht so einzigartig sein wie dein Mondstein, aber... Oh, danke. Aber es ist okay, keinen Spezialstein zu haben. Das ist nur ein Ding. Und Dinge sind nicht so wichtig. Obwohl mein Stein was ganz Besonderes war. Er hat uns schon geholfen, die Lage zu retten. Vielleicht will ich doch einen neuen. Oder vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht nicht. Gut, dass Entscheidungsstärke nicht zu deinen Spezialkräften gehört. Tja, sonst bekämen wir nie was auf die Reihe. Tja, sonst bekämen wir nie was auf die Reihe. Hier sind ein Kind. Zu bekämpfen. Geht und bestellen. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! PJ-kraft-Paket Wieses Blit. Blum, ich bin PJ-Hobo. Piep. Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, das heißt, dass er dich cool findet. Oh, ich finde ihn auch cool. Er ist unser neuer PJ Masks. Toll, dass er einer von uns ist. Aber was hat er eigentlich so drauf? Tja, er kann gut mit Maschinen umgehen. Und er macht eine tolle Roboter-Mondrehung. Fliep, blub, bliep, bliep, bliep. Was? Klebeklatscher, Nachtninja. Das ist nie gut. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amalia wird zu. Eilett! Ja! Greg wird zu. Deko! Ja! Also, da wird zu. Catboy! Die PJ Masks! Hey PJ Robo! Coole Moves! Oh, du kannst den Katzenflitzer nicht fahren. Das ist schon mein Job. Du probierst neue Sachen am Hauptspeicher aus, stimmt? Kein Problem, Kleiner. Das lernst du noch. Cooles Chamäleon. Du hast mein Funkgerät in einen Videoprojektor umgewandelt. Äh, wir haben schon was, womit wir kommunizieren. Ganz genau. Over. Ja, aber guter Versuch. Weiter so. Hey, schau uns, da ist Nachtmenger. Was haben die vor? Finden wir's raus, zum Katzenflitzer. Äh, PJ Robo? Los, kommt. Wir nehmen den Eulengleiter. Ich kann sie nicht sehen. Kannst du PJ Robo ins Funkgerät holen? Was haben wir? Ja, genau. Oh. Oh, ja. Oh, hin, auf! Runter zur Landung! Haratscha! 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 Ihr werdet besser. Konzentration, Angelinos. Hey! Hört auf! Was immer ihr macht. Was immer wir machen? Das ist die alte Kunst der Ninja-Finger. Wir arbeiten an unseren Ninja-Kräften. Damit können wir jedes Gebäude levitieren lassen und stehlen. Welches wir wollen. Und ich will... das hier. Levi-was? Levitieren. Das bedeutet anheben. Er wird das Gebäude anheben und es mitnehmen. Gekamla Gekku, das sind üble Neuigkeiten. Oh, das ist kinderleicht. Deine dummen Ninja-Finger haben keine Chance gegen unsere PJ-Kräfte Nacht-Ninja. Super Katzen-Tempo! Super PJs! Super Eindexen-Wild! Was ist das? Picharobo! Super Bio. Picharobo! Super Moon! Achte. Super rupe! Super Spray! Super Mutter! Superahiş! Super Hupe! Super BeALL! Er bewegt sich wie ein Panda. Schnell, halt seine Schnecke. Catboy, Gecko, was ist hier los? Unglaublich. Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie. Ihr anderen, holt euch die Gebäude. Die ganze Staats. PJ Robo hat angerufen. Er hat irgendwas am Hauptrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den hab ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren. Wegen etwas, das PJ Robo getan hat. Oh je. Vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Merven zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat. Er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Er hat immer versucht zu helfen. Wollte den ganzen Platz erfahren und er hat auch versucht, meinen Funkelwert zu verbessern. Gar keiner, Gecko. Es hat nicht geklappt. Wir hätten ihm helfen sollen. Er wollte nur Teil der Mission sein. Aber Peter, Robo, es ist nicht seine Schuld. Ja, wir kriegen auch nicht immer alles hin. Nein! Was ist das? Was ist das? Wir müssen sie an which one make surement information. Wie ist das? Der Tür ist bald. Der Tür ist schnell! B.J. Robo! B.J. Robo! B.J. Robo! B.J. Robo! B.J. Robo! B.J. Robo! Er hat seine Energie verwendet, um die Tür zu öffnen. Er hat sich selbst geopfert, um uns zu retten. So wie ein echter PJ Maske. PJ Robo! Bei meinen Katzenschnurrahmen. Was ist das? Das ist ein Kristall, den ich vorhin gesehen habe. Okay, keine Sorge. Ich schaff das. Pass auf! Was es auch ist, es scheint mit unseren Kräften zu tun zu haben. Ich schaff's doch nicht. Versuchen wir's zusammen. Wir kriegen das hin. Wir sind immer noch die PJ Masks. Wir alle. Es passiert was. In meinen Armen kribbelt es. In meinen auch, Gekko. Je stärker ich drücke, desto heftiger wird es. Nichts aufgeben! Catboy! Gekko! Eilett! Wow! Was ist das für ein Kristall? Ich fühle mich irgendwie fantastisch. Ich mich auch. Hey, PJ Robo, du hast dich heute bewiesen. PJ Masks, wie wär's, wenn dir Nachtninja zeigt, wer hier der Wolf ist? Ja! Ja! Was? Ich habe Superkatzenstreifen. Juchzen! Was? Supergeckoschindel! Ich bin unversiegbar! Superold! Seht ihr das? Wie cool! Was ist da passiert? Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gecko. Und sie sind fantastisch! Und das alles dank PJ Robo! Nächstes Mal kriege ich euch PJ Mads! Ja! Ja! PJ Robo! Vorbereit jetzt mit der Gecko! 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 Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wir sind die Lust! PJ Mads, Pyjama Helden! PJ Mads, Pyjama Helden! Kein Lächeln! Zu bekämpfen! Geht es besser! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Mads, Pyjama Helden! PJ Mads, Pyjama Helden! PJ Mads! Mondsüchtig Teil 1 Das Rennen zum Mond Wer von euch kann mir sagen, was das ist? Oh, das ist einfach! Das ist der Mond! Nur, dass er viel orangefarbener ist, weil er aus Käse besteht! Hab ich recht? Nicht ganz! Der Mond besteht nicht aus Käse! Bedauere, Cameron! Das ist ein Erntemond! Und den gibt es nur einmal im Jahr! Und wisst ihr was? Wenn ihr heute Abend aus dem Fenster schaut, könnt ihr den echten Erntemond strahlen sehen! Der Mond ist so cool! Ich liebe ihn! Ja, wisst ihr, wer ihn noch liebt? Werwölfe? Oder war es der Wolfsmann? Luna Girl! Na klar! Sie wird den Erntemond auf keinen Fall verpassen! Wetten, dass sie heute Nacht nichts Gutes im Sinn hat! Nicht, wenn wir es verhindern! PJ Mads sieht jetzt nichts wie los! Denn wir werden erst, wir werden groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Amaya wirkt zu! Eulett! Ja! Greg wirkt zu! Heulett! Gekko! Ja! Ja! Heulett! Heulett! Catboy! J-J-Test! Ja! No! Ja! 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 Ich wusste es. Zum Katzenblitzen. Wow! So sieht also der Erntemond aus. Hahaha! Sekunde mal! Das ist allein mein Erntemond. Was soll das heißen? Dein Erntemond? Sieht euch nur meinen Mondmagneten an. Der Erntemond hat ihm ne Superladung verpasst. Endlich kann ich zum Mond fliegen und mein Königreich in Anspruch nehmen mit all seinen wunderbaren Schätzen. Königreich? Schätze? Wovon redest du da überhaupt? Natürlich vom mächtigsten Schatz aller Zeiten. Und das, meine Lieben, ist der Erntemondkristall. Sobald ich den in die Finger kriege, kommt niemand mehr gegen mich und meine Kräfte an. Ja, klar. Was? Ihr glaubt mir wohl nicht. Aber wenn ihr mich das nächste Mal seht, möcht diese Schlupfen ganz allein mir gehören. Mir! Bis dann, PJ-Plagegeister! Hahaha! 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 Die tut doch nur so. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Hat einer von euch sie da schon mal machen sehen? Das können wir nicht riskieren. Am besten wir folgen ihr. Warte, meinst du auf den Mond? Wir haben keine andere Wahl. Wir fliegen mit dem Hauptquartier im Raumschiff-Modus. Ja! Ich wollte schon immer mal ins Weltall. Los, zum Hauptquartier! Ihr wollt das also wirklich machen? Also wirklich? Wirklich? Hör zu. Wenn der Mondkristall tatsächlich echt ist, müssen wir verhindern, dass der Luna-Girl in die Hände fällt. 30 Sekunden bis zum Start. Also, PJ-Robo, du weißt, was zu tun ist. Auf eure Stationen! Ouellette, Gekko, alles klar? Klar! Alles klar! Na gut. PJ-Robo, in 3, 2, 1, Start frei! Okay, PJ-Robo, beginne mit der Transformation. Und los! Ja! Möhm! manners Und los! Nächster Halt, der Mond. Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann. Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was ist, wenn Luna Girl nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschätzt zurück. Das können wir nicht riskieren, Gekko. Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig. Das wird klasse. Wer weiß, was da draußen ist? Das ist ja das Problem. Gut. Gekko, hast du den Kurs eingegeben? Gekko? Oh, ja. Kurs eingegeben. Wir sind bereit. Wenn ich erst mal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen. Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal die PJ Masks. Oh, da ist dein Tod im Fallraumschiff. Ha. Was? Oh nein, vergesst es. Das ist mein Auftritt und den werdet ihr mir nicht verderben. Nehmt den. Oh, oh. Das ist die Zeit. Was soll das heißen? Da nähert sich was. Luna Girl versucht uns vom Kurs abzubringen. Wir müssen diesen Kugeln ausweiten. Eulett, das ist dein Ding. Mit Vergnügen. Festhalten. Ich sehe sie ja. Aber sie sind einfach zu schnell. Festhalten. Tut mir leid. Der Letzten konnte ich nicht ausweichen. Ist nicht deine Schuld. PJ Rubo, ist das Schiff in Ordnung? Einen Schaden? Wie schlimm ist es? Ich meine, wir können das doch reparieren, oder? Wir kommen doch wieder nach Hause. Jungs, ich muss das Raumschiff landen. Haltet euch fest. Ich glaube, das wird gleich ein bisschen holprig. Das wäre geschafft. Gute Landung, Eulett. Schadensmeldung? Endlich. Endlich bin ich angekommen. Also, wo ist dieser Mondkristall? Hey! Was macht sie da? Sieht irgendwie nicht gut aus. Los, folgen wir ihr. Vielleicht sollte ich lieber hierbleiben und PJ Rubo bei der Reparatur helfen. Danke, Gekko, aber es ist besser, wenn wir alle gehen. Wir wissen nicht, was Luna Girl dieses Mal vorhat. Alles okay? Na ja, nicht wirklich, weißt du, es ist... Ich war noch nie von zu Hause weg. Und hab Angst, dass wir hier festsitzen. Ich vermiss mein Zuhause. Kann ich gut verstehen. Mir ging so, als ich das erste Mal bei Freunden übernachtet hab. War deine erste Übernachtung auf dem Mond? Trillionen Kilometer weg von zu Hause? Nein. Ich sag dir was. Wieso bleibst du nicht hier und bewahrst das Schiff, während PJ Robo es repariert? Sehr gute Idee. Okay, du hast jetzt das Kommando. Viel Glück zu den PJ Gelände Bikes. Viel Glück, Leute. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Aktiviere PJ Gelände Bikes. Schaut für Oma auf Helmkommunikation. Aktiviere die Helmkamera. Oilette an Gekko, hörst du mich? Ich hör dich. Hey, ich kann alles sehen, was ihr seht. Cool. Halt für uns die Augen offen, Gekko. Oilette! Wer ist sie? Los, hinterher! Ist das meine? Ach, Moment, hab ich mein Blickplatz erwartet? Endlich! Nicht so schnell, Luna Girl! Super Katzen-Tempo! Wo ist denn jetzt los? Hey! Einziger Wind! Tut mir leid, Peter-Plagegeister. Eure Kräfte funktionieren hier oben nicht wie auf der Erde. Und jetzt? Entschuldigt mich. Ich bin nämlich gerade an etwas Großem dran. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hä? Oh-oh. Das heißt nichts Gutes. Wow. Mal sehen, was der Kristall noch so kann. Ha! Ah! Ah! Leute, was ist da draußen los? Alles klar bei euch? Ted Boy? Oilette? Ah! Oh-oh! Oh-oh. Oh-oh. Ah! Oh-oh. Oh-oh. Hast du uns? Oh nein! Catboy! All that! Gekko! Los geht's! Geht sie los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen, zu bekämpfen, geht am besten. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! Das Wettrennen auf den Rätselberg. Kommt schon, die Schriftrolle vom Rätselberg. Sie ist dort drüben. Äh, was ist nochmal eine Schriftrolle? Ein antikes Stück Papier. Die Leute vom Museum haben es vor kurzem im Kellergewölbe entdeckt. Der Legende nach gibt es oben auf dem Rätselberg einen goldenen Ring. Wer immer ihn auch trägt, erhält die Macht der ultimativen Ninjalichkeit. Ninja was? Das heißt, man wird zum mächtigsten Ninja aller Zeiten. Oh, sie ist fern! Seht nur, Seile! Nachtninja! Er will den Berg finden. Und den Ring. Wir müssen ihn aufhalten. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Hö! 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 Amaya will zu Oilette Ja Greg will zu Gekko Ja Connor will zu Head by Doch Ninja darf nicht zum Rätselberg gelangen Gibt es eine Spur, PJ-Robo? Da, Ninja-Lin aus hinter dem Museum Er sagt, er will unbedingt mitkommen Er kann die Schrift entschlüsseln Hey, das ist keine üble Idee PJ-Robo, komm mit Zu den PJ-Gelände-Bikes Versprich mir, dass du gut auf dich aufpasst Also Laut der antiken Schriftrolle Erscheint der Berg, wenn ich das Portal öffne Richtig Und das Portal soll angeblich hier sein Richtig? Wenn du so clever bist, dann öffne du es Seht ihr auch, was ich sehe? Dachtet ihr, ihr kommt zum Rätselberg? Träumt ruhig weiter Ausschließlich dieser Ninja hier bekommt den Ring der Ninja-lichkeit Bis dann Man sieht sich irgendwann Wir müssen da rein und den Ring als Erste finden Wenn er ihn ansteckt, ist er unverwundbar Wie sollen wir da durch? Ich weiß nicht viel über magische Portale Aber das hier sieht geschlossen aus Super gemacht, PJ-Robo Gut, dass du da bist Los Katzenohr Ist der ganz sicher in die Richtung? Folgen wir ihn Wartet, wenn der Ring aus dem Gipfel ist Fliege ich einfach hoch und hole ihn Ein Kinderspiel Plan B? Das war Plan B Zurück zu Plan A Folgen wir den Ninja Es ist fast so, als wäre der Schlamm vermischt mit Wacht Ninja, entkommt uns Wir lassen die Geländebikes hier Gehen wir Ich kann den Waldrand direkt vor uns sehen Eine Abkürzung? Gut, wenn du dir so sicher bist, dann geh doch vor Wer weiß, was für Kräfte Night Ninja bekommt, wenn er als Erster den Ring hat Du kannst drauf wetten, dass ich ihn als Erster kriege Und wenn ich ihn habe, glaube ich nicht, dass ihr Pyjama-Plagegeister noch eine Chance gegen mich habt Und bis dahin, beschiss sie! Gibt es noch einen anderen Weg? Hier muss es jede Menge Geheimdurchgänge geben Du bleibst hier und schickst sie in die falsche Richtung Schau mich nicht so an Wir kommen zurück und holen dich Höchstwahrscheinlich Wo sind sie lang? Also dann, hinauf! Catboy, warte! Der wutige Catboy auf dem Weg zum Gipfel Der Ring der Ninjalichkeit wird ihm gehören Hab ich dich sagen hören? Du würdest den Ring bekommen, Catboy? Tja, danke! Die sind wirklich klebrig! Catboy, Vorsicht! Danke! Gern geschehen! Ich klebe fest! Huah! 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 Halt durch! Ich komme! DJ Robo, du kommst mit mir! Wir sind direkt hinter euch! Sesam, öffne dich Gut, dann machst du dich nützlich Wow, das ist unglaublich Der Ring muss hinter den Toren sein Er darf nicht als erster dort ankommen Komm schon Aus dem Weg Da ist ein Ninja-Rambach nötig Jetzt ist Schluss, Nacht Ninja Ich hab die Schriftrolle anständig gestohlen Wenn der Ring der ultimativen Ninjalichkeit da drin ist Gehört er mir Ninjas übereinander Cool Oh ja, sehr cool Wenn man ein Meister-Ninja ist Und kein blöder Superheld Wenn jemand den Ring der Ninjalichkeit bekommt, dann wir Er gehört in die Hände eines Helden Der Ring gehört mir Super Katzensprung Was? Der Ring, er muss da drin sein Hey, ich hab ihn zuerst gesehen Oh, das sieht nicht gut aus Ich hab ihn zuerst Souffern Tut mir leid常 Achs müssen wir als ein Ich hab ihn zuerst Angst Was ist los? Und wo ist Catboy? Wir müssen da rein Ich komme, aber ich bin so nah dran. Ich hab dich. Oh, klasse. Was jetzt? Halt dich einfach fest? Pett-Boy? Man, bin ich froh, euch zu sehen, Leute. Wie wär's mit Hilfe? Supergecko-Muskel! Stab! Pantschuh! Also gab es einen leichteren Weg hinein? Ach, wieso hast du mir das nicht gesagt? PJ, Rosteimer hat dir geholfen? Was? Mein Ring! Dann nächstes Mal. Doch, Vorsicht! Verschwinden wir von hier! Los, 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 los! Ah! 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 Raphael Absch Kathryn-Geeley-Jau! Das wirst du nicht tun. Du kommst mit uns. Katzen streifen. Ihr habt mich vielleicht dieses Mal vom Ring der ultimativen Ninjalichkeit ferngehalten. Aber es ist noch nicht vorbei, Pyjama-Plagegeister. Kommt schon, Ninterlinos. Wie cool war das denn? Und es hieß, es wäre nur eine Legende. Wer weiß, was da oben noch alles ist. Geheime Mächte? Mächtige Geheimnisse? Naja, wir werden sicher zur Schnelle sein, wenn Nachtninja seine Finger wieder im Spiel hat. Peter Mest ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 PJ Mest sind Pyjama-Helden. PJ Mest sind Pyjama-Helden. PJ Mest! Osterwölfis Oh Mann, ich kann nicht glauben, dass wir nur noch einen Tag bis Ostern haben. Und nicht zur großen Ostereiersuche. Wisst ihr, was wirklich toll wäre? Wenn ich nicht einen ganzen Tag warten müsste, sondern mein Ei sofort essen könnte. Oh, das würde aber doch die ganze Vorfreude verderben. Freude und Warten passen nicht in einen Satz, finde ich. Okay Kinder, ich sammle nun eure Eier ein und verstecke sie für die morgige Suche. Oh, kann ich das eigentlich jetzt schon essen? Keine gute Idee, Greg. Schokolade ist was Besonderes. Zu viel auf einmal kann schlecht für dich sein. Wisst ihr, was wirklich schlecht für mich ist? Diese ganze Warterei. Ja! Ja! Du schummelst. Nein, tue ich nicht. Ich suche, ich suche nur den schnellsten Weg von dem Versteck in meinem Bauch. Pothensporen? Welfi ist auch da jakt. Sie sind hinter meinem Eiherr. Ich meine hinter allen Eiern. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu. Amaya, der zu. Oilette! Ja! Greg, der zu. Get out! Ja! Kuck, der zu. Get out! Ich wusste es, Belfi-Alarm, RIP, Heuler und Kevin. Leute, wieso habt ihr mich nicht vorgewarnt? Keine Zeit, wir müssen Schoko-Eier klauen. Ihr, lasst uns loschnüffeln. Pfoten weg von unseren Eiern zum Gekomobil. Wenn wir uns beeilen, sind wir vielleicht dort bevor ... Oh nein! Hurra! Ein Schokoladen-Ei! Hurra! Geschlecht, verschlecht. Zögerst du es? Zweck im Nu! Leute! Können wir nicht einfach teilen? Äh ... Durch drei? Oh! Jetzt her! Wir sind erstmal beschäftigt. Währenddessen suchen wir den Rest der Eier und verstecken sie vor den Wölmpis. Ja! Turmo-Eier-Suche! Auf die Plätze! Fertig! Oh! Ja! 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 Hmm ... Ich bekomme es in die Probe. Anschieben! Uiah! Gewonnen ist gewonnen. Äh, Heula, das sieht nicht wirklich aus wie ein Ei. Es sieht aus wie eine ... ... rohe Zwiebel. Hahaha. Felserfager. Catboy hilft, er trifft. Wir sind die Gewinner. Klasse, alle gefunden. Jede einzelne. Süße, äußerst christliche. Leckerei. Mh. Nur einen kleinen Bissen. Eko! Nicht! Schokoladfager. Entschuldigt. Ich konnte einfach nicht warten. Schnell, Catboy, wir lenken sie ab. Und ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule und bewache sie. Bewachen, nicht verschlingen. Verstanden? Warte bis morgen früh. Es wird sich lohnen. Ich verspreche zu dienen und zu beschützen. Gehe. Die Winterpuppersage? Schokoladenwind. Also so in Wetter gefällt mir. Riesenalter. Juhu! Wie geht's gut? Juhu! Au! Juhu! Keine Sorge, Aya. Bleibt in Sicherheit. Ich passe auf euch alle auf. Auf jedes einzelne, leckere, schokoladige, samtige von euch. Boah! Halt dich zurück, Gekko. Du hast es versprochen. Bewachen, nicht verschlingen. Warte bis morgen früh. Ah! Uah! Oh! Mega eilig! Lecker! Meins, 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 meins! Ha! Schaut ihr Fellgesicht ab. Zwei, vier, sechs, acht. Hättet ihr wohl nicht gedacht. Was? Eine Kartoffel? Oh! 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 Leute, schaut! Da sind diese Pyjama-Kids. Was wollen die denn hier? Das Ganze war nur eine Welfi-Falle. Und ihr Fellhirne seid drauf reingefallen. Nein, du bist drauf reingefallen. Das ist falsch. Diä Spirit! Oh! Mission 1 erfüllt. Ah. Oh. Nur noch einen Bissen. Gekko! Du hast es versprochen. Was? Oh nein, Leute. Das tut mir so leid. Was ist nun mit mir passiert? Schokoladen-Jackpot. Zeit für eine nächtliche Schokoladen-Party. Du weißt doch, dass zu viel Schokolade nicht gut für dich ist. PJ Masks! Lasst uns rein! Sind ganz allein und... lassen euch nicht ins Haus herein. Dann macht euch jetzt bereit für den Wölfie-Rudelangriff. Juh-Juh-Huuu! Juh-juh-Huuu! Ach, ah! Oh, oh, oh... Oh, 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 oh! Waaah, ah, ah, ah! Oh, 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 oh! Oh, ja, ah, 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 ah! Waaah! Wir sind wieder weg! Ah, 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 ah! Mir geht's gut. Es ist nicht zu schaffen. Doch, wir husten und wir prusten. Wir werden die Schule zusammenpusten. Habt ihr neulich so ein Buch gegessen? Lasst uns husten und prusten. Was soll das? Es funktioniert nicht. Natürlich funktioniert das nicht, du Fellhirn. Du hast es dir nur ausgedacht. Ip, 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 Ip. Fantastisch! Ultraschallheuler? Nicht cool für die Schule. Das ist alles meine Schuld. Ich muss die Wölfis aufhalten. Schon okay, Gekko. Wir schaffen das. Katze und Eule gegen das Geheule. Der Ultraschallheuler ist zu stark. Ich habe allen die Eiersuche verdorben. Nur weil ich nicht warten konnte. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Im Ernst, Gekko? Jetzt ist nicht die Zeit für noch einen Mitternachtssnack. Nein, aber Zeit für ein Mitternachtsschleichen. Boah! Ja-joo-joo! Linginga-ling! Abendessen! Kip, 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 kip. Meins, meins! Meins! Meins, meins! Meins, 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 meins. Mir geht's gut. Das nenne ich mal ein Mitternachtssnack. Heiko, du hast es geschafft. Um die Eier der anderen zu retten, hast du deins hergegeben. PJ Masks ruft laut Hurra. Vermeist jetzt mit der Gefahr. Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske an, wer sind die los? PJ Masks, Pyjama Helden, PJ Masks, Pyjama Helden. Verbrechen zu bekämpfen, Gettobestand, na wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama Helden, PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks! Halloween Gaunert-Heilswacht. Alles läuft genau nach Plan. Halloween gehört uns Schurken. So wie es sein soll. Hey, das ist auch die Gittigkeit. Los, dein Arzt! Schuringer Leopard, die bösen Schurken arbeiten zusammen. Das sind gleich drei Albträume in einem. Bitte komm, PJ Robo. Du musst uns helfen. Hey, die Idee. Er will die Motten hinters Licht führen. Macht euch bereit. PJ Robo ist ein echt helles Köpfchen. Es ist ein echtes Gesetz. Aber sie lassen uns immer noch nicht los. Ich habe eine Idee. Auf mein Zeichen. Eins, zwei, drei. Hitzeln! Oh, danke, Ouellette. Und danke auch an PJ Robo. Kai, als Hunde verkleidete Kinder haben sich unsere Süßigkeiten geschnappt. Das war's wohl mit Halloween. Wer heult hier? Captain Cameron hilft dir! Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen. Captain Cameron! Ja! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen. Cameron glaubt nur, er wäre ein Held. Tja, wenn wir die Nachtschurpen nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein. Wir müssen uns konzentrieren. Katzenohr! Die Wölfis! Klingt, als wären sie irgendwo im Park. Los, kommt! Spürt die Superkraft des Halloween-Wolfmonds! Jipp, jipp, jau! Los, komm jetzt! Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden. Schon erledigt, Leute. Ich habe sie in ein super geheimes Versteck gelegt. Cool! Und wo ist es? Ich, ähm... Es ist so geheim, dass ich vergessen habe, wo es ist. Komm schon! Bild nach, Kevin! Wisst ihr, ich habe extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern. Jetzt muss er mir nur wieder einfallen. Hm, Tüten klingt wie Brüten. Also sind die Süßigkeiten sicher... In einem Nest! Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen! Rip, Heuler! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser! Einen Knochen! Gut, dass wir noch unseren Super-Welfies gesehen haben. Ich wusste, die Straßenköter würden es vermasseln. Hey, Leute! Die sind Spunfülle hierher! Die PJ Masks? Aber die habe ich doch abgehängt! Mein raffinierter Halloween-Plan geht den Bach unter! Ach, jetzt reg dich nicht gleich auf! Wir brauchen einen Angriffsplan! Bleib einfach hier! Die Pyjama-Plagegeister werden ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden! Siehst du? Das ist gar nicht so schwer! Hey, Welfies! Habt ihr was verloren? Nee! Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand ein Leckerbissen! Hot Dogs sind meine Lieblings-Leckerbissen! Das ist es! Oh, Süßigkeiten! Süßigkeiten! Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs! Aber das ist doch kein Reim! Und wo bewahrst du deine Hot Dogs normalerweise auf? In der Hütte! Rudelrauferei! Wir müssen als Erste bei der Hütte sein! Super-Katzentempo! Wow, wir haben alle Süßigkeiten gefunden! Ja! Klasse! Aha! Ich hab euch auf frischer Tat erzappt! Es ist nicht so, wie es aussieht! Bei den Ringen des Saturns! Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit! Autsch! Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen! Und er hatte tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden! Zack, wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du kannst dich nicht verretten, Gecko! Aber er, er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun! Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut! Das ist so unfair! So viele Tüten voller Süßigkeiten! Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten! Oder auch nicht! Flatterne Federn! Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen! Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen! Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Ähm, ähm, du kannst erschöpfen! Das sind nur Kostüme! Du bist Captain... K-K-K-K-Kammeron! Hör auf zu Stammeln und her mit den Süßigkeiten! Hör auf zu Stammeln! Huah! Huah! Bleib stehen! Hä? Fink mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen! Sag bloß, du bist ein neuer Superheld! Ja! Ich bin Captain Cameron! Interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls! Keine Orthogramme! Ich bin auf Mission! Wow! Warst du schon auf dem Mond? Noch nicht! War viel los heute Nacht? Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss schnell von hier verdurften! Wusch, wusch, wusch! Tsch katika tschuka tschu-tschu! Tschuka 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 tschu-tschu! Er ist kein Held! Schnapp die Süßigkeit! Leitlich掉! Ich entwache den interplanetarischen Sturm! Ja! Ha-ha-ha-ha! Jetzt! Oh, ein Pflügelbiss! Oh, ein Pflügelbiss! Oh, ein Pflügelbiss! Aua. Boah, hab ich das etwa getan? Dieses Kostüm werde ich's nie wieder ausziehen. Verschwinden, wir fahren hier! Los, los, bevor er uns in den Weltraum schießt! Dann muss wohl ein echter Held aushelfen. Ninja Linus, worauf wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten? Hey, los, hinterher! Wie? Was? Wohin? Alles klar! Meine Superkräfte haben sie wirklich weggefegt! Mitsamt den Süßigkeiten! Oh, nein! Ähm, wo gehen wir jetzt lang? Oh, hin auf! Wie's aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation! Unter der Erde? Komm schon, jetzt sprengen wir die Party! Wer hat diesen Ort als unser Versteck ausgesucht? Es ist feucht hier! Und dunkel! Und gruselig! Wer war das? Das ist nur dein Echo! Ah! Unsere Wolfskräfte werden ohne das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer! Es gibt keinen Halloween-Wolfsmond! Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles! Heißt das? Wir sind keine Super-Wolfies? Schluss mit diesem Gejammere! Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern! Juhu! Also, teilen wir die Süßigkeiten auf! Nicht zu fassen, dass Sie das durchziehen können! Was machen Sie jetzt? Wir sind in Unterzahl! Haha! Wir haben es geschafft, die Pyjama-Klagegeister im Kreis laufen zu lassen! Und das dank meines brillanten Plans! Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee! Was ist das mit uns? Und mal einen supergenialen Hotdog rein! Oh, Süßigkeiten! Oh, Süßigkeiten! Das reicht sich nicht! Wow, den Ruhm einzustreichen ist Ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit! Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir! Mir war es vorhin auch wichtiger, wer den Ruhm einstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten! Aber was, wenn wir das gegen sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark! Aber ein kleiner Trick könnte sie auseinander bringen! Das klingt nach einem super Plan! Voila! Ten für mich und zwei für jeden von euch! Fair und gerecht! Wo hast du zählen gelernt? Oh, Mann! Lecker! Weder fair noch gerecht! Äh, Leute! Da bleibt es dein Geist! Au! Sowas wie Geister gibt es nicht! Es ist Luna Girl! Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen! Will ich nicht! Aber, da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr! Blödsinn! Meine Ninja-Tricks sind die besten! Also sollte ich das meiste bekommen! Aber wir haben die Beutel geklaut und verschweckt! Wir sollten das meiste bekommen! Und wie wär's mit? Gar nichts! Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben! Der Alldachsen-Bubi! Haltet ihn auf! Zuerst müsst ihr nicht aufhalten! Super-Katzen-Streifen! Was? Super-Katzen-Katzen-Bubi! Ha! Jetzt bekomme ich mehr! Super-Katzen-Streifen! Super-Katzen-Streifen! Kommt schon! Das ist unsere Chance, uns alles zu holen! Super-Ein-Feder! Ja! Ah! Ihr PJs könnt einem echt den Spaß verderben! Total macht Spaß! Ihr könnt meine Süßigkeiten haben! Fröhliches Halloween! Oh! Wir werden es wohl niemals lernen! Hallo! Es ist der Weltraum, Junge! Er ist zurück, um uns zu holen! Ich bin Käpt'n Cameron! Ich habe euch umzingelt! Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus! Ah! Ah! Mia! Befortmesser die Befehle des Käpt'ns! Ich sagte, kommt raus! Wow! Was war ja leicht! Ihr hättet mich sehen sollen! Ich habe sie verjagt! Was würdet ihr ohne einen super mutigen Helden tun, der euch rettet? Käpt'n Cameron! Das ist super! Super! Gut, dass ein Held zur Stelle war! Oder vielmehr drei! Dann ist es dir egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren? Nee! Aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun! Und jetzt zu den Süßigkeiten! PJ Masks, ein starkes... flowers ítulo 2 Pocketboy! Ayelet! Gecko! Ky IRS! Sie ziehen los in der Nacht Deinar sind sie ganz groß Sie tragen Maske Wer sind die groß? PJ Masks, Perd Turman 되면! PJ Masks, Perd Turmanen! PJ Merck, Pyjama-Helden, PJ Merck, Pyjama-Helden, PJ Merck! Eulett und der verschwundene Zug Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Warum bist du denn so aufgeregt, Herr Meier? Weil der Jahrmarkt eine neue fantastische Bahn hat, den fliegenden Achterbahnzug. Ich hab gestern die Testfahrt gesehen. Der war so schnell, das wird sich wie Fliegen anfühlen. Weißt du was? Ich steh auf schnell. So, so, wow! Alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren, weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist. Na los, wir müssen sie auch testen. Hey, wir waren zuerst hier. Stell dich hinten an. Ähm, Herr Meier? Meine Damen und Herren, liebe Kinder, der fliegende Achterbahnzug ist... Verschwunden! Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein. Ich hab mich schon so aufs Fliegen gefreut. Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Äh, Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt's zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis. Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal! Sieht aus, als wären dann noch mehr Gleise gewesen. Und jetzt sind sie weg! Gleise, die verschwinden? Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz froh! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Greg wird zu... ...deck hoch! Ja! Connor wird zu... ...deck hoch! ...deck hoch! ...deck hoch! ...deck hoch! Die PJ Masks! Na los, na los, na los! Zum Eulenbleib! Hey, warte, Eulett! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen. In Ordnung, guter Punkt. Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs. Schon gut. Dann zum... Katzenflitzer, ich mache es dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann. Komm schon, Jungs, lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts! Warte, Eulett! Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen? Ja, und los, na los! War das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gekko. Ist hier wie wild rumgesaust. Vielleicht ist es... Jung, vergesst Romeo! Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren. Wir müssen rausfinden, wer hinfährt. Los, los, los! Äh, okay. Hey! Hm, keine Spuren mehr. Und wie finden wir jetzt den Zug? Oh, in Augen! Ich sehe etwas weiter da vorne. Etwas Schnelles! Da ist er! Der Zug! Siehst du, ich sagte dir erst schnell. Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt. Romeo? Romeo? Na hallo, die Pyjama-Helden! Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren. Das war nicht ich. Niemand fährt mein Labor. Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht. Zum Glück habe ich diesen superschnellen Zug, um es zurückzuholen. Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach. Dank meiner Erfindung, dem Turboschienenleger. Der legt Schienen überall hin. Wow, der ist voll cool. Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt. Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht. Wir können dein Labor für dich einfallen. Ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor habe? Auf keinen Fall. Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schurkel der Welt. Aha, hab ich dich gefunden, Labor. Auf Wiedersehen, Pyjama-Elden. Dieser Zug ist für euch abgefahren. Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufangen, sonst macht er den Zug noch gefährlicher. Alles klar, Eulett. Romeo, wir kommen. Autopilot. Ist ja Wahnsinn. Und wow, der Zug ist wirklich cool. Ha, ich hab dich fast schon erreicht, totgezogenes Labor. Ha, diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapperkiste. Los geht's, Pyjama-Helden. Lasst uns Romeo aufhalten. Super, Eulett. Mögel. Eulett. Wow, ich war fast schon Vogelfutter. Danke, Catboy. Oh, keine Eile. Wir werden es schaffen. Hey, schleichen wir uns langsam an ihn ran. So ganz, ganz, ganz sachte. Warum sachte? Lasst uns einfach los. Wow. Eulett. Alles okay. Diese Pyjama-Helden sind doch wohl nicht auf meinem Zug, oder? Ich geh lieber auf Nummer 6. Entschuldigt, Jung. Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir aus seinem Dach sind. Schon okay. Neue Idee. Wir jagen Romeo gleichzeitig. Er kann uns nicht alle drei aufhalten. Okay, auf drei. Wir springen und rennen. Eins, zwei... Ach, Schau! Eulett! Nein, warte! Wow! Oh, warum, warum, warum habe ich nicht auf Catboy und Gecko gehört? Romeo hat fast sein Labor erreicht. Alles nur, weil ich so in Eile war. Eulett! Geht's dir gut? Ja. Tut mir leid. Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt. Und es hat nicht funktioniert. Schon gut. Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Zug zu fahren. Jetzt ist erstmal der Hocko-Zarm dran. Super Gekko-Muskel! Dafür hab ich jetzt einen Plan. Und damit er klappt, werde ich diesmal warten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden. Aber nicht mehr lange. Schnell! Was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer. Und wir werden es gemeinsam tun. Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste. Gecko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers. Verstand, Eulett! Dann bin ich an der Reihe. Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenlegern, sodass der Zug anhält. Ohne Schienen kann der Zug Romios Labor niemals einholen. Toller Plan, Eulett. Ich glaube, das klappt. Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt. Blut! PJ Masks! Hör? Ups! Nicht vergessen, Eulett! Keine Eile! Du bist dran, Catboy! Ich werde... Ihr wisst schon, warten! Okay, mehr Turboschienenlegern! Mehr Schienen! Mehr Schienen! Super Katzensprung! Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Locker und lässig! Das war Fotoiland! Was? Hör auf, du Plagegeist! Zu spät, Romeo! Gekko, los! Blockier den Turboschienenlegern! Super einigen Griff! Haltet euch alle an mir fest! Gekko, los! Siehst du, Romeo, wir konnten eben doch dein Labor stoppen Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja Ich hab vielleicht meinen Zug verloren, aber dich hab ich noch, mein geliebtes Labor Und jetzt bringen wir den Zug zurück Das wird alle auf Timjana glücklich machen Nächstes Mal, bis die Gekko-Pyjama hält Hä? Er hat sich nicht mal für die Hilfe bedankt Mach dir keinen Kopf, Gekko, wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet PJ Masks ruft laut Hurra Vorbei ist jetzt mit der Gefahr Kappball All das Gekko, los geht's Sie ziehen los in der Nacht Der Tag sind sie ganz groß Sie tragen Maske an Wer sind die groß? PJ Masks und Jammerhem Verbrechen Morgen ist Weihnachten und es hat immer noch nicht geschleit Aber auch ohne Schnee werden wir eine schöne Zeit haben Wow, ich kann das nicht Was ist denn los, Greg? Morgen ist Weihnachten, freust du dich gar nicht? Nicht übers Eislaufen Das hab ich noch nie gemacht Und ich krieg das auch nicht hin Wir helfen dir Na los, versuch's Eislaufen gehört wie der Baum an Weihnachten dazu Ja, wie die Lichter und der Weihnachtsschmuck Welche Lichter und welcher Weihnachtsschmuck? Oh nein, wo ist das alles hin? Wo ist der ganze Baumschmuck? Und das Lametta Sogar der Stern ist verschwunden Es war alles so wunderschön Und es war so viel Das kann doch nicht alles weg sein Jemand muss es letzte Nacht geklaut haben Aber wie kam dieser jemand da oben ran? Das ist echt hoch Das werden wir rausfinden Dafür brauchen wir keine Schlittschuhe PJ Masks, jetzt nichts wie los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden Macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu nehmen Ja! Connor wird zu Catboy Maya wird zu Eulett Ja! Greg wird zu Dekos Die PJ Masks Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat Ist echt weit hoch gekommen Und das müssen wir auch Also los zum Eulengleiter 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 Oh! Schaut! Da ist Luna Girl Da kann der Gecko Sie klaut allen die Geschenke Das darf doch nicht wahr sein Dann wird niemand etwas zum Auspacken haben Luna Girl Gib die Geschenke zurück Sie gehören dir nicht Vergess es ihr Brabis Das sind meine Weihnachten ist nur für mich Nicht Nicht Hey! Schnappen wir uns ihr Mondboot Dann kommt sie nicht mal in die Schornsteine ran Gute Idee Gecko Legen wir los Ich bring sie auf den Boden zurück Ein Flügel Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Eulengleiter Vorsicht! Schnellgekommen fliegt das Mondband von Lunakai weg Aber ich bin doch noch nie mit einem Mondband geflogen Das kann ich sicher nicht Auf Wiedersehen, Kerstchen Ich miau mich vom Ocken Gecko, geht's dir gut? Ja, ich wusste, dass ich das Mondband nicht fliegen kann Tut mir leid Schon okay, verfolgen wir sie Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können Eulett, du fliegst dir hinterher und wir folgen dir vom Boden aus Los geht's, los geht's Komm schon, Lunagirl Was? Warum nimmst du die Geschenke nicht wieder zurück? Weil ich das nicht will Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es Hey, das gehört mir, Spatzenhirn Nein, 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 nein PJ Masks, ich brauch nur Gesicht, um sie nach unten zu ziehen Super Kapsensprung Hä? Schon wieder die maulende Mieze Na dann, wollen wir doch mal sehen, ob Katzen immer auf ihren Pfoten landen Oh, äh Hey, boy Ha, 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 ha Matten Husch, husch Nein Ich komme Gecko, spring aufs Mondwort und bring es weg von hier Noch mal geil mit Fliegen, aber ich kann das nicht Nur Mut, Gecko, du kannst es bestimmt Versuch es einfach noch mal Schlitterne Schlange, das ist ja noch schwer als Eislaufen Ich schaff das niemals Gecko Alles okay? Neue Sachen kann ich nicht gut Macht nichts, keine Sorge Eulett und ich kümmern uns drum Holen wir Luna Girl ein, los Das war's, Luna Girl Zeit aufzuhören Zeit für euch aufzuhören Nein, du Wir haben deine Feder Eulett Oh, hab ich deine Federchen zerflaggert, Eulett? Entschuldige Super, Katzen Sprung Gecko, Hilfe Unter von meinem Mond Vielleicht, was müssen wir jetzt? Mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen Du musst wieder rauf aufs Mondwort und Catboy helfen Nochmal? Aber ich kann es nicht steuern Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst Du musst es wirklich versuchen Das schaffst du Keck Boy Du hast recht, Eulett Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten Höchste Zeit, in Helm zu sein Super, gel gut, Tarnung Wo ist die einfältige Eidätsel hin, verschwunden? Was? Woher kommst du denn? Ah! Hm? Ah! Ah! Hey! Danke! Das ist meiner! Rettetulich, Gecko! Du schaffst es! Ah! Gecko, ich verliere den Halt! Zieh mich hoch! Oh! Oh, wenn ich mich vorbeuge, verliere ich das Gleichgewicht! Warte, ich bin nicht in Sicherheit versprochen! Ich muss einfach drauf bleiben und versuchen, das Teil zu fliegen! Oh! Gecko! Achtung! Wow! Das ist irgendwie cool! Wow! Aber schwierig! Ich muss dringleiben. Pass auf, die Wand. Ringeln wir es weg hier. Wir sind zu hoch. Keine Panik, wir stürzen sonst ab. Genau, ganz ruhig. Ich bringe es jetzt runter. Langsam. Toll gemacht. Ich wusste, dass du es schaffst. Siehst du, du musst es jetzt einfach nur versuchen. Ja, Martin. Lass mich los, ihr Pyjama-Plagegeister. Es ist vorbei, Luna Girl. Ja, wir haben den Mondpunkt. Jetzt kannst du keine Geschenke mehr klauen. Oh, das ist nicht fair. Für mich gibt es nie ein richtiges Weihnachten. Da feiere ich immer nur mit mir selbst. Was? Heißt das, dass du an Weihnachten ganz allein bist? Aber das ist ja echt traurig. Hey, warum verbringst du den Weihnachtsabend nicht mit uns? Mit euch? Ja, wir müssten die Geschenke und die Schmucksachen sowieso wieder zurückbringen. Hilf doch mit. Dann sind wir alle zusammen an Weihnachten. Was meinst du? Okay. Na gut. Dann spring rauf. Wir retten jetzt Weihnachten. Ja, wir sind die Schmucks. Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Und nun das letzte Geschenk. Ganz toll. Und du wirst echt richtig gut im Mondbord fliegen, Gekko. Danke. Jetzt, wo ich es drauf habe, mag ich es. Du hast uns sehr geholfen, also kriegst du dein Bord und deinen Magneten zurück. Okay, aber nun müsst ihr wohl gehen und damit ist Weihnachten jetzt vorbei für mich. Keine Bange, wir sind noch nicht weg. Wir haben noch etwas zu erledigen. Boah, ist das nicht herrlich, Luna Girl? Kann schon sein. Aber jetzt ist Weihnachten für mich wirklich vorbei. Und ich habe kein einziges Geschenk bekommen. Zum Wegen hast du das... Schlittschuhe! Aber ich war noch nie zuvor Eislaufen. Schon okay. Ich auch nicht. Aber wir schaffen das schon. Na los, versuchen wir es. PJ Masks, ruft laut Hurra. Weihnachten ist gerettet. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Hey, was passiert hier? Endlich schneit! Weihnachtsschnee! Fang deine Flöcke mit der Zunge! Äh, äh... Ha, 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 ha. Catboy! Eilat! Gecko! Los geht's! Seht sie los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske ein, wer sind die Los? PJ Masks, Pyjama Helden, PJ Masks, Pyjama Helden. Verbrechen zu bekrämpfen, geht so fest. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama Helden, PJ Masks, Pyjama Helden. Um PJ Masks. Gekko und die Eistatzen Was ist das? Eis? Aber es ist doch Hochsommer. Eissatzen? Das war unglaublich! Hier ist rundum alles vereist. Alle rutschen und fallen hin. Aber nur bis zum Ende der Straße und dann hört es auf. Was ist da los? Heute Nacht finden wir es heraus. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, Gewissenen schulden das Handwerk zu nehmen. Ja! Connor wird zu. Kate Boy! Amaya wird zu. All right! Ja! Crank wird zu. Gekko! Die Kuh-Left-Mass! Das Gekko-Mobil kann in allem haften Es wäre ideal für das Eis Wie wäre es mit dem Game mit den Eulengleiter? Wir sehen uns das Ganze von oben an Guter Einfall, Eulett Aber ich dachte, das Gekko-Mobil könnte... Na gut, wahrscheinlich haben sie recht Komm schon, Gekko, Zeit für unseren Einsatz Es ist noch schlimmer geworden Die halbe Stadt ist eingefroren Sogar Hunde und Katzen haben sich angefreundet, um sich warm zu halten Was war das? Eulenaugen Seht mal da drüben, Romeo ist hervor Das macht richtig Spaß Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt Was ist das? Da vorne drin Das sieht aus wie eine Eismaschine Verfolge ihn, Eulett Aha Ich hab mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr Pyjama-Fugster auftaucht Was trägst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten Weiter geht's! Gleich hab ich dich! Jetzt, wenn nur um eine schöne Fahrt geht, Romeo, dann schieb ich mit meinen Supergeko-Muskeln in den Labor auf seinen Rollen herum Es geht nicht nur um Spaß haben, auch wenn es Spaß macht Während ihr Tag-Dovis hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft an mich! Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ach, ist das steil! Flatternde Federn, ich pass nicht durch! Wir müssen landen! Wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist Danke, Gecko Hey, vielleicht könnte ich Romeo verfolgen Weil meine Füße richtig gut haben Warte, Gecko! Ich hab einen Plan, der sicher funktioniert Aber mit meinem Klebeplan können wir... Ich brauche dafür Hilfe, zurück zum Olinleiter Dann muss mein Plan eben warten Zuerst brauchen wir deine Eulenaugen, um Romeo zu finden Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gecko nicht entdecken kann Eulenaugen! Da ist er! Okay, Gecko, ich schleiche mich von unten ins Labor Du krabbelst von oben rein Dann übernehmen wir die Kontrolle Bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind Super Katzensprung! War wohl nur der Wind! Hotboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr Und klettert hinauf mit seinen Super-Rohr! Mit seinen Super-Rohr! Niemand mehr sieben Catboy! Warum hast du so lange gebraucht? Arme Mietze-Katze! Und jetzt runter von meinem Labor-Schissen! Catboy, pass auf! Au, au! Es ist k-k-kalt! Ich kann mich nicht bewegen! Lass mich hier raus, Romeo! Eulett, ich glaube, ich kann Romeo aufhalten. Schau! Jetzt nicht, Gekko. Komm zurück. Kippe, wie können wir helfen? Sorgt euch nicht um mich. Romeo haut ab. Schnell, haltet ihn auf. Da könnt ihr nicht mithalten, Haar-Pyjama-Helden. Ach, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Cut-Boy ein super Eisblock. Wir beide brauchen einen Plan, Gekko. Und zwar schnell. Ich hatte gerade vor dir zu sagen, dass ich... Hey, ich weiß, was wir machen, aber ich brauche deine Hilfe. Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Wow, Eulettflügel! Das ist besser. Okay, ich binne das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten. Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine. Los, Gekko! Warte! Du versuchst, ein Genie wie mich zu überlisten, Spatzenhirn? Super-Eul-Musken! Oh nein, ich habe gar keine Superkraft! Gekko, wo bist du? Eulett steckt in Schwierigkeiten. Oh! 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 Flattene... Frostige Federn! Ha-haha! Zwei kleine Eisblocken sitzen auf dem Hals. Zwei kleinen Eisblocken ist zu bitter kalt! Ha-haha-haha! G-g-g-gekko, ich habe einen Plan! Wuhu! Wahnsinn, ich habe einen besseren Plan! Schlitternde Schlange! Hätte ich doch nur auf meinem Plan gestanden! Und meine eigenen Superkräfte benutzt! Höchstwahr, den Held zu sein! Super-Einächsen-Griff! Es ist Zeit für meinen Plan! Ihr hilft, indem ihr so viel wie möglich von Romeo's Eisachterbahn kaputt macht! Bereit für Eisball, Flipper? Hey, Gekos Plan könnte funktionieren! Na los, lass uns Eis zerschmettern! Ha-ha-ha-ha! Hä! Diese Eisdaten könnten zerstören meine wundervolle Bahn! Ha-ha-ha-ha! Jetzt gerade ich nur noch in einer Luftung! Ha! Ich werde Romeo zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt! Super-Einächsen-Krick! Hm! Hallo Romeo! Mit meinem Super-Einächsen-Griff bin ich besser auf dem Eis als du! Quatsch! Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen! Von mir! Also ist es unmöglich, dass Mini-Hörnige-Muttersöhnchen es besiegen! Das wollen wir erst mal sehen! Los, Gekko! Mich kriegst du nie! Super-Gekko-Muskel! Oh! Nein! Habt dich, Romeo! Ja! Zeit für eure Enteisung, Peter-Mess! Oh ja! Gute Arbeit, Gekko! Der Plan war katzenstark! Ja! Es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben! Nein! Das ist meine Schuld! Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen! Oh! Wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist! Ihr brandigen Pötsamer-Held! Ihr müsst mir immer mal entspannen werden! Das nächste Mal, wenn siege ich euch! PJ Masks! Also es ist immer noch viel Eis da! Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Heute ist es nicht vereist! Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren! Aber es wäre doch viel... Vielleicht können wir... Eigentlich hab ich einen Plan! Gehen wir doch zum Wasserpark! Tolle Idee! Lasst uns gehen! Wow! Ups! Da hab ich wohl ein bisschen Eis zu versehen! Kit-Board! Kit-Board! Arnett! Gekko! Los geht's! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die los? PJ Masks, Pyjama Helden, PJ Masks, Pyjama Helden. Verbrechen! Zu bekämpfen! Geht auf den Span! Noch wenn alle im Berg sind! PJ Masks, Pyjama Helden, PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks! Catboy mal vier. Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Super-Tarnung, schläufe ich mich an und schnapp sie mir. Dann wirfst du sie mir zu, ich geb sie an Catboy weiter und... Ich hab eine bessere Idee. Ich schnapp sie mir jetzt gleich. Super-Cut-Tempo! Was? Catboy! Na, gefällt's dir da oben mit ne Katze? Lass ihn rund, da Roboter! Super-Gecko muss gehen! Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Wie wär's denn damit? Lass das diesmal alles gemeinsam machen. Ich flieg zuerst Gecko weg und dann... Warte! Die wär's mit einem Super-Katzensprung! Super-Gecko-Tarmung! Hehehehe! Hehehehe! Geh sie mir zurück! Warte! Was machst du da? Lass das! Oh! Es ist gerade der Kumpen-Los-Kind! Nein! Das werdet ihr nie noch büsten! PJ Masks! Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein. PJ Masks ruft laut Hurra! Wobei es jetzt mit dir gefällt! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboter-Freund? Muahahahaha! Die PJ Masks war mal wieder ganz groß! Wie immer! Aber es war schon wieder ziemlich knapp! Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen! Tut mir leid! Ich wollte nur, dass wir gewinnen! Und wir haben gewonnen, oder? Und? Was spielen wir jetzt? Basketball? Volleyball? Ah! Oder noch besser! Wir spielen Fußball! Ah! Seht euch das mal an! Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen! Aber wie? Die Maschine ist doch im Hauptquartier! Wir sehen mal nach! PJ Masks, jetzt nichts mehr los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt! Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Amaya wird zu. Lionel wird zu! Lionel wird zu! Quack wird zu! Dekal! Ja! Konär wird zu! Katzlohren Ich höre Romeo Wie bist du an die Ringe gekommen? Die ist im Hauptquartier Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, habe ich von ihr ein Duplikat angefertigt Und hier ist es Eine Verviel-Vervielfältigungsmaschine? Vervielfältigte Roboter? Da kann der Gekko, wir müssen ihm die Maschine wegnehmen Ich habe eine Idee Ich fliege runter und nehme sie Romeo weg Dann gebe ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst die Gekko Ich ziehe das blinkende Ding raus und schalte es aus Macht euch bereit für meine Super-Gekko-Muskel Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt Warte Zeit für noch mehr, Roboter Und dann waren es vier Katzenbrüller Wie nett von euch meine Roboter-Armee zu vergrößern Roboter-Armee? Ganz recht Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage Und wenn wir uns weigern, dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt Okay, zurück zu unserem Plan Achtung, Fellbälle! Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super-Eulen-Augen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du knackende Trottel! Der Fever-Knopf klemmt, er feuert weiter Alles gut, nichts passiert Ja, mir geht's auch gut Bei meinen Katzenschnurrhaaren Catboy! Du wurdest vervielfältigt Ich weiß Ich weiß es auch Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso Die Roboter! Schaut! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine! Sie soll euch vervielfahren, nicht die PJ Masks! Führt mir die Maschine zu, dann ziehe ich das Gängsli-Ding aus Ich kann nicht, es sind zu viele Roboter Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe Ja! Ja! Ringelndes Reptiert! Jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys! Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon! Wir werden diese Roboter rollen! Juhu! Juhu! Ja! Das war's Roboter! Nicht so schnell! Wir scheint haben deine Kopien ganz eigene Pläne! Was macht ihr da? Ihr müsst sie wegrollen lassen! Ich habe eine bessere Idee! Ich drehe den hier, bis ihn ganz schwindelig wird! Ich scherke ihn hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat! Und ich laufe mit meinem so weit ich kann! Das ist ein super Training! Tschüss! Vorsicht! Roboter! Mach diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen! Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch! Ich habe noch eine Idee! Und mit diesen Catboys kann nichts schief gehen! Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einfärchen! Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Hä? Das erkläre ich später! Schnell! Nein! Nein! Ihr Pyjama-Ablage-Geister! Nein! Ihr Pyjama-Ablage-Geister! Aktivieren Sie, wenn Sie zurückkommen! Ich baue ein Roboter-Katapult! Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolper! Wartet! Wartet! Stopp! Wir brauchen diese Baumstämme! Stopp! Haltet euch an den Plan! Bitte! Ziehen wir meinen Plan durch! Mein Plan! Und du meinen Plan zerstört! Oh! 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 Das ist schwer! Oh! 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 Das ist eine Katastrophe! Wieso hast du nicht auf uns gehört! Wir sind ein Team! Schon vergessen? Tut mir leid! Ich hab's vergessen! Und meine Kopien erst recht! Entschuldigung! Höchste Zeit ein Halt zu sein! Super Katzentempo! Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen! Irgendeine Ahnung, Team? Ich hab eine tolle Idee! Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen! Dann lasst die Kat-Boys los und schnappt sie euch! Halt ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay Kat-Boys, jetzt kommen eure Baumstam-Erfindungen! Hallo! Au! 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 Hier kommt der Rest! Alle auf eure Position! Kommt schon, Roboter! Was wird ihr Pyjama-Plagegeister im Schilde? Roboter haste Wasser! Und jetzt der letzte! Super Katzentempo! Schnappt ihr die Katze, Roboter! Nein! 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 Geh runter von mir! Wir haben's geschafft! Jetzt streng deine Gecko-Muskeln an! Aber wenn nicht das blinkende Ding rausziehe, verschwindet ihr! Wir verschwinden nicht! Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy! Das nenn' ich ein Team! Tu es, Gecko! Supergecko-System! Ja! Ja! Euch kriege ich schon noch Pyjama-Plagegeister! Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden! Aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Geburra! Catboy! Eilat! Gecko! Los geht's! Sind sie los in der Nacht? Denn da sind sie ganz groß! Sie tragen Maske an! Wer sind die Go's? PJ Masks und Jammerhelm! PJ Masks und Jammerhelm! Verbrechen! Zu bekämpfen! Gecko-Bestern! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks! Ja! Connor ist der Gewinner des Super-Kid-Pokals! Hä? Connor! Connor! Geckos Spezialstein Warum gehen wir noch mal ins Museum? Die Magnetsteinausstellung haben wir doch gestern erst gesehen! Ja schon, aber ich habe dort meinen Spezialstein liegen gelassen! Ich war traurig, wenn er weg ist! Keine Sorge, Greg! Ich habe Fotos gemacht, weißt du noch? Vielleicht sehen wir ihn! Da ist er! Ich habe ihn für dieses Foto kurz weggelegt! Und dann habe ich ihn dort vergessen! Sag, was ist denn so besonders an deinem Spezialstein? War er ein Geschenk oder sowas? Ja! Ich habe ihn von meinem Onkel bekommen! Das ist ein super seltener Stein vom Mond! Der ist so cool! Und ich trage ihn seitdem ständig bei mir! Dann gehen wir ihn doch holen! Wow! Wie kam das denn alles her? Alles ist riesig und echt richtig schwer! Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Es ist sowieso geschlossen! Denn alle magnetischen Steine aus der Ausstellung wurden gestern Nacht gestohlen! Oh nein! Das heißt dann, dass mein Spezialstein auch gestohlen wurde! Wer würde einen Haufen magnetischer Steine klauen wollen? Vielleicht jemand, der bereits einen Magneten hat? Einen Mondmagneten, wie Lunagirl! Natürlich! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt! Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Amaya wird zu! Eilett! Ja! Ja! Greg wird zu! Deku! Ja! Connor wird zu! Pet Boy! Die PJ Masks! Kommt schon! Je eher wir nun eine Girl finden, desto eher habe ich mal einen Spezialstein wieder! Zum Eulengleiter! Ah! 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 Wie es aussieht, erzeugt ein Magnetfeld erhebliche Störungen! Ich fliege uns denn lieber raus! Nein! Wenn der Mondmagnet das verursacht, führt er uns zu meinem Spezialstein! Wir müssen alle Steine finden, Gekko! Gib dein bestes Euleng! Mach ich! Aber haltet euch fest! Denn hier werden gleich viele Federn gerupft! Wow! Ein Zug in ihrem Mondmagnetstrahl! Sie haben doch nie zuvor etwas so schweres hochgehoben! Sehen wir uns doch mal an, wie Lunagirl das sieht! Oh toll! Mein Ultramagnet ist jetzt mega super stark! Stark genug, um alles zu kriegen, was ich haben will! Eulenauben! So ist es also! Lunagirl hat die magnetischen Steine verwendet, um ihren Magneten turbostark zu machen! Aber hat sie auch meinen Stein? Ich glaube schon! Ich schnapp mir jetzt den Mondmagneten! Eulenauben! Ausfahren! Warte, tu das nicht! Mein Spezialstein könnte kaputt gehen! Super-Eidechsengriff! Gekko! Dein Stein ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit! Komm wieder rein! Ich bin sicher mit meinem Super-Eidechsengriff! Ich hol mir den Mondmagneten im Vorbellfliegen! Na gut, Gekko! Aber dazu schalte ich den Lautlosflugmodus ein! So können wir uns an Lunagirl anschleichen! Oh mein Gott! Du hast etwas aus mir gehört! Hm? Wie ist es? Sie kriegen wir Besuch! Mondenergie! Schnapp dir die Pyjama-Plage, Geister! Oh! 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 Gekko! Du hast uns anfliegen lassen! Es tut mir leid! Ich war so wütend, dass du nur bei mir meinen Stein geklaut hast! Gekko! Dein Stein ist nur ein Ding! Die Mission ist viel wichtiger! Wir müssen alle Steine wiederfinden! Schon vergessen? Und diesen Turbogen haben wir kleinen Stunden bevor... Gekko! Ha! Ihr Nulten habt keine Chance gegen meinen Ultramagneten! Nehmt das! Gekko! Gekko! Wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe! Gekko! Gecko, alles in Ordnung? Ja Du musst diese magnetischen Steine zurückgeben Gib mir wenigstens meinen wieder Das ist der Weiße da Um dann nicht mehr alles zu bekommen, was ich haben will? Niemals Er ist wirklich was Besonderes Ha, was Besonderes? Was soll an dem denn so besonders sein? Er ist es eben Bitte, er stand direkt vom Mond Vom Mond? Hm, ich hab eine Idee Was? Wie meinst du das? Ganz einfach, Katzenklo-Bubi Wozu brauche ich die anderen Dinge, wenn ich mir den Mond vom Himmel holen kann? Ganz für mich allein Danke, Eidechsenfuß Nein, warte, das geht nicht Das ist dumm Und sehr gefährlich Mir doch egal Ich will meinen Mond haben Es tut mir leid, Leute Ich wollte sie nicht auf diese Idee bringen Es ist mir so rausgerutscht Ist schon gut, Gecko Aber jetzt müssen wir sie aufhalten Im Eulengleiter zu fliegen ist zu riskant Sie kann ihn mit ihrem Turbomagneten angreifen Keine Sorge, ich hab einen PJ-Plan Aber du musst dabei mitmachen, Gecko Und darfst nicht deinen Spezialstein suchen Ich bin dabei, Catboy Okay, wir sind zu dritt und müssen uns um drei Dinge kümmern Luna Girl, ihren Magneten und ihre Motten Und so werden wir es machen Das ist es Das ist das Allerbeste Nur für mich allein Mondenergie Hol mir den Mond Ja, mit meinem Ultramagneten wirst du mir gehören Nur mir Nicht, wenn die PJ Masks eingreifen Mein Mondstein Motten Schafft mir dieses Federvieh vom Hals Nicht so schnell, Motten Ich hab die, Motten Und Eulette beschäftigt so lange Luna Girl Schnapp dir den Magneten, Gecko Mein Stein Aber Gecko, das ist nur ein Stein Der Magnet Hol dir den Magneten Oh, er ist doch so nah Komm Mondbar, glück Diese dumme Eidechse liebt ihren Stein wirklich sehr Aber das ist nur ein Stückchen vom Mond Ich will aber den ganzen Ihr habt mir dabei geholfen Und das alles nur wegen eines Steins Du hältst mich jetzt nicht mehr auf Eidechsenfuß Mondenergie Hol den Mond Ringelndes Reptil Es ist wahr Ich hab die ganze Mission verdorben Nur wegen eines Stings Höchste Zeit, ein Held zu sein Husch 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 Danke, Gecko Aber was machen wir jetzt? Ich weiß, wie wir sie stoppen können Ich muss nur meinen Spezialstein hochwerfen Ich muss nur meinen Spezialstein hochwerfen Ah, hey! Was ist da los? Der Mondmagnet sollte doch am Mond kleben bleiben Oh, das tut er auch An meinem Stückchen Mond An meinem Spezialstein Großartige Idee, Gecko Nicht sehr lange, du Brüder Gremlin Euren Flügel weg Schnell, während sie beschäftigt ist Holen wir uns die andere Magnetsteine wieder Ja Ja Super Katzenspruch Ich hab ihn Aufhören, ihr Steinübel Nein, die gehören mir Mir allein Wir haben alle Steine Dein Magnet ist jetzt nicht mehr stark genug, um den Mond zu klauen, Luna Girl Ha! Aber noch stark genug, um das hier zu machen Und ich bin stark genug für das hier Super-Gilber-Muskel Ah! Und weg mit dir, Luna Girl Na, das werdet ihr gewünschen Gut, der Mond bleibt dort, wo er hingehört Und ohne diese Steine hat ihr Mondmagnet nicht mehr die Kraft, ihn nochmal zu bewegen Es war wirklich tapfer von dir, deinen Spezialstein zu opfern Geht's dir auch gut? Ja Aber wir haben immer noch ganz schön viel aufzuräumen Es liegen ein ganzer Zug und eine Rakete vor dem Museum Ha! Das machen wir gemeinsam PJ Masks ruft laut Hurra Vorbei ist jetzt mit der Gefahr Wieso gehen wir wieder ins Museum? Damit wir dir einen neuen Stein aus dem Geschenkeladen besorgen können Er wird nicht so einzigartig sein wie dein Mondstein, aber... Oh, danke Aber es ist okay, keinen Spezialstein zu haben Das ist nur ein Ding Und Dinge sind nicht so wichtig Obwohl mein Stein was ganz Besonderes war Er hat uns schon geholfen, die Lage zu retten Vielleicht will ich durch einen neuen Oder vielleicht nicht Oder vielleicht doch Oder vielleicht nicht Gut, dass Entscheidungsstärke nicht zu deinen Spezialkräften gehört Ja, sonst bekämen wir nie was auf die Reihe Catboy All right Gekko Los geht's Sie sind los in der Nacht Denn er sind wie ganz groß Sie tragen mosken Wer sind die groß? PJ Masks, mit Chamberlain PJ Masks, Pyjama-Helden Verbrechen zu bekämpfen Geht um es fern Na, wenn alle im Bett sind PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks PJ Kraft Paket Wie süß blöd, Blub Ich bin PJ Robo Piep Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, das heißt, dass er dich cool findet Oh, ich finde ihn auch cool Er ist unser neuer PJ Masks Toll, dass er einer von uns ist Aber was hat er eigentlich so drauf? Tja, er kann gut mit Maschinen umgehen Und er macht eine tolle Roboter-Monddrehung Fliep, Fliep Was? Klebe-Klatscher Nacht-Ninja Das ist nie gut PJ Masks, jetzt nichts wie los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Amalia wird zu Oilet Ja Greg wird zu Catboy Ja Connor wird zu Catboy Die PJ Masks Hey PJ Robo Coole Moves Oh, du kannst den Katzenflitzer nicht fahren Das ist schon mein Job Du probierst neue Sachen am Hauptspeicher aus, stimmt's? Kein Problem, Kleiner Das lernst du noch Cooles Chamäleon Du hast mein Funkgerät in einen Videoprojektor umgewandelt Äh, wir haben schon was, womit wir kommunizieren Ganz genau Over Ja, aber guter Versuch Weiter so Hey, schaut, das Nacht-Ninja Was haben die vor? Finden wir's raus Zum Katzenflitzer Äh, PJ Robo? Los, kommt, wir nehmen den Eulengleiter Ich kann sie nicht sehen Kannst du Pieter oberen Spunkgerät holen? Oh, das ist tiesigend Oh, das ist alles Oh, das ist Oh, das ist Norddeutscher Rundfunk Orientieren auf! Runter zur Landung! Ha-ha-cha! 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 Rundfunk Ihr werdet besser! Konzentration, Angelinos! Hey! Hört auf! Was immer ihr macht! Was immer wir machen? Das ist die alte Kunst der Ninja-Finger! Wir arbeiten an unseren Ninja-Kräften! Damit können wir jedes Gebäude levitieren lassen und stehlen, welches wir wollen! Und ich will... das hier! Levi was? Levitieren! Das bedeutet anheben! Er wird das Gebäude anheben und es mitnehmen! Gekander Gekku, das sind üble Neuigkeiten! Oh, das ist kinderleicht! Deine dummen Ninja-Finger haben keine Chance gegen unsere PJ-Kräfte Nacht-Ninja! Super-Katzen-Tempo! Dumm PJs! Super-Eindexen! Du bist kein Zeug bei dir! Was ist das? Picharubo! Wow! Oh! Oh! Er bewegt sich wie ein Panther. Schneller als eine... Schnecke? Catboy, Gecko, was ist hier los? Unglaublich. Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie! Ihr anderen, holt euch die Gebäude. Die ganze Stadt! PJ Robo hat angehoben. Er hat irgendwas am Hofrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Alles toll, den hab ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren. Wegen etwas, das PJ Robo getan hat. Oh je, vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Merv zu sein. Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy! Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat. Er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Er hat immer versucht zu helfen. Wollte den ganzen Platz erfahren. Er hat auch versucht, meinen Funkelrad zu verbessern. Gar keiner Gecko, es hat nicht geklappt. Wir hätten ihm helfen sollen. Er wollte nur Teil der Mission sein. Aber Peter Robo, es ist nicht seine Schuld. Ja, wir kriegen auch nicht immer alles hin. Die Tür! Schnell! PJ Robo! PJ Robo! Hallo! Seine Barzerie ist fast leer. Er hat seine Energie verwendet, um die Tür zu öffnen. Er hat sich selbst geopfert, um uns zu retten. So wie ein echter PJ Mask. PJ Robo! Bei meinen Katzenschnurrahmen. Was ist das? Das ist ein Kristall, den ich vorhin gesehen habe. Okay, keine Sorge. Ich schaff das. Pass auf. Was es auch ist, es scheint mit unseren Kräften zu tun zu haben. Ich schaff's doch nicht. Versuchen wir's zusammen. Wir kriegen das hin. Wir sind immer noch die PJ Masks. Wir alle. Es passiert was. In meinen Armen kribbelt es. In meinen auch, Gecko. Je stärker ich drücke, desto heftiger wird es. Nichts aufgeben! Weisler! Gecko! Weisler! 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 Catboy! Weisler! Gecko! Eilett! Wow! Was ist das für ein Kristall? Ich fühle mich irgendwie ... fantastisch! Ich mich auch! Hey, PJ Robo! Du hast dich heute bewiesen. PJ Masks, wie wär's, wenn dir Nacht-Ninja zeigt, wer hier der Volt ist? Ja! Was? Ich habe Super-Katzen-Streifen! Juhu! Was? Ha! Ja! 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 Super-Gecko-Schilde! Ich bin unversiegbar! Ja! 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 Super alt! Was ist da passiert? Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gekko. Und sie sind fantastisch. Und das alles dank PJ Robo. Nächstes Mal kriege ich euch PJ Maxx. Ja! Haha! PJ Robo, truppe alles jetzt mit der Gekko! 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 Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wir sind die Dus. PJ Maxx, Pyjama-Helden. PJ Maxx, Pyjama-Helden. Kein Lächeln. Zu bekämpfen. Geht doch besser. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Maxx, Pyjama-Helden. PJ Maxx, Pyjama-Helden. PJ Maxx! Mondsüchtig Teil 1, das Rennen zum Mond. Wer von euch kann mir sagen, was das ist? Oh, das ist einfach. Das ist der Mond. Nur, dass er viel orangefarbener ist, weil er aus Käse besteht. Hab ich recht? Haha, nicht ganz. Der Mond besteht nicht aus Käse. Bedauere, Cameron. Das ist ein Erntemond. Und den gibt es nur einmal im Jahr. Und wisst ihr was? Wenn ihr heute Abend aus dem Fenster schaut, könnt ihr den echten Erntemond strahlen sehen. Der Mond ist so cool. Ich liebe ihn. Ja, wisst ihr, wer ihn noch liebt? Werwölfe? Oder war es der Wolfsmann? Luna Girl. Na klar. Sie wird den Erntemond auf keinen Fall verpassen. Wetten, dass sie heute Nacht nichts Gutes im Sinn hat. Nicht, wenn wir es verhindern. PJ Maxx sieht jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht, in der Nacht groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wirkt zu. Eulett! Ja! Greg wirkt zu. Deko! Gute! Ja! Halt eine Gruppe! Kettball! Gute! 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 Oh-oh! Was ist los, Kumpel? Luna Girl. Ich wusste es. Zum Katzenklipper. So sieht also der Erntemond aus. Sekunde mal, das ist allein mein Erntemond. Was soll das heißen, dein Erntemond? Seht euch nur meinen Mondmagneten an. Der Erntemond hat ihm ne super Ladung verpasst. Endlich kann ich zum Mond fliegen und mein Königreich in Anspruch nehmen mit all seinen wunderbaren Schätzen. Königreich? Schätze? Wovon redest du da überhaupt? Natürlich vom mächtigsten Schatz aller Zeiten. Und das, meine Lieben, ist der Erntemondkristall. Sobald ich den in die Finger kriege, kommt niemand mehr gegen mich und meine Kräfte an. Ja, klar. Was? Ihr glaubt mir wohl nicht. Aber wenn ihr mich das nächste Mal seht, wird dieses Stopp ganz allein mir gehören. Mir. Bis dann, PJ-Plagegeister. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Die tut doch nur so. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Hat einer von euch sie da schon mal machen sehen? Das können wir nicht riskieren. Am besten wir folgen ihr. Warte, meinst du auf den Mond? Wir haben keine andere Wahl. Wir fliegen mit dem Hauptquartier im Raumschiff-Modus. Ja, ich wollte schon immer mal ins Weltall. Los, zum Hauptquartier. Ihr wollt das also wirklich machen? Also wirklich? Wirklich? Hör zu. Wenn der Mondkristall tatsächlich echt ist, müssen wir verhindern, dass der Luna-Girl in die Hände fällt. 30 Sekunden bis zum Start. Also, PJ-Robo, du weißt, was zu tun ist. Auf eure Stationen! Eulette, Gekko, alles klar? Klar! Alles klar! Na gut. PJ-Robo in 3, 2, 1, Start frei! Okay, PJ-Robo beginne mit der Transformation. Und los! Das hat einen Moment. Das ist das nicht, wenn ich, wenn das nicht nicht so gut verlebt. WESELTEN, die Schwerpunkte ist. Woher ist alle, was sie passiert. Woher ist das? Ich weiß, ob wir ihn nicht so gut verlebt. Wirkliche. 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 Nächster Hals, der Mond. Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann. Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was ist, wenn Luna Girl nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschätzt zurück. Das können wir nicht riskieren, Gekko. Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig. Das wird klasse. Wer weiß, was da draußen ist. Das ist ja das Problem. Gut. Gekko, hast du den Kurs eingegeben? Gekko? Oh, ja. Kurs eingegeben. Wir sind bereit. Wenn ich erst mal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen. Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal die PJ Masks. Oh, da ist ein Tot im Fallraum, Schiff. Hab. Was? Oh nein, vergesst es. Das ist mein Auftritt und den werdet ihr mir nicht verderben. Nehmt. Was soll das heißen? Da nähert sich was. Luna Girl versucht uns vom Kurs abzubringen. Wir müssen diesen Kugeln ausweiten. Eulett, das ist dein Ding. Mit Vergnügen. Festhalten. Ich sehe sie ja. Aber sie sind einfach zu schnell. Festhalten. Tut mir leid. Der Letzten konnte ich nicht ausweichen. Ist nicht deine Schuld. PJ Robo, ist das Schiff in Ordnung? Keinen Schaden? Wie schlimm ist das? Ich meine, wir können das doch reparieren, oder? Wir kommen doch wieder nach Hause. Jungs, ich muss das Raumschiff landen. Haltet euch fest. Ich glaube, das wird gleich ein bisschen holprig. Das wäre geschafft. Gute Landung, Eulett. Schadensmeldung? Endlich, endlich bin ich angekommen. Also, wo ist dieser Mondkristall? Was macht sie da? Sieht irgendwie nicht gut aus. Los, folgen wir ihr. Vielleicht sollte ich lieber hierbleiben und PJ Robo bei der Reparatur helfen. Danke, Gekko. Aber es ist besser, wenn wir alle gehen. Wir wissen nicht, was Luna Girl dieses Mal vorhat. Alles okay? Naja, nicht wirklich, weißt du, es ist... Ich war noch nie von zu Hause weg. Und hab Angst, dass wir hier festsitzen. Ich vermiss mein Zuhause. Kann ich gut verstehen. Mir ging so, als ich das erste Mal bei Freunden übernachtet hab. War deine erste Übernachtung auf dem Mond? Trillionen Kilometer weg von zu Hause? Nein. Ich sag dir was. Wieso bleibst du nicht hier und bewahrst das Schiff, während PJ Robo es repariert? Sehr gute Idee. Okay, du hast jetzt das Kommando. Viel Glück. Zu den PJ Gelände Bikes. Viel Glück, Leute. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Aktiviere PJ Gelände Bikes. Zölfe um auf Helmkommunikation. Aktiviere die Helmkamera. Oi, lass an, Gekko. Hörst du mich? Ich hör dich. Hey, ich kann alles sehen, was ihr seht. Cool. Halt für uns die Augen offen, Gekko. Oi, na. Da ist sie. Los, hinterher. Ist das meine? Ach, Moment, habe ich bei Linkler gewartet? Endlich! Nicht so schnell, Luna Girl. Super Katzen-Tempo. Wo bist denn jetzt los? Hey! Einflügelwind! Tut mir leid, PJ-Plagegeister. Eure Kräfte funktionieren hier oben nicht wie auf der Erde. Und jetzt, entschuldigt mich. Ich bin nämlich gerade an etwas Großem dran. Ha, 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 ha. Hä? Oh, oh. Es heißt nichts Gutes. Wow. Mal sehen, was der Kristall noch so kann. Ah, ha, 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 ha! Po, oh, oh, oh. Leute, was ist da draußen los? Alles klar bei euch? Headpoint? Eulett? Ah! Pssst. Gecko! Gecko! Oh nein! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß, sie tragen Maske, wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden, verbrechen, zu bekämpfen, geht am besten, nach wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks! Mit goldenen Ring, wer immer ihn auch trägt, erhält die Macht der ultimativen Ninjalichkeit! Ninja was? Das heißt, man wird zum mächtigsten Ninja aller Zeiten! Oh, sie ist fern! Seht nur, Pfeile! Nacht Ninja! Er will den Berg finden! Und den Ring! Wir müssen ihn aufhalten! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Ja! 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 Nach Ninja darf nicht zum Rätselberg gelangen! Gibt es eine Spur, PJ Robo? Ja, ja! 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 Er sagt, er will unbedingt mitkommen. Er kann die Schrift entschlüsseln. Hey, das ist keine üble Idee. PJ Robo, komm mit zu den PJ Gelände Bikes. Versprich mir, dass du gut auf dich aufpasst. Also, laut der antiken Schriftrolle erscheint der Berg, wenn ich das Portal öffne. Richtig. Und das Portal soll angeblich hier sein, richtig? Wenn du so clever bist, dann öffne du es. Seht ihr auch, was ich sehe? Wow! Dachtet ihr, ihr kommt zum Rätsel weg? Träumt ruhig weiter. Ausschließlich dieser Ninja hier bekommt den Ring der Ninjalichkeit. Bis dann. Man sieht sich irgendwann. Wir müssen da rein und den Ring als Erste finden. Wenn er ihn ansteckt, ist er unverwundbar. Wie sollen wir da durch? Ich weiß nicht viel über magische Portale. Aber das hier sieht geschlossen aus. Super gemacht, PJ Robo. Gut, dass du da bist. Los! Wow! Katzenohr! Ist der kein Fischer in die Richtung? Nein! Folgen wir ihm! Wartet! Wenn der Ring aus dem Gipfel ist, fliege ich einfach hoch und hole ihn. Ein Kinderspiel! Plan B? Das war Plan B. Zurück zu Plan A. Folgen wir den Ninjans. Es ist fast so, als wäre der Schlamm vermischt mit... Wacht Ninja, entkommt uns. Wir lassen die Geländebikes hier. Gehen wir. Ich kann den Waldrand direkt vor uns sehen. Eine Abkürzung? Gut, wenn du dir so sicher bist, dann geh doch vor. Wer weiß, was für Kräfte der Ninjans bekommt, wenn er als Erster den Ring hat. Du kannst drauf wetten, dass ich ihn als Erster kriege. Und wenn ich ihn habe, glaube ich nicht, dass ihr Pyjama-Plagegeister noch eine Chance gegen mich habt. Und bis dahin, beschießt sie! Supergap und Schilde! Gibt es noch einen anderen Weg? Hier muss es jede Menge Geheimdurchgänge geben. Du bleibst hier und schickst sie in die falsche Richtung. Schau mich nicht so an. Wir kommen zurück und holen dich. Höchstwahrscheinlich! Wo sind sie lang? Also dann hinaus! Catboy, warte! Der wutige Catboy auf dem Weg zum Gipfel. Der Ring der Ninjalichkeit wird ihm gehören. Hab ich dich sagen hören, du würdest den Ring bekommen, Catboy? Tja, danke! Die sind wirklich klebrig! Catboy, Vorsicht! Danke! Gern geschehen! Ich klebe fest! Hält euch! Ich komme! PJ Robo, du kommst mit mir! Wir sind direkt hinter euch! Sesam, öffne dich! Gut, dann mach du dich nützlich! Wow, das ist unglaublich! Der Ring muss hinter den Toren sein. Er darf nicht als erster dort ankommen. Komm schon! Aus dem Weg! Da ist der Ninja-Rambach nötig! Ah! 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 Tja! Ah! 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 Jetzt ist Schluss, Nachtninja! Ich hab die Schriftrolle anständig gestohlen. Wenn der Ring der ultimativen Ninja-Lichkeit da drin ist, gehört er mir! Ninjas übereinander! Cool! Oh ja! Sehr cool! Wenn man ein Meister-Ninja ist! Und kein blöder Superheld! Wenn jemand den Ring der Ninja-Lichkeit bekommt, dann wir! Er gehört in die Hände eines Helden! Oh-oh! Der Ring gehört mir! Super Katzensprung! Was? Der Ring! Er muss da drin sein! Hey! Ich hab ihn zuerst gesehen! Der Ring! Oh-oh! Der sieht nicht gut aus! Toch, ein Zungen-Klotscher! Hilf mir! Was ist los? Und wo ist Catboy? Wir müssen da rein! Ich komme! Aber ich bin so nah dran! Ich hab dich! Oh, klasse! Was jetzt? Halt dich einfach fest? Catboy? Wann bin ich froh, euch zu sehen, Leute? Wie wär's mit Hilfe? Supergecko-Muskel! Handschuhe! Also gab es einen leichteren Weg hinein? Wieso hast du mir das nicht gesagt? PJ! Rosteimer hat dir geholfen? Was? Mein Ring! Dann nächstes Mal! Doch! Vorsicht! Verschwinden wir von hier! Los! Lass uns nicht! Aräääh! Ach! Aräh! Mach! Ach! Ach! Oh! Hm? Weet? Aatt! Ah! Das wirst du nicht tun. Du kommst mit uns. Katzen streifen. Ihr habt mich vielleicht dieses Mal vom Ring der ultimativen Ninjalichkeit ferngehalten. Aber es ist noch nicht vorbei, Pyjama-Plagegeister. Kommt schon, Ninja-Linos. Wie cool war das denn? Und es hieß, es wäre nur eine Legende. Wer weiß, was da oben noch alles ist? Geheime Mächte? Mächtige Geheimnisse? Naja, wir werden sicher zur Schnelle sein, wenn Nachtninja seine Finger wieder im Spiel hat. Pyjama-Plagegeister ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Und jetzt mit der Gefahr, die wir wollen. Euret! Gecko! Los geht! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die Blut? Pyjama-Pujama-Helden, Pyjama-Pujama-Helden. Ein Fahrblech zu bekämpfen geht auch besser. Na, wenn alle im Bett sind. Pyjama-Pujama-Helden, Pyjama-Pujama-Helden. Osterwölfis Oh Mann, ich kann nicht glauben, dass wir nur noch einen Tag bis Ostern haben. Und nicht zur großen Ostereiersuche. Wisst ihr, was wirklich toll wäre? Wenn ich nicht einen ganzen Tag warten müsste, sondern mein Ei sofort essen könnte. Oh, das würde aber doch die ganze Vorfreude verderben. Freude und Warten passen nicht in einen Satz, finde ich. Okay Kinder, ich sammle nun eure Eier ein und verstecke sie für die morgige Suche. Oh, kann ich das eigentlich jetzt schon essen? Keine gute Idee, Greg. Schokolade ist was Besonderes. Zu viel auf einmal kann schlecht für dich sein. Wisst ihr, was wirklich schlecht für mich ist? Diese ganze Warterei. Du schummelst. Nein, tue ich nicht. Ich suche, ich suche nur den schnellsten Weg von dem Versteck in meinen Bauch. Fotensporen? Welfi ist auf der Jagd. Sie sind hinter meinem Eiherr. Ich meine hinter allen Eiern. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu. Amaya wird zu. Eulett. Ja. Greg wird zu. Geht mal los. Ja. Kommt ihr zu? Kid Boy. Wie ist das? Ich wusste es. Welfi-Alarm. RIP. Heuler. Und Kevin. Leute, wieso habt ihr mich nicht vorgewarnt? Keine Zeit. Wir müssen Schoko-Eier klauen. Ihr, lasst uns losschnüffeln. Pfoten weg von unseren Eiern. Zum Dekomobil. Hä? Hehehe. Hehehe. Hm? Haha. Wenn wir uns beeilen, sind wir vielleicht dort bevor... Oh, nein! Hehehe. 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 Leute, können wir nicht einfach teilen? Äh... Hehehe. 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 Oh... Hehehe. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Ich bekomme es in die Probe. ARD Text im Auftrag von Funk So! Au! ARD Text im Auftrag von Funk Uiah! Die Tonnen ist gewonnen. Äh, Heula, das sieht nicht wirklich aus wie ein Ei. Es sieht aus wie eine ... Äh, rohe Zwiebel. Hahaha. Felsatzwager. Catboy wirft, er trifft. Wir sind die Gewinner. Klasse, alle gefunden. Jede einzelne. Süße, äußerst hässliche. Leckerei. Hm. Nur einen kleinen Bissen. Eko! Nicht! Schokoladwager. Entschuldigt, ich konnte einfach nicht warten. Schnell, Catboy, wir lenken sie ab. Und ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule. Und bewache sie. Bewachen, nicht verschlingen. Verstanden? Warte bis morgen früh. Es wird sich lohnen. Ich verspreche zu dienen und zu beschützen. Ei, Tügel, wir ... Die Wettervorhersage? Schokoladenwind. Also, so ein Wetter gefällt mir. Riesen-Alter. Jip, 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 jahuuu! Ich kann's gut. joke, jip, 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 jipdoo. Oh! Ja, Kil experienced Apferes! без bord. Jypdoo! Jyp, jip. Au. Die Gesamtige von euch. Halt dich zurück, Gekko. Du hast es versprochen. Bewachen, nicht verschlingen. Warte bis morgen früh. Uah! Mega eilig. Lecker. Meins, 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 meins! Ha! Schaut ihr Fellgesicht ab. Zwei, vier, sechs, acht. Hättet ihr wohl nicht gedacht. Was? Eine Kartoffel? Leute, schaut! Da sind diese Pyjama-Kids. Was wollen die denn hier? Das Ganze war nur eine Welfi-Falle. Und ihr Fellchen seid drauf reingefallen. Nein, du bist noch reingefallen. Das ist falsch. Mission 1 erfüllt. Nur noch ein bisschen. Gekko, du hast es versprochen. Was? Oh nein, Leute, das tut mir so leid. Was ist nun mit mir passiert? Schokoladen-Jackpot. Zeit für eine nächtliche Schokoladen-Party. Du weißt doch, dass zu viel Schokolade nicht gut für dich ist. PJ Masks! Lasst uns rein! Sind ganz allein und... Lassen euch nicht ins Haus herein. Dann macht euch jetzt bereit für den Wölf-Wirudelangriff. Und das ist ein Schokolade. Ich bin der Wölf-Wirudelangriff. Ich bin der Wölf-Wirudelangriff. Ich bin der Wölf-Wirudelangriff. Ich bin der Wölf-Wirudelangriff. Wie ist es denn? Wofürelangriff. 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 He, es ist nicht zu schaffen. Doch, wir husten und wir prusten. Wir werden die Schule zusammenpusten. Habt ihr neulich so ein Buch gegessen? Lasst uns husten und prusten. Was soll das? Es funktioniert nicht. Natürlich funktioniert es nicht, du Fellhirn. Du hast es dir nur ausgedacht. Ip, 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 Ip! Leute! Ip, Ip, Ip! Ip, Ip, Ip! Ip, Ip, Ip! Fantastisch! Ultraschallheuler? Nicht cool für die Schule. Das ist alles meine Schuld. Ich muss die Wölfis aufhalten. Schon okay, Gekko. Wir schaffen das. Ip, Ip, Ip! Katze und Eule gegen das Geheule. Der Ultraschallheuler ist zu stark. Ich hab allen die Eiersuche verdorben. Nur weil ich nicht warten konnte. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Im Ernst, Gekko? Jetzt ist nicht die Zeit für noch einen Mitternachtssnack. Nein, aber Zeit für ein Mitternachtsschleichen. Ich hab da. Oh! Juhu! Juhu! Singeling! Abendessen. Juhu! 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 Mir geht's gut. Das nenne ich mal ein Mitternachtssnack. Heiko, du hast es geschafft. Um die Eier der anderen zu retten, hast du deins hergegeben. PJ Masks ruft laut Hurra. Vermeist jetzt mit der Gefahr. Kattwoll. Oletz. Gekko, los geht's. Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske an, wer sind die los? PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. Verbrechen zu bekämpfen. Ihr Doppelstand, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. PJ Masks, Pyjama Helden. Halloween Gaunert. Alles läuft genau nach Plan. Halloween gehört uns Schurken. So, wie es sein soll. Hey, das ist eine Schurken. Los, rein, ab! Schwinger Leopard, die bösen Schurken arbeiten zusammen. Das sind gleich drei Albträume in einem. Bitte komm, Pichairobo. Du musst uns helfen. Ich habe die Idee. Er will die Motten hinters Licht führen. Pichairobo ist ein echt helles Köpfchen. Aber sie lasst uns immer noch nicht los. Ich habe eine Idee. Auf mein Zeichen. Eins, zwei, drei, kitzeln! Danke, Ouellette. Und danke auch an Pichairobo. Als hundeverkleidete Kinder haben sich unsere Süßigkeiten geschnappt. Das war's wohl mit Halloween. Wer heult hier? Captain Cameron hilft dir! Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen. Wow! Captain Cameron! Ja! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen. Cameron glaubt nur, er wäre ein Held. Tja, wenn wir die Nachtschurken nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein. Wir müssen uns konzentrieren. Katzen, oh! Die Wölfis! Klingt, als wären sie irgendwo im Park. Los, kommt! Spürt die Superkraft des Halloween-Wolfmonds. Jipp, jipp, jau! Los, komm jetzt! Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden. Schon erledigt, Leute. Ich hab sie in ein super geheimes Versteck gelegt. Cool! Und wo ist es? Ich, ähm, es ist so geheim, dass ich vergessen habe, wo es ist. Komm schon! Bild nach, Kevin! Wisst ihr, ich hab extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern. Jetzt muss er mir nur wieder einfallen. Hm, Tüten klingt wie Brüten. Also sind die Süßigkeiten sicher... In einem Nest! Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen. Rip, Heuler! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser! Einen Knochen! Ah! Gut, dass wir noch unseren Super-Welfis gesehen haben. Ich wusste, die Straßenköter würden es vermasseln. Hey, Leute, die Wunschwunfel hierher. Die PJ Masks? Aber die haben mich doch abgehängt. Mein raffinierter Halloween-Plan geht den Bach runter. Ach, jetzt reg' dich nicht gleich auf. Wir brauchen einen Angriffsplan. Bleib einfach hier. Die Pyjama-Plagegeister werden Ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden. Siehst du, das ist gar nicht so schwer. Hey, Welfis! Habt ihr was verloren? Nee! Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand ein Leckerbissen. Hot Dogs sind meine Lieblingsleckerbissen. Das ist es! Oh, Süßigkeiten! Süßigkeiten! Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs. Aber das ist doch kein Reim. Und wo bewahrst du deine Hot Dogs normalerweise auf? In der Hütte. Rudelrauferei! Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super Kanzentempo! Wow! Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Ja! Klasse! Aha! Ich hab euch auf frischer Tat erzappt! Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns! Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit! Autsch! Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen. Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden. Zack! Wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du musst dich nicht verretten, Gekko. Aber er, er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun. Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut. Das ist so unfair. Ah, so viele Tüten voller Süßigkeiten. Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Oder auch nicht. Flatterne Federn, was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen. Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen. Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Oh, äh, ähm, äh, du kannst erschöffen. Das sind nur Kostüme. Du bist Captain K-K-K-K-Kamron. Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten! Ha ha ha! Bleib stehen! Hä? Fink mich nicht, meinen Supertonado-Weltallkick einzusetzen! Sag bloß, du bist ein neuer Superheld. Ja, ich bin Captain Cameron, interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls. Keine Autogramme, ich bin auf Mission. Wow, warst du schon auf dem Mond? Noch nicht. War viel los heute Nacht? Willen ihr mich jetzt entschuldigt? Ich muss schnell von hier verdurften. Wusch, wusch, wusch! Tschö-tschö-tschö-tschö-tschö-tschö-tschö-tschö-tschö-tschö. Er ist kein Held. Schnapp die Süßigkeit! Unblücklichen, Motten! Ich entpache den interplanetarischen Sturm! Hä! 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 Hä, hä, hä! Ui, Flügelwicht! Aua. Boah, hab ich das etwa getan? Dieses Kostüm werde ich nie wieder ausziehen. Verschwinden, wir fahren hier. Los, los, bevor er uns in den Weltraum schießt. Dann muss wohl ein echter Held aushelfen. Ninja Linus, worauf wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten! Hey, los, hinterher! Wie? Was? Wohin? Alles klar. Meine Superkräfte haben sie weggefickt. Mitsamt den Süßigkeiten? Oh, nein! Wo gehen wir jetzt lang? Oh, in Augen! Wie es aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation! Unter der Erde? Komm schon, jetzt sprengen wir die Party! Wer hat diesen Ort als unser Versteck ausgesucht? Es ist feucht hier! Und dunkel! Und gruselig! Wer war das? Das ist nur dein Echo! Unsere Wolfskräfte werden unten in das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer! Es gibt keinen Halloween-Wolfsmond! Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles! Was heißt das? Wir sind keine Super-Wolfies? Schluss mit diesem Gejammere! Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern! Juhu! Also, teilen wir die Süßigkeiten auf! Nicht zu fassen, dass sie das durchziehen können! Was machen wir jetzt? Wir sind in Unterzahl! Wir haben es geschafft, die Pyjama-Plagegeister im Kreis laufen zu lassen! Und das dank meines brillanten Plans! Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee! Was ist mit uns? Und mal einen super genialen Hotdog rein! Oh, Süßigkeiten! Oh, Süßigkeiten! Das reicht sich nicht! Wow! Den Ruhm einzustreichen ist ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit! Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir! Mir war es vorhin auch wichtiger, wer den Ruhm einstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten! Aber was, wenn wir das gegen sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark, aber ein kleiner Trick könnte sie auseinander bringen! Das klingt nach einem super Plan! Voila! Zehn für mich und zwei für jeden von euch! Fair und gerecht! Wo hast du zählen gelernt? Oh, Mann! Lecker! Weder fair noch gerecht! Äh, Leute! Das ist ein Geist! So was wie Geister gibt es nicht! Es ist Luna Girl! Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen! Will ich nicht! Aber, da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr! Blödsinn! Meine Ninja-Tricks sind die besten! Also sollte ich das meiste bekommen! Aber wir haben die Beutel geklaut und verschweckt! Wir sollten das meiste bekommen! Und wie wär's mit? Gar nichts! Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben! Der Alldachsen-Bubi! Haltet ihn auf! Zuerst müsst ihr mich aufhalten! Super Katzenstreifen! Ha! Jetzt bekomme ich mehr! Super-Glikos-Schild! Kommt schon! Das ist unsere Chance, uns alles zu holen! Ja! Super-Ein-Fädig! Ja! Ha! 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 Wir werden es wohl niemals lernen! Hallo! Ha! Es ist der Weltraum, Junge! Er ist zurück, um uns zu holen! Ich bin Captain Cameron! Ich habe euch umzingelt! Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus! Ha! Mia! Befortmesser die Befehle des Captains! Ich sagte, kommt raus! Wow! Was war ja leicht! Ihr hättet mich sehen sollen! Ich habe sie verjagt! Was würdet ihr ohne einen super mutigen Helden tun, der euch rettet? Captain Cameron! Ich habe sie gemacht, Captain! Gut, dass ein Held zur Stelle war! Oder vielmehr drei! Dann ist es dir egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren? Nee! Aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun! Und jetzt zu den Süßigkeiten! PJ Masks, ein starkes Team! Jetzt ist er heute... ... ... ... ... ... Gekko, 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 Gekko! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die groß? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Fahrbrechen, zu bekämpfen, ihr dummestell. Riffen, alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Eulette und der verschwundene Zug Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Warum bist du denn so aufgeregt, Herr Meier? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat! Den fliegenden Achterbahnzug! Ich hab gestern die Testfahrt gesehen! Der war so schnell! Das wird sich wie Fliegen anfühlen! Weißt du was? Ich steh auf schnell! So! Wow! Alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren! Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist! Na los, wir müssen sie auch testen! Hey! Was? Wir waren zuerst hier! Stell dich hinten an! Ähm, Herr Meier! Meine Damen und Herren! Liebe Kinder! Der fliegende Achterbahnzug ist jetzt... ...verschwunden! Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein! Ich hab mich schon so aufs Fliegen gefreut! Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Äh, Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt's zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis! Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal! Sieht aus, als wären da noch mehr Gleise gewesen! Und jetzt sind sie weg! Gleise, die verschwinden? Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz frohs! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Ja! Greg wird zu! Dekos! Ja! Connor wird zu! Peppoy! Amaya, wir haben zu! Eulett! Die PJ Masks! Na los, na los, na los! Zum Eulengleitest! Hey, warte, Eulett! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen! In Ordnung! Guter Punkt! Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Junge! Schon gut! Dann zum... Katzenflitzer, ich mache es dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann! Komm schon, Jungs! Lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts! Warte, Eulett! Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen? Ja! Und los, mal los! Ah! War das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gekko! Ist hier wie wild rumgesaust! Vielleicht ist es... Jungs, vergesst Romeo! Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren! Wir müssen rausfinden, wer ihn fährt! Los, los, los! Äh, okay! Hey! Hey! Hm, keine Spuren mehr! Und wie finden wir jetzt den Zug? Oh, in Augen! Ich sehe etwas weiter da vorne! Etwas Schnelles! Da ist er! Der Zug! Siehst du, ich sagte dir erst schnell... Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt! Umio! Na hallo! Die Pyjama-Hellen! Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren! Das war nicht ich! Niemand fährt mein Labor! Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht! Zum Glück habe ich diesen super schnellen Zug, um es zurückzuholen! Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach! Dank meiner Erfindung, dem Turboschienenleger! Der legt Schienen überall hin! Wow, der ist voll cool! Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt! Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht! Wir können dein Labor für dich einfallen! Ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor habe? Auf keinen Fall! Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schocke der Welt! Aha! Hab ich dich gefunden, Labor! Auf Wiedersehen, Pyjama-Hellen! Dieser Zug ist für euch abgefahren! Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufahren! Sonst macht er den Zug noch gefährlicher! Alles klar, Eulett! Romeo, wir kommen! Autopilot! Ist ja Wahnsinn! Und wow, der Zug ist wirklich cool! Ha! Ich hab dich fast schon erreicht, du ungezogenes Labor! Ha! Diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapper-Kiste! Los geht's, Pyjama-Helden! Lasst uns Romeo aufhalten! Super, euren Flügel! Eulett! Wow, ich war fast schon Vogelfutter! Danke, Catboy! Oh, keine Eile! Wir werden es schaffen! Hey! Schleichen wir uns langsam an den Rand! So ganz, ganz, ganz sachte! Warum sachte? Lasst uns einfach los! Wow! Eulett! Alles okay! Diese Pyjama-Helden sind doch wohl nicht auf meinem Zug, oder? Ich geh lieber auf Nummer 6! Entschuldigt, Jungs! Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir aus seinem Dach sind! Schon okay! Neue Idee! Wir jagen Romeo gleichzeitig! Er kann uns nicht alle drei aufhalten! Okay, auf drei! Wir springen und rennen! Eins, zwei... Eulett! Nein, warte! Wow! Oh, warum, warum, warum habe ich nicht auf Catboy und Gekko gehört? Romeo hat fast sein Labor erreicht! Alles nur, weil ich so in Eile war! Eulett! Seht's dir gut? Ja! Tut mir leid! Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt! Und es hat nicht funktioniert! Schon gut! Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Zug zu fahren! Jetzt ist erst mal der Hormboot-Arm dran! Super, jetzt, du Muskel! Dafür habe ich jetzt einen Plan! Und damit er klappt, werde ich diesmal warten! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden! Aber nicht mehr lange! Schnell, was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer! Und wir werden es gemeinsam tun! Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste! Gekko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers! Für Stadtdeulett! Dann bin ich an der Reihe! Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenlegern, sodass der Zug anhält! Ohne Schienen kann der Zug Romios Labor niemals einholen! Toller Plan, Eulett! Ich glaube, das klappt! Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt! Los, Pyjama! Ups! Nicht vergessen, Eulett! Keine Eile! Du bist dran, Catboy! Ich werde... Ihr wisst schon, warten! Okay, mein Turboschienenleger! Mehr Schienen! Mehr Schienen! Super, Katzensprung! Okay, jetzt bin ich an der Reihe! Locker und lässig! Das war Food Island! Was? Hör auf, du Plagegal! Zu spät, Romeo! Gekko, los! Blockier den Turboschienenlegern! Ja! Oh! Wow! Super, einigen Driff! Haltet euch alle an mir fest! Ja! Ah! Ja! Ja! Oh! 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 Ich schaff das! Supergeko-Musti! Siehst du, Romeo, wir konnten eben doch dein Labor stoppen. Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja! Ich hab vielleicht meinen Zug verloren, aber dich hab ich noch, mein geliebtes Labor. Und jetzt bringen wir den Zug zurück. Das wird alle auf Timjana glücklich machen. Nächstes Mal, wenn sie geklaut fühlsam erhält. Hä? Er hat sich nicht mehr für die Hilfe bedankt. Mach dir keinen Kopf, Gecko. Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Sie sehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske an, wer sind die los? Verbrechen zu bekrämpfen, geht um es fern. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pijama-Helden, PJ Masks, Pijama-Helden. PJ Masks! Gecko rettet Weihnachten. Oh, Connor. Morgen ist Weihnachten und es hat immer noch nicht geschneit. Aber auch ohne Schnee werden wir eine schöne Zeit haben. Boah, ich kann das nicht. Was ist denn los, Greg? Morgen ist Weihnachten. Freust du dich gar nicht? Nicht übers Eislaufen. Das habe ich noch nie gemacht und ich kriege das auch nicht hin. Wir helfen dir. Na los, versuch's. Eislaufen gehört wie der Baum an Weihnachten dazu. Ja, wie die Lichter und der Weihnachtsschmuck. Welche Lichter und welcher Weihnachtsschmuck? Oh nein, wo ist das alles hin? Wo ist der ganze Baumschmuck? Und das Lametta. Sogar der Stern ist verschwunden. Es war alles so wunderschön und es war so viel. Das kann doch nicht alles weg sein. Jemand muss es letzte Nacht geklaut haben. Aber wie kam dieser jemand da oben ran? Das ist echt hoch. Das werden wir recht finden. Dafür brauchen wir keine Schlittschuhe. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf. Gerissenen Schurken das Handwerk zu nehmen. Ja! Conor wird zu. Catboy! Ramaya wird zu. Eilett! Ja! Gregg wird zu. Dekos! Die PJ Masks! Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat, ist echt weit hoch gekommen. Und das müssen wir auch. Also los, zum Eulengleiter! 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 Oh! Schaut! Da ist Luna Girl! Da kann der Gecko, sie klotzt allen die Geschenke Das darf doch nicht wahr sein, dann wird niemand etwas zum Auspotten haben Luna Girl, gib die Geschenke zurück, sie gehören dir nicht Vergess es, ihr Brabis, das sind meine Meine, wir sind nur für mich, mich, mich Hey, schnappen wir uns ihr Mondwort, dann kommt sie nicht mal in die Schornsteine ran Gute Idee, Gecko, legen wir los Ich spring sie auf den Boden zurück, ein Flügel Eulett, vorsicht Schnell, Gekko, fliegt das Mondwirt von Lunakall weg Aber ich bin doch noch nie mit einem Mondboß geflogen Das kann ich sicher nicht Auf Wiedersehen, Kerstchen, ich miau mich vom Acker Gekko, geht's dir gut? Ja, ich wusste, dass ich das Mondboß nicht fliegen kann Tut mir leid Schon okay, verfolgen wir sie Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können Eulett, du fliegst dir hinterher und wir folgen dir vom Boden aus Los geht's, los geht's Komm schon, Lunakall Was? Warum nimmst du die Geschenke nicht wieder zurück? Weil ich das nicht will Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es Hey, das gehört mir, Spatzenhirn Nein, 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 nein PJ Mask, ich brauch nur ein Gesicht, um sie nach unten zu ziehen Super-Kapsen-Sprung Hä? Schon wieder die maulende Mieze Na dann, wollen wir doch mal sehen, ob Katzen immer auf ihren Pfoten landen Oh, äh Peppol Ha, 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 ha Matten Husch, husch Nein Ich komme Gecko, spring aufs Mondboß und bringe es weg von hier Noch mal geil mit Fliegen, aber ich kann das nicht Nur Mut, Gecko Du kannst es bestimmt Versuch es einfach noch mal Ich schlippe in die Schlange Das ist ja noch schwer als Eislaufen Ich schaff das niemals Gecko Alles okay? Neue Sachen kann ich nicht gut Macht nichts, keine Sorge Eulett und ich kümmern uns drum Holen wir Luna Girl ein, los! Das war's, Luna Girl Zeit aufzuhören Zeit für euch aufzuhören Nein, du Ich hab deine Feder Eulett Oh, hab ich deine Federchen zerflagert, Eulett? Entschuldige Super-Kapsen-Sprung Gecko-Hilfe! Oh, runter von meinem Mondboß! Oh, vielleicht was machen wir jetzt? Oh, mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen Du musst wieder rauf aufs Mondboß und Catboy helfen Nochmal? Aber ich kann es nicht steuern! Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst Du musst es wirklich versuchen Das schaffst du! Oh, Fischer! Catboy! Du hast recht, Eulett Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten Höchste Zeit, ein Held zu sein Super-Gelko-Tanum! Wo ist die einfältige Eidätsche hinverschwunden? Na, woher kommst du denn? Ah! Hm? Ah! Ah! Hey! Danke! Das ist meiner! Rette durch, Gekko! Du schaffst es! Gekko, ich verliere den Halt! Zieh mich hoch! Oh, wenn ich mich vorbeuge, verliere ich das Gleichgewicht! Warte, ich bin nicht in Sicherheit versprochen! Ich muss einfach drauf bleiben und versuchen, das Teil zu fliegen Wow! Gekko, Achtung! Wow! Das ist irgendwie cool! Wow, aber schwierig! Ich muss drin bleiben! Pass auf, die Wand! Ja! Ringelndes Rektil! Wir sind zu hoch! Wow! Keine Panik, wir stützen sonst ab! Genau! Ganz ruhig! Ja! Ja! Ich bringe es jetzt runter! Langsam! Toll gemacht! Ich wusste, dass du es schaffst! Siehst du? Du musstest es einfach nur versuchen! Ja! Martin! Lass mich los, ihr Pyjama-Plagegeister! Es ist vorbei, Luna Girl! Ja! Wir haben den Mondbon! Jetzt kannst du keine Geschenke mehr klauen! Oh, das ist nicht fair! Für mich gibt es nie ein richtiges Weihnachten! Da feiere ich immer nur mit mir selbst! Was? Heißt das, dass du an Weihnachten ganz allein bist? Aber das ist ja echt traurig! Hey! Warum verbringst du den Weihnachtsabend nicht mit uns? Mit euch? Ja! Wir müssten die Geschenke und die Schmucksachen sowieso wieder zurückbringen! Hilf doch mit! Dann sind wir alle zusammen an Weihnachten! Was meinst du? Okay, na gut! Dann spinn rauf! Wir retten jetzt Weihnachten! Yay! Ja! Wir retten jetzt Weihnachten! Und nun das letzte Geschenk. Ganz toll. Und du wirst echt richtig gut im Mondbord fliegen, Gekko. Danke. Jetzt, wo ich es drauf hab, mag ich es. Du hast uns sehr geholfen, also kriegst du dein Bord und deinen Magneten zurück. Okay. Aber nun müsst ihr wohl gehen und damit ist Weihnachten jetzt vorbei für mich. Keine Bange, wir sind noch nicht weg. Wir haben noch etwas zu erledigen. Boah, ist das echt herrlich, Luna Girl? Kann schon sein. Aber jetzt ist Weihnachten für mich wirklich vorbei. Und ich hab kein einziges Geschenk bekommen. Von wegen hast du das. Schlittschuhe! Aber ich war noch nie zuvor Eislaufen. Schon okay. Ich auch nicht. Aber wir schaffen das schon. Na los, versuchen wir es. PJ Masks, ruft laut Hurra. Meine Güte ist gerettet. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Ja! Ja! Hey, was passiert hier? Endlich Schneid! Weihnachtsschnee! Kommt denn die Pflöcke mit der Zunge? Äh, äh! Kattwoll! Oletz! Gekko! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske an, wer sind die Ligos? PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks, Pyjama-Helden! Verbrechen! Zu bekämpfen! Geht so festen! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks! Gekko und die Eisstadt He? Was ist das? Eis? Aber es ist doch Hochsommer! Eissapfen? Das war unglaublich! Hier ist rundum alles vereist! Alle rutschen und fallen hin! Aber nur bis zum Ende der Straße und dann hört das auf! Was ist da los? Heute Nacht finden wir's heraus! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, die gewissenen Schulten des Handwerks zu nehmen! Ja! Connor wird zu! Kate Boy! Amaya wird zu! All right! Ja! Craig wird zu! Dekko! 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 Dekko schizophren motif der M asked! Das Gekko-Mobil kann an allem haften. Es wäre ideal für das Eis. Wie wäre es mit dem Gekko-Mobil? Nehmen wir den Eulengleiter. Wir sehen uns das Ganze von oben an. Guter Einfall, Eulett. Aber ich dachte, das Gekko-Mobil könnte... Na gut, wahrscheinlich haben sie recht. Komm schon, Gekko. Zeit für unseren Einsatz. Es ist noch schlimmer geworden. Die halbe Stadt ist eingefroren. Sogar Hunde und Katzen haben sich angefreundet, um sich warm zu halten. Wow. Was war das? Eulenaugen. Hm. Seht mal da drüben. Romeo ist hervor. Hui, das macht richtig Spaß. Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Was ist das? Da vorne drin. Das sieht aus wie eine Eismaschine. Verfolge ihn, Eulett. Aha. Ich hab mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr Pyjama-Bruz da auftaucht. Was trägst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich. Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten. Weiter geht's. Gleich habe ich dich. Oho. 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 Jetzt, wenn nur um meine tolle Fahrt geht, Romeo. Dann schieb ich mit meinen Supergego-Muskeln in der Box einen Rollen herum. Es geht nicht nur um Spaß haben, auch wenn es Spaß macht. Während ihr Tankdovis hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft an mich. Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ach, ist das steil. Flatternde Federn, ich pass nicht durch. Wir müssen landen. Oho. 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 Wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist. Oho. 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 Es ist wirklich rutschig. Oho. 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 Danke, Gecko. Oho. Hey, vielleicht könnte ich Romeo verfolgen. Weil meine Füße richtig gut hat sie. Warte, Gecko. Oho. Ich habe einen Plan, der sicher funktioniert. Aber mit meinem Klebeplan könnten wir... Ich brauche dafür eure Hilfe. Zurück zum Olympleiter. Hm. Dann muss mein Plan eben warten. Zuerst brauchen wir deine Eulenaugen, um Romeo zu finden. Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gecko nicht entdecken kann. Eulenaugen. Da ist er. Oho. 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 Okay, Gecko. Ich schleiche mich von unten ins Labor. Du krabbelst von oben rein. Dann übernehmen wir die Kontrolle, bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind. Super Katzensprung. Oho. 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 War wohl nur der Wind. Oho. 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 Hotboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr und klettert hinauf mit seinen Super... Oho. Oho. Ihr seid super. Ach. Niemand mehr sieht, Catboy. Warum hast du so lange gebraucht? Arme Mietzelkatze. Und jetzt runter von einem Labor schlägt nach oben. Catboy, pass auf. Oho. Es ist k-k-kalt. Ich kann mich nicht bewegen. Lass mich hier raus, Romeo. Eilets. Ich glaub, ich kann Romeo aufhalten. Schau. Jetzt nicht, Gekko. Komm zurück. weg. Eilets. 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 Wir brauchen einen Plan, Gekko. Eilets. 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 Oh nein, ich hab gar keine Superkraft. Gecko, wo bist du? Heulen steckt in Schwierigkeiten. Flattende, frostige Federn. Zwei kleine Eisplatten sitzen auf dem Feld. Zwei kleinen Eisplatten ist so bitterkalt. Gecko, ich hab einen Plan. Warte, ich hab einen besseren Plan. Schlitternde Schlange. Hätte ich doch nur auf meinem Plan bestanden. Und meine eigene Superkräfte benutzt. Höchstens, ein Held zu sein. Super Eidechsengriff. Es ist Zeit für meinen Plan. Ihr hilft, indem ihr so viel wie möglich von Romyos Eisachterbahn kaputt macht. Bereit für Eisballflipper? Hey, Geckos Plan könnte funktionieren. Na los, lass uns Eis zerschmettern. Diese Eiszapfen können wir zerstören. Meine wundervolle Bahn. Jetzt kann ich nur noch in einer Rufstum. Ich werde Romeo zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt. Super Eidechsengriff. Hallo, Romeo. Mit meinem Super Eidechsengriff bin ich besser auf dem Eis als du. Quatsch. Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen. Von mir. Also ist es unmöglich, dass mini-hörnige Muttersöhnchen es besiegen. Das wollen wir erst mal sehen. Los, Gecko. Mich kriegst du nie. Super Gecko-Muskels. Oh. Nein. Hab dich, Romeo. Ja. Zeit für eure Enteisung, PJ Masks. Ja. Oh ja. Juhu. Unter Arbeit, Gecko. Der Plan war katzenstark. Ja. Es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben. Nein. Das ist meine Schuld. Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen. Oh. Wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist. Ihr freundlichen Püksamer-Held. Ihr müsst mir immer mal entspannt werden. Das nächste Mal, jetzt riege ich euch. PJ Masks. Also es ist immer noch viel Eis da. Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir. PJ Masks, ruf Klautura. Vorbei ist jetzt mit dir eine Fahrrad. Heute ist es nicht vereist. Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren. Aber es wäre doch viel besser, wenn wir... Eigentlich habe ich einen Plan. Gehen wir doch zum Wasserpark. Tolle Idee. Lasst uns gehen. Wow. Ups, da habe ich wohl ein bisschen Eis zu versehen. Ein bisschen精�� corrected. Ja. Ja. Du bist gut. PJ Masks, Pyjama Helden PJ Masks, Pyjama Helden Verbrechen, zu bekämpfen Geht auch besser Na, wenn alle im Bett sind PJ Masks, Pyjama Helden PJ Masks, Pyjama Helden PJ Masks Catboy Marschier Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Super-Tarnung Schleich mich an und schnapp sie mir Dann darfst du sie mir zu Ich gebe sie an Catboy weiter und Ich habe eine bessere Idee Ich schnapp sie mir jetzt gleich Super-Cut-Tempo Catboy! Ja, gefällt's dir da oben mit einer Katze? Lass ihn runter, Robo-Zack Super-Gecko muss gehen Ihr seid auf dem falschen Dämpfer Wie wär's denn damit? Lass uns diesmal alles gemeinsam machen Ich flieg zuerst Gecko weg und dann... Warte, wie wär's mit einem Super-Katzensprung? Super-Gecko-Tarnung Wow, geh sie mir zurück Warte, was machst du da? Lass was! Okay, komm, losgehen! Nein! Das werdet ihr nie noch büßen! PJ Masks! Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein PJ Masks ruft laut Hurra! Wobei es jetzt mit dem Gewehr! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboterfreund? Mua-ha-ha-ha-ha-ha! Die PJ Masks waren mal wieder ganz groß Wie immer Aber es war schon wieder ziemlich knapp Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen Tut mir leid Ich wollte nur, dass wir gewinnen Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball Ah! Oder noch besser, wir spielen Fußball Seht euch das mal an! Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen Aber wie, die Maschine ist doch im Hauptquartier Wir sehen mal nach PJ Masks, jetzt nichts mehr los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk aufzulegen Amaya wird zu Eilett! Ja! Greg wird zu Deko! Ja! Ja! Kann ich dazu? Catboy! Hey PJ Masks! Katzenohren Ich höre Romeo Wie bist du an die Ringen gekommen? Die ist im Hauptquartier Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte Hab ich von ihr ein Duplikat angefertigt Und hier ist es Eine Vervielfielfältigungsmaschine? Vervielfältigte Roboter? Da kann der Gekko, wir müssen ihm die Maschine wegnehmen Ich hab eine Idee Ich flieg runter und nehm sie Romeo weg Dann geb ich sie an dich weiter, Catboy Und du gibst die Gekko Ich zieh das blinkende Ding raus und schalte es aus Macht euch bereit für meine Super-Gekko-Muskel Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt Warte Zeit für noch mehr Roboter Und dann waren es wir Katzenbrüller Wie nett von euch meine Roboter-Armee zu vergrößern Roboter-Armee? Ganz recht Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage Und wenn wir uns weigern Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch Bis ihr mitmacht Wenn die Roboter das machen Dann werden die Leute tun, was Romeo sagt Okay, zurück zu unserem Plan Achtung, Fellbälle Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super-Eulen-Augen Da Nein Gib sie wieder her, du knackende Trottel Der Fallball-Knopf klemmt Er feuert weiter Alles gut, nichts passiert Ja, mir geht's auch gut Bei meinen Katzenschnurrhaaren Hackboy Du wurdest vervielfältigt Ich weiß Ich weiß es auch Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso Die Roboter, schaut Roboter, holt euch jetzt diese Maschine Sie soll euch vervielfachen, nicht die PJ Masks Wirf mir die Maschine zu, dann ziehe ich das Ding mit dem Ding aus Ich kann nicht, es sind zu viele Roboter Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe Ja, ja, ja Ringelndes Reptile Jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon Wir werden diese Roboter holen Wihee Wuhu Nein Ja Das war's, Roboter Nicht so schnell Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne Was macht ihr da? Ihr müsst sie weg holen lassen Ich habe eine bessere Idee Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird Ich färg den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat Und ich laufe mit meinem, soweit ich kann Das ist ein super Training Tschüss Vorsicht Roboter, mach diese PJ Masks in die Luft Wir müssen diese Maschine zurückholen Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch Ich habe noch eine Idee Und mit diesen Catboys kann nichts schief gehen Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später Schnell Ihr Pyjama-Plagegeister Die Roboter Bauen wir stattdessen eine Roboter-Falle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen Ich baue ein Roboter-Katapult Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern Wartet, stopp! Wir brauchen diese Baumstämme Ich brauche sie Stopp! Haltet euch an den Plan, bitte! Ziehen wir meinen Plan durch? Mein Plan! Wartet ab, bis ihr meinen Katapult seht Das ist unfassbar! Das ist unfassbar! Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch, genau wie du Ich kann es noch hinkriegen Ich hole die Maschine, keine Sorge Catboy legt Katze an und schnappt sich den Vervielfältiger Roboter, schnapp den Plagegeister! Du hast meinen Plan zerstört Hey, und du meinen! Pass auf! Boah, ist das schwer! Das ist eine Katastrophe! Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team, schon vergessen? Tut mir leid, ich hab's vergessen Und meine Kopien erst recht Entschuldigung! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Super Katzentempo! Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen Irgendeine Ahnung, nee, Team Ich hab eine tolle Idee Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen Lasst die Catboys los und schnappt sie euch Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumscham-Erfindungen Hallo! Au, 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 au Hier kommt der Rest Alle auf eure Position Kommt schon, Roboter! Was wird ihr Pyjama-Plagegeister im Schede? Und jetzt der letzte Super Katzentempo Schnappt ihr die Katze, Roboter! Schnappt! Schnappt! Gehe runter von mir! Wir haben's geschafft! Jetzt streng deine Geckomuskeln an! Aber wenn nicht, das klingt in den Dingen raus! Hier verschwindet ihr! Wir verschwinden nicht! Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy! Das nenn ich ein Team! Tu es, Gecko! Super Gecko-System! Gehen! Ja! Ja! Euch kriege ich schon noch Pyjama-Plagegeister! Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden! Aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Catboy! Allnett! Gecko! Los geht's! Sie ziehen los in der Nacht Denn da sind sie ganz groß Sie tragen Moskern Wer sind die groß? PJ Masks mit Summerhelm PJ Masks mit Summerhelm Verbrechen Zu bekämpfen Gecko-Best-Fan Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks mit Summerhelm PJ Masks mit Summerhelm PJ Masks mit Summerhelm PJ Masks! Ja! Connor ist der Gewinner des Super-Kid-Pokals! Connor! Connor! Geckos Spezialstein Warum gehen wir noch mal ins Museum? Die Magnetsteinausstellung haben wir doch gestern erst gesehen Ja schon, aber ich hab dort meinen Spezialstein liegen gelassen Ich war traurig, wenn er weg ist Keine Sorge, Greg Ich hab Fotos gemacht, weißt du noch? Vielleicht sehen wir ihn Da ist er! Ich hab ihn für dieses Foto kurz weggelegt Und dann hab ich ihn dort vergessen Sag, was ist denn so besonders an deinem Spezialstein? War er ein Geschenk oder sowas? Ja, ich hab ihn von meinem Onkel bekommen Das ist ein super seltener Stein vom Mond Der ist so cool Und ich trage ihn seitdem ständig bei mir Dann gehen wir ihn doch holen Wow, wie kommt das denn alles her? Alles ist riesig und echt richtig schwer Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Es ist sowieso geschlossen Denn alle magnetischen Steine aus der Ausstellung wurden gestern Nacht gestohlen Oh nein! Das heißt dann, dass mein Spezialstein auch gestohlen wurde Wer würde einen Haufen magnetischer Steine klauen wollen? Vielleicht jemand, der bereits einen Magneten hat? Einen Mondmagneten, wie Lunagirl Natürlich! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Amaya will zu Amaya will zu Amaya will zu Eilet Ja! Greg will zu Deku! Ja! Connor will zu Pep Boy Die PJ Masks Kommt schon! Je eher wir nun eine Girl finden, desto eher habe ich mal Spezialstein wieder Zum Eulengleiter! Was ist da los, Eulet? So wie es aussieht, erzeugt ein Magnetfeld erhebliche Störungen Ich fliege uns da lieber raus Nein! Wenn der Mondmagnet das verursacht, führt er uns zu meinem Spezialstein Wir müssen alle Steine finden, Deku Gib dein bestes Eulet! Mach ich! Aber haltet euch fest! Denn hier werden gleich viele Federn gerupft Wow! Ein Zug in ihrem Mondmagnetstrahl? Sie hat noch nie zuvor etwas so schweres hochgehoben Sehen wir uns doch mal an, wie Luna Girl das fliegt Oh toll! Mein Ultramagnet ist jetzt mega super stark! Stark genug, um alles zu kriegen, was ich haben will! Eulenauben! So ist es also Luna Girl hat die magnetischen Steine verwendet, um ihren Magneten turbostark zu machen Aber hat sie auch meinen Stein? Ich glaube schon Ich schnapp mir jetzt den Mondmagneten Eulengleiter ausfahren! Warte, tu das nicht! Mein Spezialstein könnte kaputt gehen Super-Eidechsengriff! Gecko, dein Stein ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit! Komm wieder rein! Ich bin sicher mit meinem super-Eidechsengriff! Ich hole mir den Mondmagneten im Vorbeifliegen! Na gut, Gecko! Aber dazu schalte ich den Lautlosflugmodus ein So können wir uns an Luna Girl anschleichen! Oh Luna Girl, du hast etwas, was mir gehört! Hm? Wie ist es, sie kriegen wir bis hier? Wohnt Energie? Schnapp dir die Pyjama-Plage, Geister! Gecko, du hast uns anfliegen lassen! Es tut mir leid! Ich war so wütend, dass Luna Girl mir meinen Stein geklaut hat! Gecko, dein Stein ist nur ein Ding! Die Mission ist viel wichtiger! Wir müssen alle Steine wiederfinden! Schon vergessen? Und diesen Turbogen werden wir noch wenigstum, bevor... Gibt es! Ha! Ihr in Norden habt keine Chance gegen mein Ultramagneten! Nehmt das! Supergecko-Tarnung! Oh! Yay! Yay! Gecko, wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe! Gecko! Ha! Wichtig! Ah! Machen! Weg da! Gecko, alles in Ordnung? Ja! Ja! Ha! Ha! Du musst diese magnetischen Steine zurückgeben! Gib mir wenigstens meinen wieder! Das ist der Weiße da! Um dann nicht mehr alles zu bekommen, was ich haben will? Niemals! Das ist wirklich was Besonderes! Ha! Was Besonderes? Was soll an dem denn so besonders sein? Er ist es eben! Bitte! Er stand direkt vor dem Mond! Vor dem Mond? Hm! Ich hab eine Idee! Was? Wie meinst du das? Ganz einfach, Katzenklo-Bubi! Wozu brauche ich die anderen Dinge, wenn ich mir den Mond vom Himmel holen kann? Ganz für mich allein! Danke, Eidechsenfuß! Nein! Warte, das geht nicht! Das ist dumm und sehr gefährlich! Mir doch egal! Ich will meinen Mond haben! Es tut mir leid, Leute! Ich wollte sie nicht auf diese Idee bringen! Es ist mir so rausgerutscht! Ist schon gut, Gekko! Aber jetzt müssen wir sie aufhalten! Im Eulengleiter zu fliegen ist zu riskant! Sie kann ihn mit ihrem Turbomagneten angreifen! Keine Sorge! Ich hab einen PJ-Plan! Aber du musst dabei mitmachen, Gekko! Und darfst nicht deinen Spezialstein suchen! Ich bin dabei, Catboy! Okay! Wir sind zu dritt und müssen uns um drei Dinge kümmern! Lunagirl, ihren Magneten und ihre Motten! Und so werden wir es machen! Das ist es! Das ist das Allerbeste! Nur für mich allein! Mondenergie! Hol mir den Mond! Ja! Mit meinem Ultramagneten wirst du mir gehören! Nur mir! Nicht, wenn die PJ Masks eingreifen! Mein Mondstein! Motten! Schacht mir dieses Federvieh vom Hals! Nicht so schnell, Motten! Ich hab die, Motten! Und Eulette beschäftigt so lange Luna-Girl! Schnapp dir den Magneten, Gekko! Mein Stein! Aber Gekko, das ist nur ein Stein! Der Magnet! Hol dir den Magneten! Oh, er ist doch so nah! Komm, Mondbart! Lauf! Diese dumme Eidechse liebt ihren Stein wirklich sehr! Aber das ist nur ein Stückchen vom Mond! Ich will aber den ganzen! Ihr habt mir dabei geholfen! Und das alles nur wegen eines Steins! Du hältst mich jetzt nicht mehr auf Eidechsenfuß! Mondenergie! Hol den Mond! Ringelndes Reptil! Es ist wahr! Ich hab die ganze Mission verdorben, nur wegen eines Stings! Höchste Zeit, ein Head zu sein! Husch! 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 Huch! Danke, Gekko! Aber was machen wir jetzt? Ich weiß, wie wir sie stoppen können! Ich muss nur meinen Spezialstein hochwerfen! Musik 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 Ah, hey! Was ist da los? Der Mondmagnet sollte doch am Mondkleb bleiben! Oh, das tut er auch! An meinem Stückchen Mond! An meinem Spezialstein! Großartige Idee, Gekko! Nicht sehr lange, Brüder Gremlin! Einen Flügel weg! Schnell, wenn sie beschäftigt ist, holen wir uns die anderen Magnetsteine wieder! Ja! Super Katzenstrumpf! Ich hab ihn! Aufhören, ihr Stein-Ibe! Nein, die dauert mir! Mir allein! Nein! Nein, die dauert mir! Mir allein! Lunar Girl! Ha! Aber noch stark genug, um das hier zu machen! Und ich bin stark genug für das hier! Super-Gekko-Muskel! Ah! Und weg mit dir, Lunar Girl! Ah, das werdet ihr mir büßen! Gut, der Mond bleibt dort, wo er hingehört! Und ohne diese Steine hat ihr Mondmagnet nicht mehr die Kraft, ihn nochmal zu bewegen! Es war wirklich tapfer, von dir dann einen Spezialstein zu opfern! Geht's dir auch gut? Ja, aber wir haben immer noch ganz schön viel aufzuräumen! Es liegen ein ganzer Zug und eine Rakete vor dem Museum! Das machen wir gemeinsam! BJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Wieso gehen wir wieder ins Museum? Damit wir dir einen neuen Stein aus dem Geschenkeladen besorgen können! Er wird nicht so einzigartig sein wie dein Mondstein, aber... Oh, danke! Aber es ist okay, keinen Spezialstein zu haben! Das ist nur ein Ding! Und Dinge sind nicht so wichtig! Obwohl mein Stein was ganz Besonderes war! Er hat uns schon geholfen, die Lage zu retten! Vielleicht will ich doch einen neuen! Oder vielleicht nicht! Oder vielleicht doch! Oder vielleicht nicht! Gut, dass Entscheidungsstärke nicht zu deinen Spezialkräften gehört! Ja, sonst bekämen wir nie was auf die Reihe! Und dann erzählen wir jetzt auch ein neues Video! Catboy! оньnett! Gekko! Los geht's! Sie sind los in der Nacht Denn er sind wie ganz groß Sie tragen Moskene Wer sind die bloß? PJ Mask, Pyjama-Helden, PJ Mask, Pyjama-Helden Verbrechen zu bekämpfen, ihr Doppelstern, na wenn alle im Bett sind PJ Mask, Pyjama-Helden, PJ Mask, Pyjama-Helden PJ Mask PJ Kraftpaket Ich bin PJ Robo Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, das heißt, dass er dich cool findet Oh, ich finde ihn auch cool Er ist unser neuer PJ Mask Toll, dass er einer von uns ist, aber was hat er eigentlich so drauf? Tja, er kann gut mit Maschinen umgehen Und er macht eine tolle Roboter-Mondrehung Was? Klebeklatscher, Nachtninja, das ist nie gut PJ Mask, jetzt nichts wie los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurten das Handwerk zu legen Amalia wird zu Oilet Ja Greg wird zu Catboy Ja Connor wird zu Catboy Hey PJ Robo, coole Moves Oh, du kannst den Katzenflitzer nicht fahren, das ist schon mein Job Du probierst neue Sachen am Hauptspeicher aus, stimmt? Kein Problem, Kleiner, das lernst du noch Cooles Chamäleon, du hast mein Funkgerät in einen Videoprojektor umgewandelt Äh, wir haben schon was, womit wir kommunizieren Ganz genau, over Ja, aber guter Versuch, weiter so Hey, schau, ist das Nachdenger? Was haben die vor? Finden wir's raus, zum Katzenflitzer Äh, PJ Robo? Los, kommt, wir nehmen den Eulengleiter Ich kann sie nicht sehen, kannst du PJ Robo uns Funkeldes holen? Mich ist neiv, Mama, Start Oh ja, einen Runter zur Landung! Ihr werdet besser! Konzentration, Ninja Linus! Hey! Hört auf! Was immer ihr macht! Was immer wir machen? Das ist die alte Kunst der Ninja Finger! Wir arbeiten an unseren Ninja-Kräften! Damit können wir jedes Gebäude levitieren lassen und stehlen, welches wir wollen! Und ich will... das hier! Levi was? Levitieren! Das bedeutet anheben! Er wird das Gebäude anheben und es mitnehmen! Gakanda Gekku, das sind üble Neuigkeiten! Das ist kinderleicht! Deine dummen Ninja Finger haben keine Chance gegen unsere PJ-Kräfte Nacht-Ninja! Super Katzen-Tempo! Dumm PJs! Super Einwächsende! Was ist das? Picharobo! Oh! 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 Whoa! Oh! 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 Er bewegt sich wie ein Panta. Schnell, halt seine Schnecke. Catboy, Gecko, was ist hier los? Unglaublich. Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie. Ihr anderen, holt euch die Gebäude. Die ganze Stadt. PJ Robo hat angerufen. Er hat irgendwas am Hauptrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den hab ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren. Wegen etwas, das PJ Robo getan hat. Oh je. Vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Merzen zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat. Er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Er hat immer versucht zu helfen. Wollte den ganzen Platz erfahren und... Er hat auch versucht, den Funkeler zu verbessern. Gar keiner Gecko. Es hat sich geklappt. Wir hätten ihm helfen sollen. Er wollte nur Teil der Mission sein. Aber Peter, es ist nicht seine Schuld. Ja, wir kriegen auch nicht immer alles hin. Ja! Die Tür, schnell! PJ Robo! PJ Robo! Hallo! Er hat seine Energie verwendet, um die Tür zu öffnen. Er hat sich selbst geopfert, um uns zu retten. So wie ein echter PJ Mask. PJ Robo! Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Was ist das? Das ist ein Kristall, den ich vorhin gesehen habe. Okay, keine Sorge. Ich schaffe das. Pass auf! Was es auch ist, es scheint mit unseren Kräften zu tun zu haben. Ich schaff's doch nicht. Versuchen wir's zusammen. Wir kriegen das hin. Wir sind immer noch die PJ Maxx. Wir alle. Es passiert was. In meinen Armen kribbelt es. In meinen auch, Gecko. Je stärker ich drücke, desto heftiger wird es. Nichts aufgeben! Nichts aufgeben! Ah! Ah! Catboy! Catboy! Ah! 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 Was ist das für ein Kristall? Ich fühl mich irgendwie fantastisch. Ich mich auch. Hey, PJ Robo, du hast dich heute bewiesen. PJ Masks, wie wär's, wenn dir Nachtninja zeigt, wer hier der Wolf ist? Ja! Was ist das für ein Stuhl? Was? Ich habe Super-Katzen-Streifen. Juhu! Was? Super-Gecko-Schilde! Ich bin unversiegbar! Super-Ellen-Federn? Wie cool! Super-Ellen-Federn? Wie cool! Super-Ellen-Federn? Oh! Pfie rein! Was ist da passiert? Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gekko. Und sie sind fantastisch. Und das alles dank PJ Robo. Nächstes Mal kriege ich euch PJ Mads. Ja! Haha! PJ Robo, truppe alles jetzt mit der Gekko! 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 Sie sind los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wir sind die Dues. PJ Mads, Pyjama-Helden, PJ Mads, Pyjama-Helden. Gerechen! Zu bekämpfen! Geht auch besser! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Mads, Pyjama-Helden, PJ Mads, Pyjama-Helden. PJ Mads! Mondsüchtig Teil 1. Das Rennen zum Mond. Wer von euch kann mir sagen, was das ist? Oh, das ist einfach! Das ist der Mond! Nur, dass er viel orangefarbener ist, weil er aus Käse besteht. Hab ich recht? Haha, nicht ganz. Der Mond besteht nicht aus Käse. Bedauere, Cameron. Das ist ein Erntemond. Und den gibt es nur einmal im Jahr. Und wisst ihr was? Wenn ihr heute Abend aus dem Fenster schaut, könnt ihr den echten Erntemond strahlen sehen. Der Mond ist so cool! Ich liebe ihn! Ja, wisst ihr, wer ihn noch liebt? Werwölfe? Oder war's der Wolfsmann? Luna Girl! Na klar. Sie wird den Erntemond auf keinen Fall verpassen. Wetten, dass sie heute Nacht nichts Gutes im Sinn hat. Nicht, wenn wir es verhindern. PJ Masks sieht's nichts wie los. Denn ihr Nas, ihr Nas groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu lehnen. Amaya wirkt zu. Oilette! Ja! Wreck der Zoom! Dekkel! Ja! Hanna der Zoom! Catboy! Einerregel! Gade! B-J-Test! Gade, G-Ga-G-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! So sieht also der Erntemond aus. Ha, ha, ha. Sekunde mal. Das ist allein mein Erntemond. Was soll das heißen? Dein Erntemond. Seht euch nur meinen Mondmagneten an. Der Erntemond hat ihm eine super Ladung verpasst. Endlich kann ich zum Mond fliegen und mein Königreich in Anspruch nehmen mit all seinen wunderbaren Schätzen. Königreich? Schätze? Wovon redest du da überhaupt? Natürlich vom mächtigsten Schatz aller Zeiten. Und das, meine Lieben, ist der Erntemondkristall. Sobald ich den in die Finger kriege, kommt niemand mehr gegen mich und meine Kräfte an. Ja, klar. Was? Ihr glaubt mir wohl nicht. Aber wenn ihr mich das nächste Mal seht, möcht diese Schlotten ganz allein mir gehören. Mir. Bis dann, PJ-Plagegeister. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Die tut doch nur so. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Hat einer von euch sie das schon mal machen sehen? Das können wir nicht riskieren. Am besten wir folgen ihr. Warte, meinst du auf den Mond? Wir haben keine andere Wahl. Wir fliegen mit dem Hauptquartier im Raumschiff-Modus. Ja, ich wollte schon immer mal ins Weltall. Los, zum Hauptquartier. Ihr wollt das also wirklich machen? Also wirklich? Wirklich? Hör zu. Wenn der Mondkristall tatsächlich echt ist, müssen wir verhindern, dass der Luna-Girl in die Hände fällt. 30 Sekunden bis zum Start. Also, PJ-Robo, du weißt, was zu tun ist. Auf eure Stationen. Ouellette, Gekko, alles klar? Klar. Alles klar. Na gut. PJ-Robo in drei, zwei, eins, Start frei. Okay, PJ-Robo beginne mit der Transformation und los. Ja, ich bin halt. Nächster Halt, der Mond. Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann. Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was ist, wenn Luna gar nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschätzt zurück. Das können wir nicht riskieren, Gekko. Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig. Das wird klasse. Wer weiß, was da draußen ist. Das ist ja das Problem. Gut. Gekko, hast du den Kurs eingegeben? Gekko? Oh, ja. Kurs eingegeben. Wir sind bereit. Wenn ich erst mal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen. Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal die PJ Masks. Oh, da ist ein Tot im Fallraum, Schiff. Hab. Was? Oh nein, vergesst es. Das ist mein Auftritt und den werdet ihr mir nicht verderben. Nehmt. Was soll das heißen? Da nähert sich was. Luna-Girl versucht uns vom Kurs abzubringen. Wir müssen diesen Kugeln ausweiten. Eulett, das ist dein Ding. Mit Vergnügen. Festhalten. Ich sehe sie ja. Aber sie sind einfach zu schnell. Festhalten. Tut mir leid. Der Letzten konnte ich nicht ausweichen. Ist nicht deine Schuld. PJ Robo, ist das Schiff in Ordnung? Keinen Schaden? Wie schlimm ist das? Ich meine, wir können das doch reparieren, oder? Wir kommen doch wieder nach Hause. Jungs, ich muss das Raumschiff landen. Halte euch fest. Ich glaube, das wird gleich ein bisschen holprig. Das wäre geschafft. Gute Landung, Eulett. Schadensmeldung? Endlich. Endlich bin ich angekommen. Also, wo ist dieser Mondkristall? Hey! Was macht sie da? Sieht irgendwie nicht gut aus. Los, folgen wir ihr. Vielleicht sollte ich lieber hierbleiben und PJ Robo bei der Reparatur helfen. Danke, Gecko. Aber es ist besser, wenn wir alle gehen. Wir wissen nicht, was Luna Girl dieses Mal vorhat. Alles okay? Naja, nicht wirklich. Weißt du, es ist... Ich war noch nie von zu Hause weg. Und hab Angst, dass wir hier festsitzen. Ich vermiss mein Zuhause. Kann ich gut verstehen. Mir ging so, als ich das erste Mal bei Freunden übernachtet hab. War deine erste Übernachtung auf dem Mond? Trillionen Kilometer weg von zu Hause? Nein. Ich sag dir was. Wieso bleibst du nicht hier und bewahrst das Schiff, während PJ Robo es repariert? Sehr gute Idee. Okay, du hast jetzt das Kommando. Viel Glück zu den PJ Gelände Bikes. Viel Glück, Leute. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Aktiviere PJ Gelände Bikes. Schalte um auf Helmkommunikation. Aktiviere die Helmkamera. Oi, lass an, Gekko. Hörst du mich? Ich hör dich. Hey, ich kann alles sehen, was ihr seht. Cool. Halt für uns die Augen offen, Gekko. Oi, nein. Da ist sie. Los, hinterher. Ist das meine? In diesem Moment habe ich bei Winkler gewartet. Endlich. Nicht so schnell, Luna Girl. Super Katzen-Tempo. Wo ist denn jetzt los? Hey. Einflügel weg. Tut mir leid, Peter Plagegeister. Eure Kräfte funktionieren hier oben nicht wie auf der Erde. Und jetzt? Entschuldigt mich. Ich bin nämlich gerade an etwas Großem dran. Das heißt nichts Gutes. Mal sehen, was der Kristall noch so kann. Leute, was ist da draußen los? Alles klar bei euch? Tate Boy? Eulett? Wir gehen in die Romanz. Hi. Schuss. Hörst du uns? Oh nein! Catboy! Oh nett! Gekko! Los geht's! Sie ziehen los in der Nacht Denn da sind sie ganz groß Sie tragen Maske Wer sind die Blues? PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden Verbrechen Zubekanzen Pijama-Bestern Na, wenn alle im Brett sind PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks! Das Wettrennen auf den Rätselberg Kommt schon! Die Schriftrolle vom Rätselberg! Sie ist dort drüben! Äh, was ist nochmal eine Schriftrolle? Ein antikes Stück Papier Die Leute vom Museum haben es vor kurzem im Kellergewölbe entdeckt Der Legende nach gibt es oben auf dem Rätselberg einen goldenen Ring Wer immer ihn auch trägt, erhält die Macht der ultimativen Ninjalichkeit Ninja was? Das heißt, man wird zum mächtigsten Ninja aller Zeiten Oh! Sie ist färb! Seht nur! Seile! Nachtninja! Er will den Berg finden! Und den Ring! Wir müssen ihn aufhalten! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Ja, bubbles! Ich wollte in der Nacht sein Oh, nicht wird das! Nein, ich sollte in der Nacht være entspannen Und dann ist hier alles gespannen Ja! Da! Ja! Da! 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 Die P.J. Nerds! Doch Ninja darf nicht zum Rätselberg gelangen. Gibt es eine Spur, P.J. Robo? Da, Ninja-Linos hinter dem Museum. Er sagt, er will unbedingt mitkommen. Er kann die Schrift entschlüsseln. Hey, das ist keine üble Idee. Hey, P.J. Robo, komm mit zu den P.J. Gelände-Bikes. Versprich mir, dass du gut auf dich aufpasst. Also, laut der antiken Schriftrolle erscheint der Berg, wenn ich das Portal öffne. Richtig. Und das Portal soll angeblich hier sein, richtig? Oh, oh, oh! 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 Wenn du so clever bist, dann öffne du es! Oh! 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 Dachtet ihr, ihr kommt zum Rätsel weg? Träumt ruhig weiter. Ausschließlich dieser Ninja hier bekommt den Ring der Ninjalichkeit. Bis dann. Man sieht sich irgendwann. Wir müssen da rein und den Ring als Erste finden. Wenn er ihn ansteckt, ist er unverwundbar. Wie sollen wir da durch? Ich weiß nicht viel über magische Portale. Aber das hier sieht geschlossen aus. Super gemacht, PJ-Robo. Gut, dass du da bist. Los, komm! Wow! Katzenohr! Ist der kein Frischer in die Richtung? Folgen wir ihm! Wartet! Wenn der Ring aus dem Gipfel ist, fliege ich einfach hoch und hole ihn. Ein Kinder-Spiel! Plan B? Das war Plan B. Zurück zu Plan A. Folgen wir den Ninjans! Oh! Es ist fast so, als wäre der Schlamm vermischt mit... Nachtninja entkomnt uns. Wir lassen die Geländebikes hier. Gehen wir. Oh, ich kann den Waldrand direkt vor uns sehen. Eine Abkürzung? Gut, wenn du dir so sicher bist, dann geh doch vor. Er weiß, was für Trifte nachtninja bekommt, wenn er als erster den Ring hat. Du kannst drauf wetten, dass ich ihn als erster kriege. Und wenn ich ihn habe, glaube ich nicht, dass ihr Pyjama-Plagegeister noch eine Chance gegen mich habt. Und bis dahin, beschiss sie! Super-Geld-Geld-Schilder! Gibt es noch einen anderen Weg? Hier muss es jede Menge Geheimdurchgänge geben. Du bleibst hier und schickst sie in die falsche Richtung. Schau mich nicht so an. Wir kommen zurück und holen dich. Höchstwahrscheinlich. Wo sind sie lang? Also dann hinaus. Catboy, warte. Der mutige Catboy auf dem Weg zum Gipfel. Der Ring der Ninjalichkeit wird ihm gehören. Habe ich dich sagen hören, du würdest den Ring bekommen, Catboy? Tja, danke. Oh, die sind wirklich klebrig. Catboy, Vorsicht. Danke. Dankeschön. Ich klebe es bis. Halt durch, ich komme. DJ Robo, du kommst mit mir. Wir sind direkt hinter euch. Sesam, öffne dich. Gut, dann machst du dich nützlich. Wow, das ist unglaublich. Der Ring muss hinter den Toren sein. Er darf nicht als erster dort ankommen. Komm schon. Aus dem Weg. Da ist ein Ninja-Rambach nötig. Jetzt ist Schlussnacht, Ninja. Ich habe die Schriftrolle anständig gestohlen. Wenn der Ring der ultimativen Ninjalichkeit da drin ist, gehört er mir. Ninjas übereinander. Cool. Oh ja, sehr cool. Wenn man ein Meister-Ninja ist. Und kein blöder Superheld. Wenn jemand den Ring der Ninjalichkeit bekommt, dann wir. Er gehört in die Hände eines Helden. Der Ring gehört mir. Superkatzensprung. Was? Der Ring, er muss da drin sein. Hey, ich habe ihn zuerst gesehen. Oh, das sieht nicht gut aus. Trockenzungen-Klotscher. Hilf mir! Was ist los? Und wo ist Catboy? Wir müssen da rein. Ich komme. Aber ich bin so nah dran. Ich habe dich. Oh, klasse. Was jetzt? Halt dich einfach fest. Hey. Catboy? Man, bin ich froh, euch zu sehen, Leute. Wie wäre es mit Hilfe? Supergecko muss gehen! Hatschon! Also gab es einen leichteren Weg hinein? Wieso hast du mir das nicht gesagt? PJ, Rosteimer hat dir geholfen? Was? Mein Weg! Dann nächstes Mal. Doro, Vorsicht! Verschwinden wir von hier! Los, 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 los! Ah! 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 Das wirst du nicht tun. Du kommst mit uns. Katzenstreifen! Ah! 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 Das wirst du nicht tun. Du kommst mit uns. Katzenstreifen! Ah! Es ist noch nicht vorbei, Pyjama-Plagegeister! Kommt schon, Ninja Linus! Ah! 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 Wie cool war das denn? Und es hieß, es wär nur ne Legende. Wer weiß, was da oben noch alles ist? Geheime Mächte? Mächtige Geheimnisse? Na ja, wir werden sicher zur Schnelle sein, wenn Nachtninja seine Finger wieder im Spiel hat. Pyjama-Mächte ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Catboy! Eilets! Gekko! Los geht's! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Masken, wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks, Pyjama-Helden! Farbrechen! Zu bekämpfen! Geht am besten! Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks, Pyjama-Helden! PJ Masks! Osterwölfis! Oh Mann! Ich kann nicht glauben, dass wir nur noch einen Tag bis Ostern haben! Und bis zur großen Ostereiersuche! Wisst ihr, was wirklich toll wäre? Wenn ich nicht einen ganzen Tag warten müsste, sondern mein Ei sofort essen könnte! Oh, das würde aber doch die ganze Vorfreude verderben! Freude und Warten passen nicht in einen Satz, finde ich! Okay, Kinder! Ich sammle nun eure Eier ein und verstecke sie für die morgige Suche! Oh, kann ich das eigentlich jetzt schon essen? Keine gute Idee, Greg! Schokolade ist was Besonderes! Zu viel auf einmal kann schlecht für dich sein! Wisst ihr, was wirklich schlecht für mich ist? Diese ganze Warterei! Haha! Ja! Du schummelst! Nein, tue ich nicht! Ich suche... Ich suche nur den schnellsten Weg von dem... Versteck in meinen Bauch! Hahaha! Hä? Fotenspuren? Welfi ist auf der Jagd! Sie sind hinter meinem Eiherr! Ich meine hinter allen Eiern! P.J. Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt! Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu. Amalia wird zu! Ja! Hä? Ja! Dan ist es! Aber okay... Dann wird's Montage und die ganze Zeit um den вз renderlos! Bisussian Alter zum mit der Gادung! Ja! relativ California? Sic 4- Wenn wir in Rude genommen fluor oben tun! Yes! Ich wusste es! Belfi-Alarm! Rip, Heuler... ...und Kevin! Leute, wieso habt ihr mich nicht vorgewarnt? Keine Zeit! Wir müssen Schoko-Eier klauen! Lasst uns losschniffeln! Pfoten weg von unseren Eiern! Zum Gekomobil! Hä? He-he-he! He-he! Hm? Ha-ha! Oh! Ha-ha! Ha-ha! Wenn wir uns beeilen, sind wir vielleicht dort bevor... Oh, nein! Ha-ha! Juhu! Hurra! Ein Schokoladen-Ei! Hurra! Es schläft, verschläft! Zögerst du es? Zweck im Nu! Ha-ha-ha! Ha-ha! Leute! Können wir nicht einfach teilen? Äh... Hm... Hm... Durch drei? Au! Jetzt teilen! Au! Die sind erst mal beschäftigt. Währenddessen suchen wir den Rest der Eier und verstecken sie vor den Wölkis. Ja! Turbo-Eiersuche! Auf die Plätze! Fertig! Ach! Oh! 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 Hm! Aha! Ah! Huh? Achieve! Ah! Oh ja! Gewonnen ist gewonnen. Äh, Heula, das sieht nicht aus wie ein Ei. Es sieht aus wie eine... ...rohe Zwiebel. Fälberfager. Catboy wirft, er pifft. Wir sind die Gewinner. Klasse! Alle gefunden. Jede einzelne. Süße. Äußerst hästliche. Leckerei. Mh. Nur einen kleinen Bissen. Becker! Nicht! Schokolade-Eier. Entschuldigt. Ich konnte einfach nicht warten. Schnell! Catboy, wir lenken sie ab. Und ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule. Und bewache sie. Bewachen. Nicht verschlingen. Verstanden? Warte bis morgen früh. Es wird sich lohnen. Ich verspreche zu dienen und zu beschützen. Ein Klegelwinde! Die Wettervorhersage? Schokoladenwind. So ein Wetter gefällt mir. Riesen-Alter! Ja! 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 Gebt einfach wo ihr seid und ihr seid in Sicherheit. Ich passe auf euch alle auf. Auf jedes einzelne leckere schokoladige Samtige von euch. into. Halt dich zurück Gekko! Du hast es versprochen. Bewachen. Nicht verschlingen. Warte bis morgen früh. Oh! Wow! Mega-eulig! Lecker! Meins, 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 meins! Ha! Schau dir Fell-Gesicht ab! Zwei, vier, sechs, acht. Hättet ihr wohl nicht gedacht. Was? Eine Kartoffel? Leute, schaut! Da sind diese Pyjama-Kids. Was wollen die denn hier? Das Ganze war nur eine Welfi-Falle. Und ihr Fell-Gerner seid drauf reingefallen. Nein, du bist noch reingefallen. Das ist falsch! Ein-Erfüllt! Nur noch... ...einen Bissen! Deko! Du hast es versprochen! Was? Oh nein, Leute! Das tut mir so leid! Was ist nun mit mir passiert? Schokoladen-Check-Pot! Zeit für eine nächtliche Schokoladen-Party! Du weißt doch, dass zu viel Schokolade nicht gut für dich ist! Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh! Oh! 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 Oh, jetzt wieder weg! Mir geht's gut! Es ist nicht zu schaffen. Doch, wir husten und wir prusten. Wir werden die Schule zusammenpusten. Habt ihr neulich so ein Buch gegessen? Lasst uns husten und prusten. Was soll das? Es funktioniert nicht. Natürlich funktioniert es nicht, du Fellhirn. Du hast es dir nur ausgedacht. Ipp, Ipp, Ipp! Leute! Ipp, Ipp! Ipp, Ipp! Ipp, Ipp! Fantastisch! Ultraschallheuler? Nicht cool für die Schule. Das ist alles meine Schuld. Ich muss die Wölfis aufhalten. Schon okay, Gekko. Wir schaffen das. Katze und Eule gegen das Geheule. Ich hab allen die Eiersuche verdorben. Nur weil ich nicht warten konnte. Höchste Zeit ein Held zu sein. Im Ernst, Gekko? Jetzt ist nicht die Zeit für noch einen Mitternachts-Snack. Nein! Aber Zeit für ein Mitternacht reinschleichen. Juhu! 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 Linge-ling! Abendessen! Juhu! Meins! 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 Meins, 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 meins. Mir geht's gut. Das nenne ich mal ein Mitternachtssnack. Heiko, du hast es geschafft. Um die Eier der anderen zu retten, hast du deins hergegeben. PJ Masks ruft laut Hurra. Vermeist jetzt mit der Gefahr. Catboy, Allnett, Gekko, los geht's. Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die los? PJ Masks, Pyjama Helden, PJ Masks, Pyjama Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht's gut. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama Helden, PJ Masks, Pyjama Helden. Halloween-Gaunertal 2 Alles läuft genau nach Plan. Halloween gehört uns Schurken. So wie es sein soll. Hey, es ist eine Schurken. Los, ein Arsch! Schringer Leopard, die bösen Schurken arbeiten zusammen. Das sind gleich drei Albträume in einem. Bitte kommen, PJ Robo. Du musst uns helfen. Hey, die Idee. Er will die Motten hinters Licht führen. Macht euch bereit. PJ Robo ist ein echt helles Köpfchen. Gesetze? Aber sie lassen uns immer noch nicht los. Ich habe eine Idee. Auf mein Zeichen. Eins, zwei, drei. Hitzeln! 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 Oh. Danke, Eulett. Und danke auch an PJ Robo. Als hundeverkleidete Kinder haben sich unsere Süßigkeiten geschnappt. Das war's wohl mit Halloween. Wer heult hier? Captain Cameron hilft dir. Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen. Captain Cameron! Ja! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen. Cameron glaubt nur, er wäre ein Held. Tja, wenn wir die Nachtschurpen nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein. Wir müssen uns konzentrieren. Katzenohr! Die Wölfis! Klingt, als wären sie irgendwo im Park. Los, kommt! Spürt die Superkraft des Halloween-Wolfmonds. Jipp, jipp, jau! Los, komm jetzt. Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden. Schon erledigt, Leute. Ich habe sie in ein super geheimes Versteck gelegt. Cool. Und wo ist es? Ich, ähm, es ist so geheim, dass ich vergessen habe, wo es ist. Komm schon. Bild nach, Kevin. Wisst ihr, ich habe extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern. Jetzt muss er mir nur wieder einfallen. Hm, Tüten klingt wie Brüten. Also sind die Süßigkeiten sicher... In einem Nest. Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen. Rip, Heuler! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser. Einen Knochen. Ah! Gut, dass wir noch unseren Super-Welfis gesehen haben. Ich wusste, die Straßenköter würden es vermasseln. Hey, Leute. Die Wunschwunfeln hierher. Die PJ Masks? Aber die habe ich doch abgehängt. Mein raffinierter Halloween-Plan geht in Wachunser. Ach, jetzt reg dich nicht gleich auf. Wir brauchen einen Angriffsplan. Bleib einfach hier. Die Pyjama-Plagegeister werden ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden. Siehst du? Das ist gar nicht so schwer. Hey, Welfis! Habt ihr was verloren? Nee! Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand ein Leckerbissen. Hot Dogs sind meine Lieblingsleckerbissen. Oh, das ist es! Oh, Süßigkeiten! Süßigkeiten! Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs. Aber das ist doch kein Reim. Und wo bewahrst du deine Hot Dogs normalerweise auf? In der Hütte. Rudelrauferei! Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super-Katten-Tempo! Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Ja! Klasse! Aha! Ich hab euch auf frischer Tat erzappt! Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns! Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit! Autsch! Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen. Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden. Zack, wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du kannst dich nicht verretten, Gekko. Aber er, er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun. Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut. Das ist so unfair. So viele Tüten voller Süßigkeiten. Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten. Oder auch nicht. Flatterne Federn. Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen. Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen. Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Du kannst es schaffen. Das sind nur Kostüme. Du bist Captain... Cameron. Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten! Bleib stehen! Zwingt mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen! Sag bloß, du bist ein neuer Superheld! Ja! Ich bin Captain Cameron! Interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls! Keine Orthogramme, ich bin auf Mission! Wow! Warst du schon auf dem Mond? Noch nicht. War viel los heute Nacht? Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss schnell von hier verdurften! Wusch, wusch, wusch! Er ist kein Held! Schnapp die Süßigkeiten! Ich bin wirklich roten! Ich entfache den interplanetarischen Sturm! Jetzt! Oh, ein Flügelwink! Aua! Boah! Hab ich das etwa getan? Dieses Kostüm werde ich nie wieder ausziehen! Verschwinden! Wir fahren hier! Los, los, los! Bevor er uns in den Weltraum schießt! Dann muss wohl ein echter Held aushelfen! Ninja Linus, worauf wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten! Hey, los, hinterher! Hä? Wie? Was? Wohin? Alles klar! Meine Superkräfte haben sie wirklich weggefegt! Mitsamt den Süßigkeiten! Oh, nein! Ähm, wo gehen wir jetzt lang? Oh, in den Augen! Wie es aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation! Unter der Erde? Komm schon, jetzt sprengen wir die Party! Wer hat diesen Ort als unser Versteck ausgesucht? Es ist feucht hier! Und dunkel! Und gruselig! Wer war das? Das ist nur dein Echo! Unsere Wolfskräfte werden nun in das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer! Es gibt kein Halloween-Wolfsmond! Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles! Heißt das, wir sind keine Super-Wolfies? Schluss mit diesem Gejammere! Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern! Juhu! Also, teilen wir die Süßigkeiten auf! Nicht zu fassen, dass sie das durchziehen konnten! Was machen wir jetzt? Wir sind in Unterzahl! Haha! Wir haben es geschafft, die Pyjama-Klagegeister im Kreis laufen zu lassen! Und das dank meines brillanten Plans! Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee! Was ist das und? Und mal einen super genialen Hotdog-Rein! Oh Süßigkeiten! Oh Süßigkeiten! Das reiht sich nicht! Wow, den Ruhm einzustreichen ist ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit! Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir! Mir war es vorhin auch wichtiger, wer den Ruhm einstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten! Aber was, wenn wir das gegen sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark, aber ein kleiner Trick könnte sie auseinanderbringen! Das klingt nach einem super Plan! Voila! Zehn für mich und zwei für jeden von euch! Fair und gerecht! Wo hast du zählen gelernt? Oh Mann! Lecker! Weder fair noch gerecht! Äh, Leute! Da bleibt es ein Geist! Auuuuh! So was wie Geister gibt es nicht! Es ist Luna Girl! Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen! Will ich nicht! Will ich nicht! Aber, da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr! Blödsinn! Blödsinn! Meine Ninja-Tricks sind die besten! Also sollte ich das meiste bekommen! Aber wir haben die Beute geklaut und verschwemmt! Wir sollten das meiste bekommen! Und wie wär's mit? Gar nichts! Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben! Der Alldachsen-Bubi! Haltet ihn auf! Zuerst müsst ihr mich aufhalten! Super-Katzen-Streifen! Was? Super-Katzen-Kleppchen! Ha! Jetzt bekomme ich mehr! Super-Glico-Schild! Kommt schon! Das ist unsere Chance, uns alles zu holen! Ja! Super-Ein-Feder! Ja! Ah! Ihr PJs könnt allen echt den Spaß verderben! Total! Macht Spaß! Ihr könnt meine Süßigkeiten haben! Fröhliches Halloween! Oh! Oh! Wir werden es wohl niemals lernen! Hallo! Es ist der Weltraum, Junge! Er ist zurück, um uns zu holen! Ich bin Captain Cameron! Ich habe euch umzingelt! Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus! Oh! Oh! Ja! Befortmesser die Befehle des Captains! Ich sagte, kommt raus! Wow! Was war ja leicht! Ihr hättet mich sehen sollen! Ich hab sie verjagt! Was würdet ihr ohne einen super mutigen Helden tun, der euch rettet? Captain Cameron! Ich hab sie gemacht, Captain! Gut, dass ein Held zur Stelle war! Oder vielmehr drei! Dann ist es dir egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren? Nee! Aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun! Und jetzt zu den Süßigkeiten! PJ Masks, ein starkes Team! Jette til heute Nacht! Jette til heute Nacht! Jette! 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 Eulette und der verschwundene Zug Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Warum bist du denn so aufgeregt, Herr Meier? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat! Den fliegenden Achterbahnzug! Ich hab gestern die Testfahrt gesehen! Der war so schnell! Das wird sich wie Fliegen anfühlen! Weißt du was? Ich steh auf schnell! So! So! Wow! Alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren! Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist! Na los, wir müssen sie auch testen! Hey! Was? Wir waren zuerst hier! Stell dich hinten an! Ähm, Herr Meier! Meine Damen und Herren! Liebe Kinder! Der fliegende Achterbahnzug ist jetzt... ...verschwunden! Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein! Ich hab mich schon so aufs Fliegen gefreut! Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Äh, Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt's zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug vertrützt dem nur im Kreis! Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal! Sieht aus, als wären da noch mehr Gleise gewesen! Und jetzt sind sie weg! Gleise, die verschwinden! Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz froh! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Ja! Greg wird zu! Gekos! Ja! Connor wird zu! Catboy! Amor, ja! Wir haben zu! Eulett! Gekos! DJ Masks! Na los, na los, na los! Zum Eulengleiter! Hey, warte Eulett! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen! In Ordnung, guter Punkt! Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs! Schon gut! Dann zum... Katzenflitzer! Ich mache es dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann! Komm schon, Jungs! Lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts! Warte Eulett! Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen? Ja! Und los, na los! Ah! War das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gekko! Ist hier wie wild rumgesaust! Vielleicht ist es... Jungs, vergesst Romeo! Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren! Wir müssen raus, wenn ein Bär hinfährt! Los, los, los! Äh, okay! Hey! 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 Hm, keine Spuren mehr! Und wie finden wir jetzt den Zug? Oh, in Augen! Ich sehe etwas weiter da vorne! Etwas Schnelles! Da ist er! Der Zug! Siehst du, ich sagte dir erst schnell! Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt! Oh, Mio! Na, hallo! Die Pyjama-Hellen! Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren! Das war nicht ich! Niemand fährt mein Labor! Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht! Zum Glück habe ich diesen superschnellen Zug, um es zurückzuholen! Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach! Dank meiner Erfindung, dem Turboschienenleger! Der legt Schienen überall hin! Wow, der ist voll cool! Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt! Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht! Wir können dein Labor für dich einfallen! Ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor habe? Auf keinen Fall! Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schocke der Welt! Hä? Aha! Hab ich dich gefunden, Labor! Ha! Auf Wiedersehen, Pyjama-Hellen! Dieser Zug ist für euch abgefahren! Ha! Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufahren! Sonst macht er den Zug noch gefährlicher! Alles klar, Eulett! Romeo, wir kommen! Autopilot! Ist ja Wahnsinn! Und wow, der Zug ist wirklich cool! Ha! Ich hab dich heute schon erreicht, ungezogenes Labor! Ha! Diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapperkiste! Los geht's, Pyjama-Helden! Lasst uns Romeo aufhalten! Super, eulen Flügel! Huh! Olé! Oh, ich war fast schon voll durch Futter! Danke, Catboy! Oh, keine Eile! Wir werden es schaffen! Hey! Schleichen wir uns langsam an ihn ran! So ganz, ganz, ganz sachte! Warum sachte? Lasst uns einfach los! Wow! Ah! 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 Geh lieber auf Nummer 7! Entschuldigt, Jungs! Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir aus seinem Dach sind! Schon okay! Neue Idee! Wir jagen Romeo gleichzeitig! Er kann uns nicht alle drei aufhalten! Okay, auf drei! Wir springen und rennen! Eins, zwei... Ach, schon! Eulen! Nein, warte! Wow! Oh, warum, warum, warum habe ich nicht auf Catboy und Gecko gehört? Romeo hat fast sein Labor erreicht! Alles nur, weil ich so in Eile war! Oh, Nitz! Geht's dir gut? Ja! Tut mir leid! Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt! Und es hat nicht funktioniert! Schon gut! Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Flug zu fahren! Jetzt ist erstmal der Horkutzerarm dran! Super Gag-Gobus-Geld! Dafür habe ich jetzt einen Plan! Und damit er klappt, werde ich diesmal warten! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Ja! Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden! Aber nicht mehr lange! So! Schnell! Was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer! Und wir werden es gemeinsam tun! Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste! Gecko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers! Für Stadtdeuland! Dann bin ich an der Reihe! Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenlegern, sodass der Zug anhält! Ohne Schienen kann der Zug Romeo's Labor niemals einholen! Toller Plan, Eulette! Ich glaube, das klappt! Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt! Los, PJ Masks! Hups! Nicht vergessen, Eulette! Keine Eile! Du bist dran, Catboy! Ich werde... Ihr wisst schon, warten! Okay, mehr Turboschienenlegern! Mehr Schienen! Mehr Schienen! Mehr Schienen! Super, Katzensprung! Okay, jetzt bin ich an der Reihe! Locker und lässig! Das war Put-Euland! Was? Hör auf, du Plagegeist! Zu spät, Romeo! Gekku, los! Blockier den Turboschienenlegern! Ja! 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 Vereinigt mich mit! Haltet euch alle an mir fest! Ja! Und... Woh! Oh! 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 Siehst du, Romeo, wir konnten eben doch dein Labor stoppen Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja Ich hab vielleicht meinen Zug verloren, aber dich hab ich noch mein geliebtes Labor Und jetzt bringen wir den Zug zurück Das wird alle auf Timiane glücklich machen Nächstes Mal will sie dich auch fühlsamer helfen Hä? Er hat sich nicht mehr für die Hilfe bedankt Mach dir keinen Kopf, Gekko, wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet PJ Masks ruft laut Hurra Vorbeiges Tipp der Gefahr Kackwoll Oulett Gekko, los geht's Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß Sie tragen Masken, wer sind die Los? PJ Masks, Pyjama Helden PJ Masks, Pyjama Helden Verbrechen zu bekämpfen Ghetto bestellen Na, wenn alle im Bett sind PJ Masks, Pyjama Helden PJ Masks, Pyjama Helden PJ Masks Gecko rettet Weihnachten Oh Connor Morgen ist Weihnachten und es hat immer noch nicht geschmeit Aber auch ohne Schnee werden wir eine schöne Zeit haben Boah, ich kann das nicht Was ist denn los, Greg? Morgen ist Weihnachten, freust du dich gar nicht? Nicht übers Eislaufen, das hab ich noch nie gemacht und ich krieg das auch nicht hin Wir helfen dir Na los, versuch's Eislaufen gehört wie der Baum an Weihnachten dazu Ja, wie die Lichter und der Weihnachtsschmuck Welche Lichter und welcher Weihnachtsschmuck? Oh nein, wo ist das alles hin? Wo ist der ganze Baumschmuck? Und das Lametta Sogar der Stern ist verschwunden Es war alles so wunderschön Und es war so viel Das kann doch nicht alles weg sein Jemand muss es letzte Nacht geklaut haben Aber wie kam dieser jemand da oben ran? Das ist echt hoch Das werden wir rausfinden Dafür brauchen wir keine Schlittschuhe PJ Masks, jetzt nichts wie los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu nehmen Ja! Connor wird zu Catboy Amaya wird zu Eulett Ja! Greg will zu Dekos! Die PJ Masks! Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat Ist echt weit hoch gekommen Und das müssen wir auch Also los zum Eulengleiter Eulen Augen! Schaut! Da ist Luna Girl Da kann der Beko Sie klotzt allen die Geschenke Das darf doch nicht wahr sein Dann wird niemand etwas zum Auspacken haben Luna Girl Gib die Geschenke zurück Sie gehören dir nicht Vergessen Sie, ihr Brabis Das sind meine Weihnachten ist nur für mich Nicht Nicht Hey, schnappen wir uns ihr Mondwort Dann kommt sie nicht mal in die Schornsteine ran Gute Idee, Gecko Legen wir los Ich bring sie auf den Boden zurück Ein Flügel Ah! Ah, Manny! Ah, Manny! Eulett, Vorsicht! Schnell, Gekko, fliegt das Mondband von Lunakall weg Aber ich bin doch noch nie mit einem Mondband geflogen Das kann ich sicher nicht Auf Wiedersehen, Kerstchen Ich miau mich vom Ocker Gekko, geht's dir gut? Ja, ich wusste, dass ich das Mondband nicht fliegen kann Tut mir leid Schon okay Verfolgen wir sie Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können Eulett, du fliegst dir hinterher und wir folgen dir vom Boden aus Los geht's, los geht's Komm schon, Lunakall Was? Warum nimmst du die Geschenke nicht wieder zurück? Weil ich das nicht will Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es Hey, das gehört mir, Spatzenhirn Nein, 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 nein PJ Masks, ich brauch nur ein Gesicht, um sie nach unten zu ziehen Super Kapsenstrom Hä? Schon wieder die maulende Mieze Na dann, wollen wir doch mal sehen, ob Katzen immer auf ihren Pfoten landen Oh, äh Komm wohl Matten! Husch, husch! Nein! Ich komme Gecko, spring aufs Mondbord und bringe es weg von hier Nochmal geil mit Fliegen, aber ich kann das nicht Nur Mut, Gecko Du kannst es bestimmt Versuch es einfach nochmal Ich lebe so eine Schlange Das ist ja noch schwer als Heißlaufen Ich schock das niemals Gecko! Alles okay? Neue Sachen kann ich nicht gut Macht nichts, keine Sorge Eulett und ich kümmern uns drum Holen wir Luna Girl ein, los! Das war's Luna Girl Zeit aufzuhören Zeit für euch aufzuhören Weißt du? Flatternde Feder! Eulett! Oh, hab ich deine Federchen zerflaggert, Eulett? Entschuldige Super Kapsenstrom Gecko, Hilfe! Runter von meinem Mondbord! Eulett, was machen wir jetzt? Mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen Du musst wieder rauf aufs Mondbord und Catboy helfen Nochmal? Nein, aber ich kann es nicht steuern Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst Du musst es wirklich versuchen Das fangst du Oh, Hilfe! Catboy! Du hast recht, Eulett Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten Höchste Zeit, ein Held zu sein Super-Gelko-Tarnung! Wo ist die einfältige Eiwechse hinverschwunden? Was? Woher kommst du denn? Ah! 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 Gecko, ich verliere den Halt Zieh mich hoch! Oh, aber wenn ich mich vorbeuge, verliere ich das Gleichgewicht Warte, ich bringe dich in Sicherheit versprochen Ich muss einfach drauf bleiben und versuchen, das Teil zu fliegen Wow! Gecko, Achtung! Wow! Das ist irgendwie cool Wow, aber schwierig Ich muss dringleiben Pass auf, die Wand Ja! Ringelndes Rektil Wir sind zu hoch Keine Panik, wir stürzen sonst ab Genau, ganz ruhig Ja! Ja! Ich bringe es jetzt runter Langsam Toll gemacht Ich wusste, dass du es schaffst Siehst du? Du musstest es einfach nur versuchen Ja! Martin! Lass mich los, ihr Pyjama-Plagegeister Es ist vorbei, Luna Dörr Ja! Wir haben den Mondpunkt Jetzt kannst du keine Geschenke mehr klauen Ah! Oh, das ist nicht fair! Für mich gibt es nie ein richtiges Weihnachten Da feiere ich immer nur mit mir selbst Was? Heißt das, dass du an Weihnachten ganz allein bist? Aber das ist ja echt traurig Hey! Warum verbringst du den Weihnachtsabend nicht mit uns? Mit euch? Ja! Wir müssten die Geschenke und die Schmucksachen sowieso wieder zurückbringen Hilf doch mit! Dann sind wir alle zusammen an Weihnachten Was meinst du? Okay! Na gut! Dann spring rauf! Wir retten jetzt Weihnachten! Yeah! Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Und nun das letzte Geschenk. Ganz toll. Und du wirst echt richtig gut im Mondbord fliegen, Gekko. Danke. Jetzt, wo ich es drauf habe, mag ich es. Du hast uns sehr geholfen, also kriegst du dein Bord und deinen Magneten zurück. Okay, aber nun müsst ihr wohl gehen und damit ist Weihnachten jetzt vorbei für mich. Keine Bange, wir sind noch nicht weg. Wir haben noch etwas zu erledigen. Boah, ist das nicht herrlich, Luna Girl? Kann schon sein. Aber jetzt ist Weihnachten für mich wirklich vorbei. Und ich habe kein einziges Geschenk bekommen. Schon weh, du hast doch... Schlittschuhe! Aber ich war noch nie zuvor Eislaufen. Schon okay. Ich auch nicht. Aber wir schaffen das schon. Na los, versuchen wir es. PJ Masks, ruft laut Hurra. Sein Essen ist gerettet. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Hey, was passiert hier? Endlich schneit! Weihnachtsschnee! Komm, dann flug ich mit gern zuge. Äh, äh! 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 wipe! E complexes! cop鹿 Catboy Oulrets! Gekko Los geht! Sie sind los in der Nacht. Denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Mosken. Wer sind die groß? PJ Masks, Sus revenant. PJ Masks, Sus revenant. Verbrechen zu bekämpfen Geht um feste Na, wenn alle im Bett sind DJ Mask, Pyjama-Helden DJ Mask, Pyjama-Helden DJ Mask Gekko und die Eisstadt Was ist das? Eis? Aber es ist doch Hochsommer Eiszapfen? Das war unglaublich Hier ist rundum alles vereist Alle rutschen und fallen hin Aber nur bis zum Ende der Ströße Und dann hört das auf Was ist da los? Heute Nacht finden wir es heraus PJ Mask, jetzt nichts wie los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden Macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu nehmen Connor wird zu Connor wird zu Geht boy Amaya wird zu Gekko Gekko Gekko-Mobil kann an allem haften. Es wäre ideal für das Eis. Wie wäre es mit dem Gekko-Mobil? Geh mit den Eulengleiter. Wir sehen uns das Ganze von oben an. Guter Einfall, Eulett. Aber ich dachte, das Gekko-Mobil könnte... Na gut, wahrscheinlich haben sie recht. Komm schon, Gekko. Zeit für unseren Einsatz. Es ist noch schlimmer geworden. Der halbe Stott ist eingefroren. Sogar Hunde und Katzen haben sich angefreundet, um sich warm zu halten. Wow. Was war das? Eulenaugen. Seht mal da drüben. Romeo ist er vor. Ui, das macht richtig Spaß. Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Was ist das? Da vorne drin. Das sieht aus wie eine Eismaschine. Verfolge ihn, Eulett. Aha. Ich denke, ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, wenn die Blüte am Abrufsa auftaucht. Was trägst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich. Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten. Weiter geht's. Gleich habe ich dich. Jetzt, wie nur meine schöne Fahrt geht, Romeo. Da schiebe ich mit meinen Supergego-Muskeln in den Labor auf seinen Rollen herum. Es geht nicht nur um Spaß haben, auch wenn es Spaß macht. Während ihr tankt, Dovis, hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft an mich. Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ach, ist das steil. Flatternde Federn, ich pass nicht durch. Wir müssen landen. Oh, wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist. Oh, es ist wirklich rutschig. Danke, Gecko. Hey, vielleicht könnte ich Romeo verfolgen. Weil meine Süße richtig gut hat sie. Warte, Gecko. Ich habe einen Plan, der sicher funktioniert. Aber mit meinem Klebeplan könnten wir... Ich brauche dafür eure Hilfe, zurück zum Eulenleiter. Dann muss mein Plan eben warten. Zuerst brauchen wir deine Eulenaugen, um Romeo zu finden. Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gecko nicht entdecken kann. Eulenaugen! Okay, Gecko, ich schleiche mich von unten ins Labor. Du krabbelst von oben rein. Dann übernehmen wir die Kontrolle, bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind. Super Katzensprung! Wow! War wohl nur der Wind. Katboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr und klettert hinauf mit seinen Super... Mit seinen Super... Niemand muss ihn, Katboy. Warum hast du so lange gebraucht? Arme Mietzelkatze! Und jetzt runter von einem Laborschiff! Katboy, pass auf! Au! Es ist k-k-kalt! Ich kann mich nicht bewegen! Lass mich hier raus, Romeo! Eulets! Ich glaube, ich kann Romeo aufhalten. Schau! Jetzt nicht, Gecko! Komm zurück! Katboy! Wie können wir helfen? Sorgt euch nicht um mich! Romeo haut ab! Schnell, haltet ihn auf! Da könnt ihr nicht mithalten, ha, Pyjama-Helden! Och, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Katboy ein Super-Eisblock! Wir beide brauchen einen Plan, Gecko, und zwar schnell! Ich hatte gerade vor dir zu sagen, dass ich... Hey! Ich weiß, was wir machen, aber ich brauche deine Hilfe! Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Wow! Einflügel! Ach, das ist besser! Okay! Ich binne das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten! Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine! Los, Gecko! Fahrt her! Du versuchst ein Genie wie mich zu über Listen, Spatzenhirn? Hä? Super-Ollen-Muskeln! Oh nein, ich hab gar keine Superkraft! Oh nein, ich hab keine Superkraft! Wow! Gecko! Wo bist du? Oh, Heule steckt in Schwierigkeit! Oh, oh! Verflattende... Verfrostige... Verfedern! Zwei kleine Eisblacke sitzen auf das Holz! Zwei kleinen Eisblacken ist zu bitterkalt! G-G-Gekko, ich habe einen Plan. Wahnsinn, ich habe einen besseren Plan. Schlitternde Schlange. Hätte ich doch nur auf meinem Plan gestanden. Und meine eigenen Superkräfte benutzt. Höchstetze, einen Held zu sein. Super, Eidechsengriff. Es ist Zeit für meinen Plan. Ihr hilft, indem ihr so viel wie möglich von Romeo's Eisachterbahn kaputt macht. Bereit für Eisballflipper? Hey, Gekos Plan könnte funktionieren. Na los, lass uns Eis zerschmettern. Diese Eistapfen könnten zerstören, meine wundervolle Bahn. Jetzt kann ich nur noch in einer Lüftung. Ich werde Romeo zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt. Super, Eidechsengriff. Hallo, Romeo. Mit meinem Super-Eidechsengriff bin ich besser auf dem Eis als du. Quatsch. Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen. Von mir. Also ist es unmöglich, dass Mini-Hirnige Muttersöhnchen es besiegen. Das wollen wir erst mal sehen. Los, Gekko. Mich kriegst du nie. Super, Gekko-Muskel. Oh ja, gute Arbeit, Gekko. Der Plan war katzenstark. Ja, es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben. Nein, das ist meine Schuld. Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen. Oh, wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist. Ihr Pantel, ich will Samerhelden. Ihr müsst mir immer mal entspannen werden. Das nächste Mal, jetzt riege ich euch. PJ Masks. Also es ist immer noch viel Eis da. Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir. PJ Masks, ruf Klautura. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Heute ist es nicht vereist. Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren. Aber es wäre doch viel besser, wenn wir... Eigentlich habe ich einen Plan. Gehen wir doch zum Wasserpark. Tolle Idee. Lasst uns gehen. Ups, da habe ich wohl ein bisschen Eis übersehen. Gehen wir doch nicht. zu bekämpfen. Gehen wir doch besser. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks. Pet Boy mal vier. Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Super-Tarnung. Schleich mich an und schnapp sie mir. Dann wirfst du sie mir zu. Ich gebe sie an Pet Boy weiter und... Ich habe eine bessere Idee. Ich nutze sie mir jetzt gleich. Super-Katzen-Tempo. Was? Pet Boy! Na, gefällt es dir da oben mit der Katze? Lass ihn runter, Robo-Zack. Super-Gecko-Rusche. Ihr seid auf dem falschen Dämpfer. Wie wäre es denn damit? Lass uns diesmal alles gemeinsam machen. Ich fliege zuerst Gecko weg und dann... Warte, die wäre es mit einem Super-Katzensprung. Super-Gecko-Tarnung. Wow, gib sie mir zurück. Warte, was machst du da? Lass das. Super-Gecko-Rusche. Das werdet ihr nie noch büßen. PJ Masks! Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein. PJ Masks ruft laut Hurra. Wobei es jetzt mit dem Gewehr. Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach. Nicht wahr, mein Roboterfreund? Die PJ Masks waren mal wieder ganz groß. Wie immer. Aber es war schon wieder ziemlich knapp. Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen. Tut mir leid. Ich wollte nur, dass wir gewinnen. Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball. Ah, oder noch besser, wir spielen Fußball. Seht euch das mal an. Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen. Aber wie, die Maschine ist doch im Hauptquartier. Wir sehen mal nach. PJ Masks, jetzt nichts mehr los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Coilet. Ja. Greg wird zu. Geckles. Ja. Kanagatsuka. Catboy. PJ Masks. Katzenohren Ich höre Romeo Wie bist du an die Ring gekommen? Die ist im Hauptquartier Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, habe ich von ihr ein Duplikat angefertigt Und hier ist es Eine Verviel-Vervielfältigungsmaschine? Vervielfältigte Roboter? Da kann der Gekko, wir müssen ihm die Maschine wegnehmen Ich habe eine Idee Ich fliege runter und nehme sie Romeo weg Dann gebe ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst die Gekko Ich ziehe das blinkende Ding raus und scheiße es aus Macht euch bereit für meine Super-Gekko-Muskel Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt Warte Zeit für noch mehr Roboter Und dann waren es wir Katzenbrüller Ups Wie nett von euch meine Roboter-Armee zu vergrößern Roboter-Armee? Ganz recht Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage Und wenn wir uns weigern Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht Macht Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt Okay, zurück zu unserem Plan Achtung, Fellbälle Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super, eulen Augen Da Nein, gib sie wieder her, du snackende Strockel Der Failball-Knopf klemmt, er feuert weiter Alles gut, nichts passiert Ja, mir geht's auch gut Bei meinen Katzenschnurren Hackball Du wurdest vervielfältigt Ich weiß Ich weiß es auch Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso Die Roboter, schau uns Roboter, holt euch jetzt diese Maschine Sie soll euch vervielfachen, nicht die PJ Masks Führt mir die Maschine zu, dann ziehe ich das ganze Ding aus Ich kann nicht, es sind zu viele Roboter Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe Ja, ja Ringelndes Reptiert Jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon Wir werden diese Roboter holen Wihee, wuhu Nein Ja Das war's, Roboter Nicht so schnell Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne Was macht ihr da? Ihr müsst sie weg rollen lassen Ich habe eine bessere Idee Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird Ich scherbe ihn hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat Und ich laufe mit meinem, soweit ich kann Das ist ein super Training Tschüss Vorsicht Roboter, mach diese PJ Masks in die Luft Wir müssen diese Maschine zurückholen Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch Ich habe noch eine Idee Und mit diesen Catboys kann nichts schiefen Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später Schnell Nein Ihr Pyjama-Plage-Geister Die Roboter Bauen wir stattdessen eine Roboter-Falle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen Ich baue ein Roboter-Katapult Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern Wartet, stopp Wir brauchen diese Baumstämme Ich brauche sie Stopp Haltet euch an den Plan, bitte Ziehen wir meinen Plan durch Mein Plan Wartet ab, bis ihr meinen Katapult seht Das ist unfassbar Was ist bloß, sind sie gefahren? Die ziehen hier dringendurch Genau wie du Ich kann es noch hinkriegen Ich hole die Maschine Keine Sorge Catboy legt Tatze an und schnappt sich den Vervielfältiger Roboter, schnapp den Plagegeister Du hast meinen Plan zerstört Hey, und du meinen Pass auf Ist das schwer Eine Catboy-Kopie-Meister Eine Catboy-Kopie-Meister Das ist eine Katastrophe Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team Schon vergessen? Tut mir leid Ich hab's vergessen Und meine Kopien erst recht Entschuldigung Höchste Zeit, ein Halt zu sein Super Katzen-Tapu Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen Irgendeine Ahnung, nee, Team? Ich hab eine tolle Idee Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen Lasst die Catboys los und schnappt sie euch Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumscham-Erfindungen Hier kommt der Rest Alle auf eure Position Kommt schon, Roboter Was wird ihr Pyjama-Plagegeister im Schäde? Und jetzt der letzte Super Katzen-Tempo Schnappt ihr die Katzen, Roboter! Nein, bitte, nein! Geh runter von mir! Wir haben's geschafft Jetzt streng deine Gekko-Muskeln an Aber wenn ich das blinkende Ding rausziehe, verschwindet ihr Wir verschwinden nicht Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy Das nenne ich ein Team Tu es, Gekko! Super Gekko-System! Ja! Ja! Ich kriege schon noch Pyjama-Plagegeister Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden Aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Katboy! All das! Gekko! Los geht's! Sind sie los in der Nacht? Denn da sind sie ganz groß Sie tragen Mosken an Wer sind die los? PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden Verbrechen Zu bekämpfen Geht so fest Na, wenn alle im Bett sind! PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden Kenna ist der Gewinner des Superkit-Pokals Connach! Connach! Geckos Spezialstein Warum gehen wir noch mal ins Museum? Die Magnetsteinausstellung haben wir doch gestern erst gesehen Ja, schon, aber ich habe dort meinen Spezialstein liegen gelassen Ich war traurig, wenn er weg ist Keine Sorge, Greg Ich habe Fotos gemacht, weißt du noch? Vielleicht sehen wir ihn Da ist er! Ich habe ihn für dieses Foto kurz weggelegt Und dann habe ich ihn dort vergessen Sag, was ist denn so besonders an deinem Spezialstein? War er ein Geschenk oder sowas? Ja, ich habe ihn von meinem Onkel bekommen Das ist ein super seltener Stein vom Mond Der ist so cool Und ich trage ihn seitdem ständig bei mir Dann gehen wir ihn doch holen Wow, wie kam das denn alles her? Alles ist riesig und echt richtig schwer Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Es ist sowieso geschlossen Denn alle magnetischen Steine aus der Ausstellung wurden gestern Nacht gestohlen Oh nein! Das heißt dann, dass mein Spezialstein auch gestohlen wurde Wer würde einen Haufen magnetischer Steine klauen wollen? Vielleicht jemand, der bereits einen Magneten hat? Einen Mondmagneten wie Lunagirl? Natürlich! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Amaya wird zu Eilat! Ja! Greg will zu Ja! Connor will zu Pep Boy! Die PJ Masks! Kommt schon! Je eher wir nun eine Girl finden, desto eher habe ich mal Spezialstein wieder Zum Eulengleiter! Was ist da los, Violet? So wie es aussieht, erzeugt ein Magnetfeld erhebliche Störungen Ich fliege uns da lieber raus Nein! Wenn der Mondmagnet das verursacht, führt er uns zu meinem Spezialstein Wir müssen alle Steine finden, Gekko Gib dein bestes, Eulet! Mach ich! Aber haltet euch fest! Denn hier werden gleich viele Federn gerupft! Ein Zug in ihrem Mondmagnetstrahl? Sie hat noch nie zuvor etwas so schweres hochgehoben Sehen wir uns doch mal an, wie Lunagirl das läuft Oh toll! Mein Ultramagnet ist jetzt mega super stark! Stark genug, um alles zu kriegen, was ich haben will! Eulenauben! So ist es also! Oh, Lunagirl hat die magnetischen Steine verwendet, um ihren Magneten turbostark zu machen Aber hat sie auch meinen Stein? Ich glaube schon! Ich schnapp mir jetzt den Mondmagneten! Eulengleiter ausfahren! Warte, tu das nicht! Mein Spezialstein könnte kaputt gehen! Super-Eidechsen-Griff! Gecko, dein Stein ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit! Komm wieder rein! Ich bin sicher mit meinem super-Eidechsen-Griff! Ich hole mir den Mondmagneten im Vorbeifliegen! Na gut, Gecko! Aber dazu schalte ich den Lautlos-Flugmodus ein! So können wir uns an Lunagirl anschleichen! Lunagirl! Du hast etwas, was mir gehört! Hm? Dies, Assi, kriegen wir Besuch! Mond-Energie! Schnapp dir die Pyjama-Flagel-Geister! Gecko, du hast uns aufliegen lassen! Es tut mir leid! Ich war so wütend, dass Luna mir meinen Stein geklaut hat! Gecko, dein Stein ist nur ein Ding! Die Mission ist viel wichtiger! Wir müssen alle Steine wiederfinden! Den schon vergessen! Und diesen Turbo-Prägen und Magnet stoppen, bevor... Gecko! Ihr in Nulten habt keine Chance gegen meinen Ultra-Magnet-Tür! Nehmt das! Super Gecko-Tarnung! Oh! Yay! Hey! Gecko, wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe! Gecko! Ah! So wichtig! Ah! Machen! Weg da! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Gecko, alles in Ordnung? Ja! Ha-ha-ha-ha! Du musst diese magnetischen Steine zurückgeben! Gib mir wenigstens meinen wieder! Das ist der Weiße da! Um dann nicht mehr alles zu bekommen, was ich haben will? Niemals! Er ist wirklich was Besonderes! Ha! Was Besonderes? Was soll an dem denn so besonders sein? Er ist es eben! Bitte! Er stammt direkt vor dem Mond! Vor dem Mond? Hm! Ich hab eine Idee! Was? Wie meinst du das? Ganz einfach, Katzenklo-Bubi! Wozu brauche ich die anderen Dinge, wenn ich mir den Mond vom Himmel holen kann? Ganz für mich allein! Danke, Eidechsenfuß! Nein! Warte, das geht nicht! Das ist dumm und sehr gefährlich! Mir doch egal! Ich will meinen Mond haben! Es tut mir leid, Leute! Ich wollte sie nicht auf diese Idee bringen! Es ist mir so rausgerutscht! Ist schon gut, Gekko! Aber jetzt müssen wir sie aufhalten! Im Eulengleiter zu fliegen ist zu riskant! Sie kann ihn mit ihrem Turbomagneten angreifen! Keine Sorge! Ich hab einen PJ-Plan! Aber du musst dabei mitmachen, Gekko! Und darfst nicht deinen Spezialstein suchen! Ich bin dabei, Catboy! Okay, wir sind zu dritt und müssen uns um drei Dinge kümmern! Luna Girl, ihren Magneten und ihre Motten!